Wir wollen eine Lösung. Wir distanzieren uns von einer, die in Deutschland faktisch als Terrororganisation eingestuft ist, uns distanzieren und dann, und das ist glaube ich in den letzten Jahrzehnten das Problem, dass ich nicht klar davon distanziert wurde. Ist meine persönliche Meinung. Also ich habe ein Video gepostet, das ist nach den Konflikten im Nahen Osten, ist auf sechs Schulen in Deutschland in Verbindung mit dem Nahostkonflikt Bombenanschläge, also nicht verübt worden, sondern es waren Bombendrohungen. Einfach, wenn die Schulen jüdischen Namen hatten oder einen jüdischen Schulleiter und so. Und daran sieht man einfach, dass wir gerade in einer sehr, sehr gefährlichen Zeit leben, dass wir hier tatsächlich, wir müssen gar nicht so weit weg gucken in den Nahen Osten. Wir müssen erstmal bei uns gucken. Und bei uns haben wir so viele radikale Kräfte, die zwar abgeschoben werden könnten, aber es einfach nicht werden. Und das ist das Riesenproblem. Oha, Mela ist Abonnent. Danke für dein Abo. Mensch, meine vierte Abonnentin. Toll, Mela, dankeschön. Danke, danke, danke dir. Sehr lieb von dir. Wer ist Probalestiner Totenhöfer? Wer ist denn Totenhöfer? Moin. Kenn ich gar nicht. Wer ist denn das? Er ist von der Partei. Jetzt bist du kurz weg? Ja, weil ich gerade ein Abo schenke. Wat? Wie? Sag mal. Hallo. Leute. Also. Boah, ich kriege ein Dank. Ich habe, danke, ich habe es tatsächlich. Es gibt ja hier verschiedene Stufen von Abos. Du kannst die auch irgendwie, boah, Big Spain, danke dir, danke. Und Broken Thumbs, danke für die Rosen. Tatsächlich ist es so, dass du die Abos ja auch bis zu 11 Euro machen kannst, aber finde ich völlig falsch. Deswegen habe ich die auf das Niedrigste gesetzt, auf 3 Euro, warst du 3,60 Euro oder was hast du bezahlt? 3,69 Euro? Ja, irgendwas in dem Dreh. Genau, finde ich viel, viel besser, weil ich mich tatsächlich da nicht dran bereichern möchte. Ich möchte tatsächlich auch mit den Teamherzen, denn alle, die hier drin sind, wenn euch das gefällt, wir werden später gute Diskussionen haben, es werden viele Leute reinkommen. Am Anfang ist das immer ein bisschen mühselig, aber das kommt gleich und dann haben wir 2, 300 Leute und dann geht es auch gut rund. Und tatsächlich ist es so, dass ich das Amo extra niedrig gemacht habe, weil ich einfach möchte, dass wir quasi so eine große Community werden. Dass wir einfach auch mit den Teamherzen, guck mal, die Teamherzen, alle Leute, die hier drin sind, das ist ein Coin, glaube ich, kostet das. Moin, G. Ein immer größeres Team und das würde mich persönlich sehr, sehr freuen. Zumal ich euch sagen kann, auch die Leute, die hier drin sind, viel verdient man mit TikTok nicht. TikTok nimmt sehr viel weg, also über 50% nehmen die weg. Löwenherz. Bitte. Du kommst gerade bei mir doppelt dreifach an. Oh. Nikola, danke. Warum komme ich doppelt dreifach an? Was ist los? Muss ich mich stumm schalten? Dann kann ich nichts sagen. Dann komm doch mal hoch. Ah, jetzt ist besser. Jetzt ist besser? Ja. Und Fakt ist, bei allen Sachen dürfen wir nicht vergessen, dürfen wir tatsächlich die Menschlichkeit nicht vergessen und in diesem ganzen Konflikt, auch unsere innerdeutschen Konflikte, die wir später auf jeden Fall noch beleuchten. Für alle und ausschlaggebend immer Frieden. Frieden ist das Einzige, was für uns und für mich, oh Gene, danke für dein Teamherz. Frieden ist das Einzige, was für mich wichtig ist. Ich möchte einfach, dass alle in Frieden leben können, dass wir alle miteinander leben können und dass die Probleme, die wir haben, aber dass wir die auch offen ansprechen können. Wir haben viele gewaltbereite Migranten, wo man auf jeden Fall gucken muss, was man da jetzt macht und ich glaube tatsächlich einfach, dass die Leute, die Deutschland verachten oder sich nicht an den Rechtsstaat halten, dass sie dann einfach gehen müssen. Weil ich sage mal so, wenn man unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat ablehnt, dann warum soll man dann hier sein? Dann soll man doch dahin gehen, wo man dann lieber ist. Und wenn man Deutschland scheiße findet, dann soll man doch bitte gehen. So, das ist meine Meinung. Und jeder, der Frieden möchte, der sich integrieren möchte, der mit uns zusammen, dass wir alle zusammen leben können, ey, super. Und ich kann hier, ach sorry, ich wurde in Berlin und bekomme das ja alles so ein bisschen mit und gerade auch unsere Lokalzeitungen berichten ja darüber, dass es immer mehr Übergriffe in den Schulen auf Menschen gibt, die jetzt nicht an, die keine Muslime sind. Der Hass wird immer weiter geschwürt. Es gibt Fliegereien, die Lehrer geben mittlerweile auf. Die haben, die Lehrer haben Angst, da selber einzuschreiten. Also gab es das vor kurzem in der BZ und das ist ein Gewaltpotenzial. Ich habe letztes Mal ein Video gesehen. Da war ein kleines Kind, das hat jemand die Israel-Flagge weggenommen, hat es auf den Boden rumgeschmissen und ist drauf rumgetreten, ist mehrmals drauf gesprungen und die anderen Leute haben das gefeiert. Wie kann man in so einem Alter, der war sechs oder sieben, wie kann man in dem Alter schon so einen Hass haben? So einen extremen Hass, wie ich fühle mich unverständlich. Ja, tatsächlich hast du mal das Problem oft, auch ganz oft, was ich auch bei Mela sehe, wenn sie sagt, in der Schule bei ihr oder als sie als Seherin gearbeitet hat, tatsächlich hast du das so einfach, dass es auch vom Elternhaus, auch einfach die Leute und die Kinder kriegen keine Erziehung mehr beigebracht, heutzutage. Das ist einfach schlimm. Ja, Mela kann da was zu sagen. Dass die Erziehung heute mit den Kindern, die haben keinen Respekt mehr vor Älteren, vor Erwachsenen null. Der Respekt ist komplett weg. Mela kann da gerne was zu sagen. Heilöchen. Hi. Ja, das stimmt definitiv. Der Respekt ist, oh Gott, was wir früher als normal empfunden haben. Also kein Lehrer dummkorn oder generell Respekt vor Erwachsenen oder Älteren, das gibt es heute nicht mehr. Also in der Schule, wir müssen uns wirklich anhören. Und ihr habt unseren Kindern nichts zu sagen, du bist eine Frau, unseren Sohn erst rechne ich und die Kinder stehen da, gerade die Jungs, und sagen, von dir müssen wir uns nichts sagen lassen, du bist eine Frau. Und ich finde es ganz, 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 ganz problematisch in den Schulen, weil wir haben auch, so leid wie es man tut, immer sagen zu müssen, auch noch deutsche Kinder und ich habe keinen Bock, dass die sich das abschauen. Ja, wo man einfach sagt, okay, pass auf, irgendwann muss man das differenzieren können oder die müssen einfach separat unterrichtet werden, aber dieser, ja, dieses generell respektlose Menschen gegenüber, das finde ich sehr, sehr, sehr gefährlich. Aber ich wollte mich nochmal bei dir, Löwen Herzweger, vorhin entschuldigen. Ja, alles gut. Nein, das war natürlich auch ein bisschen provokant von mir, aber das war jetzt nicht gegen dich persönlich gemeint, sondern das ist halt zum Beispiel, wenn ich jetzt, oh, ich muss husten, ey. Ich weiß. Ich muss mich kurz stummen, ich muss husten. Nee, aber ich finde es einfach schlimm und traurig, was bei uns in der Gesellschaft generell abgeht. Also Respektlosigkeit, egal wen gegenüber, ob Verkäuferinnen, egal in welche, wo du heute hinschaust, ja, also es ist relativ schnuppe. Und das finde ich sehr traurig, was bei uns passiert. Ja, da hatten wir vorhin, ach so, Entschuldigung. Ja, bitte, bitte. Nein, du bist schon. Das Thema hatten wir vorhin auch, Respektlosigkeit, gerade auch vor Älteren oder Ähnlichen. Das Thema hatten wir vorhin schon gehabt, wo man dann sagt, dass man halt die alte Geflogenheiten, die jeder von uns, die alle hier sind, die hier aufgewachsen sind oder whatever, wir haben alle gelernt, Respekt vorm Alter. Wenn du in die Bahn einsteigst, wenn du in der Bahn sitzt und eine ältere Dame oder ein älterer Herr einsteigt, bietest du deinen Platz an. Das gibt es heutzutage nicht mehr. Ich bin mittlerweile, wenn ich gerade in Berlin unterwegs bin, ich bin schockiert, dass es was nicht mehr gibt. Ja, ich bin mittlerweile, wenn ich... So, Entschuldigung, ganz kurz, so. Ihnen war das doppelt. Warte. So, Entschuldigung, ganz kurz, so. Ihnen war das doppelt. Sascha, man hört dich doppelt, komm nochmal raus und geh nochmal raus und komm nochmal hoch. Weil du hast eine Rückkopplung. Ich nehme dich wieder hoch, Sascha. Geh nochmal raus und komm nochmal hoch. Aber wenn wir ganz ehrlich, was ist in dem paar Jahren schief gelaufen? Also, jetzt bin ich 46, 78er Baujahr. Was ist so schief gelaufen dran, dass das heute alles so außer Roter läuft? Also wirklich komplett. Anti-Auterier-Erziehung, würde ich persönlich sagen. Genau. Jetzt würden wir ganz kurz... Warte mal, Sascha ist jetzt weg. Ich weiß nicht, wo er ist. Ja, bitte. Danke. Ich bin aus der Schweiz. Aber wir haben hier ein bisschen so die gleichen Probleme, würde ich mal sagen. Also, es ist nicht so schlimm wie in Deutschland, aber es ist also mit den Jugendlichen, die halt wirklich keinen Respekt mehr haben, ist es schon schlimm. Also auch hier. Hört ihr mich? Ich höre dich, ich höre dich. Ja, du hast vor, komm. Ich wollte es nur auskühlen lassen. Okay, ich habe mal eine... Ich sage es so, du kannst nichts mehr sagen, ja. Wenn die jetzt 15 oder so sind, und wie soll ich das sagen, ich... Im Sommer, die Gruppe, mit der ich draußen bin, die haben sich vermischt mit Jungen, mit eher Jüngeren. Und ich bin 30. Und da gibt es einige, die finden das lustig, wenn Junge dabei sind. Und ich finde das überhaupt nicht lustig. Und einmal war das so, dass die einen haben einem Jungen Alkohol gegeben, ja. Oder er hat getrunken. Und wir wurden dann dafür verantwortlich gemacht. Und ich habe immer zu dem Jungen gesagt, er soll gehen, dass ich das nicht möchte, dass der da bei uns in der Gruppe sitzt, ja. Und der hat sich... Irgendwann wurde der dann wütend auf mich, weil ich immer sagte, er soll gehen. Und er hat mich mit einem Messer bedroht. Und dann hat der, hat dann der, der Polizei angerufen, ich hätte ihn, ich hätte ihn quasi belästigt. Und die haben dann erzählt, ich hätte den belästigt und geschlagen und alles so Zeug. Aber es hat nicht gestimmt, ja. So, wenn du dann noch was sagst oder etwas, dann wirst du... Es war dann so, dass die Polizei kam und die haben mich dann an die Wand gedrückt und zu Boden geworfen, weil irgendwelche Kinder irgendeinen Scheiß erzählt haben. Es ist dann aber nicht mehr viel passiert, sondern der Junge und sein Freund mussten dann auf den Posten, den Polizeiposten und es ist nichts mehr passiert. Und eine Woche später kam der Polizist zu mir und hat sich dann bei mir entschuldigt. Es sei ein großes Missverständnis gewesen, etc., etc. Ja, die hätten dann doch irgendwie die Eltern geholt und ja, also es war, es ist jetzt die Kurzfassung davon, aber es ist so ein, war so ein Fall, dass du kannst halt heute nichts mehr sagen. Wie sage ich, die rennen dann gleich zu der Polizei, wenn du jetzt sagst, ich möchte irgendwie so, das Recht ist nicht auf deiner Seite als Erwachsener. Ja, deshalb haben wir auch so Probleme in Schulen und so, weil was willst du denn machen? So, du kannst ja nicht, du kannst ja die nicht schlagen oder so, du musst ja irgendwie einen Mittelweg finden und wenn die sich dann bedrängt fühlen, wenn du jetzt sagst, ich habe gesagt, ich möchte, dass du gehst, ich möchte nicht, dass ein Kind bei uns in der Gruppe so chillt, auch wenn dir jetzt, oder? Verstehst du, was ich meine? Ich weiß, ich weiß vollkommen, ich weiß, was du meinst und tatsächlich hast du vollkommen Recht mit dem, was du sagst. Du hast heute auch einfach das Problem, egal was du sagst oder wenn du Jugendliche auf ihr Fehlverhalten vielleicht auch hinweist, jeder hat ein Handy, jeder filmt dich direkt, sagt, du bist rastistisch oder irgendein Quatsch. Heutzutage, du kannst gar nichts mehr sagen, du musst, auch die Polizisten, guck doch mal, wie die Polizisten eingeschnitten haben. Die werden, wenn die jemanden festnehmen, berechtigterweise, was auch immer der getan hat, filmen direkt 50 Leute um die rum, eine Riesentraube, die müssen genau jeden Handgriff gucken, jedes Wort, was sie sagen, wird denen umgedreht und überall werden sie dann bloß. Also es ist wirklich schlimm. Unsere heutige Gesellschaft, das ist wirklich schlimm und ich kann dich verstehen, so alt bist du tatsächlich nicht, weil ich bin auch 30, aber ich kann dich verstehen, wenn du dann irgendwelche Jugendlichen da hast, die dann sich dann, also ich verstehe komplett, was du meinst. Ja, also verstehst du, dass man nicht mit 15-Jährigen stehen will, ja. Und in der Schweiz ist das noch nicht so krass wie in Deutschland. Das ist wirklich noch nicht so krass, aber du siehst das schon, so dieses, ich hatte dann wirklich Angst, jeden Abend, dass halt irgendwie die Eltern da noch kommen und keine Ahnung was, aber es hat sich dann rausgestellt, dass die halt gelogen haben. Aber der hat mich dann ein Zwölfjähriger mit einem Messer bedroht, ja, und die Polizisten haben sich quasi noch auf die Seite des Jungen gestellt. Es ist ja nicht, ja, es war ein bisschen weird, aber ich, wie soll ich sagen? Aber wisst ihr, wie viel, viel schlimmer ist, wir Frauen haben ewig lang für Emanzipation gekämpft, ja, dann ging das zig Jahre jetzt gut, wir Frauen konnten uns, ja, wir konnten rausgehen, ohne Angst haben zu müssen, natürlich nicht immer, ist mir ganz klar, es gab schon immer irgendwie, wo wir, aber so wie ich es jetzt seit, wie gesagt, seit 10 Jahren erlebt oder auch seit 12 Jahren, ganz ehrlich, das habe ich in all meiner jungen Erwachsenenzeit nicht erleben müssen und ich finde es traurig, dass ich als Frau nicht einmal mehr alleine, ich wohne in einem Dorf, ich habe 100 Meter zu meinem Supermarkt, nicht einmal mehr alleine da hingehen kann, weil wir Völkergruppenwanderung haben, die sich dort treffen, wo du dich als Frau nicht mehr wohlfühlst, ja, weil sie dir nachweiten, weil du mich zurückgekommen, was ich gar nicht verstehe, weil ich kann die Sprache nicht oder ich kenne sie nicht und du dich da unwohl fühlst und wir halt uns jetzt alle zusammenrufen und sagen, pass auf, musst du noch einkaufen, wir gehen zu mehreren Leuten jetzt immer einkaufen, sobald es dunkel wird, gerade in Münter ist es ganz, ganz schlimm, weil du fühlst dich nicht mehr wohl und ich finde es als Frau echt extrem schlimm, als Frau. Darf ich etwas sagen, ist das so schlimm bei euch, das ist jetzt, das ist jetzt noch, noch nicht so schlimm bei uns, also ich wohne auch auf dem Land eher, aber das ist jetzt nicht so, dass ich abends nicht raus könnte oder so, das sind schon, das sind schon solche Gruppen, aber es ist jetzt nicht so, dass es ist jetzt noch nicht so schlimm in der Schweiz wie bei Deutschland, also... Nein, ich wohne jetzt in München, das ist eine Großstadt, ich wohne fünf Kilometer vor München und natürlich hast du halt, ja München halt, München. München ist wie Hamburg, München ist wie, ja gut, jetzt nicht ganz so wie Berlin, aber das sind halt so Großstädte, ne, also... Ja, klar ist das... Das Problem ist halt, dass es in Deutschland einfach immer mehr Parallelgesellschaften gibt und die sich halt eben bilden und dadurch, dass sie sich halt herauskristallisieren, hast du halt eben das Problem, dass du nicht nur Jugendgruppen hast, auch Erwachsene, die sich halt einfach anders benehmen oder deren Moralwerte und Vorstellungen halt andere sind, wie jetzt, sag ich mal, von einem typischen normalen Deutschen, ne, und dadurch kommt es halt natürlich immer zu Konflikten oder ganz schnell auch zu Stresssituationen, wo der eine sich halt provoziert fühlt und dann halt meint, der müsste halt den Dicken raushängen lassen. Ja, und das ist leider eine Entwicklung, die haben wir in vielen großen, ja, Großstädten in Deutschland, ne, also bei uns ist das leider auch so, also wenn du mal zum Beispiel guckst, vergleich mal vor 20 Jahren die Düsseldorfer Altstadt und wie die heute ist. Die meisten wollen gar nicht mehr nachts in die Altstadt rausgehen bei uns, weil das einfach richtig suffig und ekelhaft geworden ist und wie die Menschen sich da verhalten. Und damit meine ich eigentlich aber auch alle, ne, also das sind jetzt nicht nur Ausländer, sondern da sind auch Deutsche dabei, die sich halt, ja, sag ich mal, total daneben benehmen. Ja. So soll ich, wenn ich das mal bei Namen nennen muss, mein Sohn ist jetzt 18, ja, da kommt sie nie nach Hause, ey. Ich weiß nicht, wie sagt sie, ich bin Deutschlehrerin, wie kannst du so Deutsch reden? Hey, Alter, ey, voll krass, ey, voll müh, bih, bih. Man sagt, bitte red mit mir Deutsch. Also kannst du mit deinen speziellen Kumpels reden, wie du möchtest, aber bitte bei mir zu Hause erst die deutsche Sprache. Okay. Also, ey, ich kann doch gar nicht damit umgehen, weil die Kinder wirklich so einen Mischmasch reden. Die reden nicht mehr so wirklich Deutsch, sondern es ist immer so ein Slang mit dabei. Man sagt, ich finde es selbst als Mutter, nicht nur als meinem Job, aber selbst als Mutter ganz, 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 ganz schlimm. Ja, weil das einfach cool so ist, verstehst du? Leute, ganz, ganz kurz, ganz, ganz kurz, die, die hier drin sind, könnt ihr in drei Minuten und nochmal, komm, ich muss mein Handy einmal kurz ausmachen. Mein Handy spinnt komplett. Bis gleich. Ich bin in drei Minuten wieder da. Bis gleich. Bis gleich. Ciao. Danke. Ja, und das ist in Berlin in der Sonnenallee passiert. Und das ist absolut ekelhaft, und es gibt Menschen, die dafür auch noch mit auf die Straße gehen und das feiern erstens Anschläge und auch das feiern. Und da hört es bei mir auf. Ich bin für Frieden und ich will diesen Scheißhass nicht mehr. Wunderbar. So, da hast du vollkommen recht, ich stehe 100% dahinter. Abo Batman, bitte. Ja, hallo erstmal, guten Abend. Hallo. Ich habe gerade deine Rede gehört, also du willst ja, dass nie wieder so Antisemiten in Deutschland, wie sage ich, antisemitisch geredet wird und geherzt wird. Aber ich, ja klar, da gebe ich dir recht. Aber ich verstehe nicht, jetzt in Deutschland wird ja, du bist ja absolut dagegen und du würdest dagegen kämpfen, dass das nie wieder passiert. Ich verstehe aber nicht, du weißt ganz genau, dass sehr viel anti-islamisch ist und dass die neuen Semiten, sage ich mal, also die jetzt in den Schuhen der Semiten drin sitzen, sind Muslime. Würdest du dich auch gegen, wenn man gegen Muslime so etwas veranstalten möchte, wie früher mit den Juden, würdest du auch dagegen kämpfen? Auf jeden Fall. Ich sage dir auch, nein, Bergspenn, jetzt lass mich kurz bitte antworten. Auf jeden Fall. Ich sage dir auch warum. Es ist tatsächlich so, ich mache einen großen Unterschied zwischen spirituell friedlebenden Muslime, genauso wie Christen, genauso wie Juden und ich mache einen Unterschied, egal in welcher Religion, wenn es radikal wird. Und ich kann mit radikalen Kräften und mit Terror kann ich einfach nichts anfangen und da bin ich einfach menschlich komplett dagegen. Ich habe am Anfang gesagt und das sage ich immer wieder, das was die israelische Armee macht, auch im Nahen Osten, kann ich so nicht unterstützen. Das ist einfach völlig der falsche Weg und es führt zu sehr, sehr, sehr viel Leid. Ich habe aber gesagt, dass die Hamas, die mal gegründet wurde, vielleicht aus einem legitimen Widerstand raus, was vielleicht auch vollkommen rechtlich ist, möchte ich den gar nicht absprechen, die das damit kaputt machen, indem sie Terror sehen und terroristisch handeln. Weil was ist das anderes, Kinder aus Häusern rauszuziehen und auf offener Straße zu schlachten. Und ich habe da Videos gesehen, die haben sich dazu bekannt. Sie haben gelacht, haben A-Lawakba gerufen und das braucht man nicht sagen, das stimmt nicht. Ich glaube aber wirklich, dass das nicht stimmt, weil da gibt es ja Widersprüche. Es gibt ja genug Videos, wo die Gefangenen berichten, dass die sehr gut behandelt wurden. Schau mal, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ja, aber dann passt das doch nicht. Dann ist das doch Widersprüche. Nein, nein, hör mir zu. Ich sage nicht, dass alle, die direkt da rüber gegangen sind, alle sofort geschlachtet haben. Nein, ich sage, dass die Menschen, die mit Terror handeln, machen ihren legitimen Widerstand kaputt. Das heißt, die Menschen, die ihren Widerstand durchsetzen wollen mit Terrorismus, verwirken ihren legitimen Widerstand. Also ich finde, die Palästinenser haben absolut das Recht, sich zu verteidigen, somal deren Häuser und, sage ich mal, Land geklaut wurde. Das ist so, wie wenn ich jetzt zu dir komme und ich klaue dein Land oder dein Haus. Immer die gleiche, Frau Gleiche. Und schmeiße dich aus dem Haus raus, dann kannst du dich doch auch verteidigen. Das ist ja notwendig. Ja, guck mal, da gebe ich dir tatsächlich Recht, aber sag mir bitte... Vergiss mal die Hamas, Entschuldigung, vergiss mal die Hamas. Ja, okay, aber ganz kurz. Die Hamas ist ja seit 95 da. Ja, aber ich muss dich das kurz fragen. Seit 2005, Entschuldigung. Ich muss dich das kurz fragen. Sag mir bitte, was ist das für eine Verteidigung, wenn man auf ein Musikfestival geht und auf junge tanzende Menschen schießt? Wo ist da die Verteidigung? Ich verstehe die Verteidigung in dem Sinne nicht. Also erstens... Okay, kann ich darauf antworten? Ja, bitte. Also erstens, ich verstehe sowieso nicht, warum die israelischen Grenzen nicht geschützt waren. Erstmal das. Zweitens, jeder Israeli wird ausgebildet mit Waffen. Das zweite Sache. Drittens, die Palästinenser, die haben sich jahrzehntelang vor der Hamas, Hamas ist ja seit 2005 da, haben die sich verteidigt mit Steinen. Deren Land wurde geklaut. Mit Steinen haben die die Soldaten beworfen. Ich will damit sagen, die Palästinenser wird keine andere Möglichkeit gegeben. Nicht so... Also was sollen die denn machen? Was sollen die machen? Die sind in diesem Gefängnis, die dürfen nicht raus. Die haben kein... Das Leben dahinten ist beschissen. Wirklich beschissen. Also noch schlimmer wie im Libanon. Guck mal. Also Libanon ist schon eine harte Nuss. Also Libanon ist schon eine harte Nuss zu leben. Ich gebe dir recht. Was mich bei deiner Aussage stört. Also ich finde, ich finde ganz ehrlich, dass die Hamas da reingegangen ist und so. Also natürlich, wenn die Zivilisten und so getötet haben, das befürworte ich auf gar keinen Fall. Ich glaube noch nicht mal, dass sie das gemacht haben. Ich glaube schon, dass der Westen... Ja, dann sind wir... Das ist jetzt aber übel, was du jetzt sagst. Das ist meine Meinung. Hallo. Herr Olaf Scholz, wenn du willst, hol mich von zu Hause ab. Das ist meine Meinung. Moritz, möchtest du was dazu sagen? Ich glaube, wir haben nicht mal Zivilisten. Moment, fix pain. Das ist Moritz erst. Moritz? Ja, es gibt aber auch genug Aufnahmen... Entschuldigung, es gibt auch genug Aufnahmen von Soldaten, die kleine Kinder erschießen. von israelischen Soldaten. Und relativieren nicht das eine mit dem anderen. Ja, das ist ja klar. Aber da müsst ihr euch, beziehungsweise die Israelis müssen sich an die Nase packen. Warum macht ihr das Gleiche mit dem Gleichen? Die machen... Entschuldigung, bitte lasst mich ausreden. Oh, was macht Israel? Seit... Seit 45... 48... Was macht denn Israel? Oh, lenkt doch nicht ab. Bleibt doch mal bei einem Thema. Warum... 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 Das ist doch das Thema. Das ist doch das Thema. Nein, wir haben gerade über die Hamas gesprochen. Ja, die Hamas ist nicht so schlimm wie Israel. Ernst? Und die Hamas hat nicht so viel... Hat nicht so viel Scheiße gebaut wie die Israel. Also, ich kann dir sagen, Sie haben von vornherein gesagt, für uns ist kein Frieden. Wir wollen Israel komplett vernichten, von der Landkarte ausradieren. Israel will die Palästinenser vernichten und das schon seit 48. Sag mal, ey, die Palä... Schau mal, die Hamas selber hat von Anfang an gesagt, wir... Anfang an? Seit 2015 sind die. Okay, seit wann ist Hamas da? Seit wann ist Hamas da? Ja. Schau mal, die Hamas hat in ihrer Charta 1988 gespielt. Danke. Die Hamas ist seit 2005 aktiv, mein Freund. Seit 2005? Du weißt genau, dass sie seit 1998... Ja, davor. Okay, davor. Was hat denn Israel davor gemacht? Warum vergisst ihr, was davor war? Israel ist am Tag der Gründung. Davor gab es keine Angriffe von Israel. Was? Die haben doch deren Länder genommen. Die haben doch deren Länder genommen. Die haben doch deren Kinder getötet. Die haben die doch terrorisiert. Die kommen nachts um zwei Uhr morgens in die Wohnung rein und terrorisieren die Bewohner. Wollt ihr mich verarschen? Vergisst ihr das? Warum? Israel an seiner Gründung wurde von allen fünf Ländern, allen fünf muslimischen Ländern angegriffen am Tag der Gründung mit Raketen. Das stimmt nicht. Israel hat angefangen. Israel macht auch nicht die Fakten. Das ist kein historischer Fakt, mein Freund. Die Juden waren immer. Die Juden waren immer. Die Juden waren immer. Die Juden waren immer. Da brauchst du keine Lüge erzählen. Kannst du die Geschichte immer zurückverfolgen? Die Juden waren immer willkommen mehr bei Muslimen anstatt bei Christen. Bei Christen wurden... Das ist Fakt. Da kannst du alles machen, was du willst. Das ist Fakt, Fakt, Fakt. Nach Hitler. Nach Hitler. Nach Hitler. Nach Muslimen. Die Muslimen in Palästin haben die Juden mit Herz aufgenommen. Manche haben zwei Familien aufgenommen. Also ganz ehrlich, Abu, ganz kurz. Später wurden die Palästinenser vertrieben. So, ganz kurz. Bei Abu, du hast gerade gesagt, als die Hamas-Terroristen auf das Musikfestival-Gelände sind, hast du gesagt, dass die israelischen Jugendlichen ja alle an der Waffe ausgebildet werden und sich verteidigen können. Sag mir bitte, wo Jugendliche beim Tanzen Waffen dabei haben. Was ist das für eine Verteidigung? Was erzählt das für ein Schwachsinn? Du legitimierst den Terror der Hamas an unschuldigen Zivilisten und sagst auch noch, das gab es alles gar nicht. Sag mal, hast du einen Sockenschuss? Bitte ein Wort noch dazu. Ja, also meinst du, ich glaube, den westlichen Medien... Nein, das stimmt alles nicht. Das stimmt. Boah. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Ja, 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 bitte. Ich glaube, dass sie da so Garten getötet haben. Mehr nicht. Aber ganz kurz. Ganz ehrlich, das ist meine Meinung. Wenn es dir nicht gefällt, dann back dir alles. Der Chef von Hamas hat vor ein paar Tagen gesagt, wir offeren jeden Palästinenser. Ja, ja, aber was hat Kiesel gemacht? Das muss dir... Hört doch auf, wie man die... Der Chef von Hamas hat gesagt, wir offeren jeden Palästinenser und das sind ja aus dem Land. Fakt ist, ihr ganzen Muslime, ihr Muslime habt feuchte Träume, ihr wollt Israel vernichten. Es wird euch nicht gelingen. Hört auf, euch auf der guten Seite zu stellen, ihr Deutschen. Es wird nicht gelingen. Die Juden habt ihr noch massakiert. Wir Muslime haben die Juden geschützt. Hört auf, Alter. Ja, ja, ja. Immer ein auf gut zu tun. Ihr habt keine Chance gegen Israel. Ihr habt einfach keine Chance gegen Israel. Ach was? Scheiß auf mich und Israel. Ich will dir damit sagen, ihr habt keine Chance gegen... Ihr seid doch die Bösen. Ich will mir mal sagen, wie du die Israelis geschützt hast. Mein Gott. Erzähl mal. Ganz kurz, ganz kurz bitte. Er soll mir bitte eine Frage beantworten. Ja, sag mal. Der Chef der Hamas hat gesagt, wir opfern jeden Palästinenser. Keiner kommt aus dem Land. Bis wir den Sieg haben. Hat er vorhin... Wer schließt denn die Grenzen von Raza? Wer macht das? Wer kontrolliert denn die Grenzen? Er hat selber gesagt, die lassen keine Augen. Sogar in Ägypten, Ägypten, da diese Grenzübergänge, ohne israelische Erlaubnis darf da keiner durch. Aber die wollen doch die auch nicht haben. Ägypten will nicht. Keiner will. Warum wollen die die nicht haben? Weil die... Ich sag dir. Ich sag dir warum. Warum? Ich will die haben. Was redest du? Ich will die haben. Ich will die haben, gerne. Du kannst gerne dahin gehen. Und ich sag dir eine Sache. Ich sag dir eine Sache. Der ägyptische Präsident, nachdem Morsi, der eigentlich demokratisch gewählte Präsident, geputscht wurde und ermordet wurde in seiner Zelle, haben die Europäer diesen Sisi mit finanziellen Hilfen geholfen, dass er an die Macht kommt. Also dieser Sisi, dieser Präsident der Regierung, der läuft nach der Nase von dem Westen. Okay? Das ist das Problem. Das ist das Problem. Überall hat der Westen seine Drecksfinger in den Ländern. Das ist das Problem. Aber Abu, guck mal. Es gibt ja noch andere Länder. Ja, immer ist der Westen. Ja, immer ist der Westen. Hier seid die Bösen. Warum lügt ihr? Warum lügt ihr? Hier seid die Bösen. Und 80% der Menschheit weiß das. Du hast den Terror der Hamas legitimiert. Du hast den Sockenschutz. Du hast den Sockenschutz. Du hast dich komplett disqualifiziert. Du hast dich komplett disqualifiziert. Äh, Abu. Nein, nein, das ist kein Quatsch. Du bist Quatsch. Abu, bist du für Hamas? Was? Bist du für die Hamas? Unterstützt du die? Also, ich unterstütze jeden, der Selbstverteidigung macht. Nein, nein, nein. Das ist keine Selbstverteidigung. Terror ist keine Selbstverteidigung. Das ist kein Terror. Das, was Israel macht, ist Terror. Hör mal zu. Das, was Israel macht, ist Terror. Hört auf zu lügen, ihr euch. Außerdem habt ihr die Juden doch vernichtet, nicht wir. Alter, ist das... Also, Abu, du redest jetzt normal wie ein Mensch, oder du schreist hier weiter rum. Es klingt... Okay, ich schreie nicht mehr rum, aber... Ja, also, ich möchte jetzt verstehen, dass Israel ein Terror statt ist. Hör mal zu, ich komme aus Israel, okay? Ja, das spielt ja keine Rolle, wo du herkommst. Es ist doch nur wichtig, welche Sache hinter welchen Sachen du stehst. Kinder werden umgebracht. Kinder werden umgebracht. Krankenhaus... Hört auf zu lügen. Eure Politik ist schlecht. Warte mal, ganz kurz mal. Warte mal, Abdul. Ein Krankenhaus, was zerbombt wird von eurem Terrorstaat... Dann. Unkann Mandiatish! Nein, das waren die Palästinenser selber. Das waren die Laboratory selber selbst. Da haben auch so lange später es 5000 Menschen, hat die Israelische Regierung schon umgebracht. Hör mal, ja! Das werden noch mehr? Jetzt werden auch noch mehr sein. Ja, ja, das ist mir klar, oder ist das auf deinem Mund gekommen? Ihr wird gleich noch mehr sein. Am Arsch würd das noch mehr sein, du wirst schon mal sehen, was doch passieren würde. Ja, was wird denn passieren? Nichts schafft er gegen Israel. Gar nichts schafft er gegen Israel. Warte mal ab die nächsten Tage. Und das ist euer Problem. Ihr versagt auf kompletter Linie. Denkt ihr, dass Israel machen kann auf dieser Welt, was es will? Es macht doch gerade das, was es macht. Wenn Israel... Ja, pass mal auf, ich will dir mal was sagen. Warum es das macht, will ich dir auch sagen. Alle Länder sind euch was schuldig. Ein einziges Land ist euch aber nicht schuldig. Und dieses Land wird euch nochmal in die Schrankenweite... Ja, wenn alle reden, dann verstehe ich gar nichts. Aber weißt du, was mir gefällt an diesem Konflikt, was jetzt Israel gemacht hat? Weißt du, was mir gefällt? Dass die muslimische Welt zusammenkommt und zusammen wiederhält. Ja, man sieht ja... Die Muslime wird doch selber zusammengearbeitet. In der Zeit, wo die Muslime geherrscht haben, haben die Juden und Christen herrscht nicht. Es geht ja nur darum... Es geht ja nur darum, dass die Menschen... Die Christen haben immer die Juden verfolgt. Die Juden wurden immer... So ein Quatsch, also du hast ja wirklich gar keine Ahnung. Das ist kein Quatsch. Ey, wer hat dir so eine... Das ist kein Quatsch. Das ist kein Quatsch. Das ist kein Quatsch. Abdull, lass doch mal. Guck mal. Diese Welt sieht ganz genau, was Israel macht. Diese Welt schaut ganz genau zu. Was ist es gegen Israel? 80% der Menschen? Völliger Quatsch, was zu sagen. Warte doch mal. 80% ist es also 13. Die Hamas? Wie viele sind denn israelisch Juden? Freiheitskämpfer... Warte doch mal. Die Hamas versucht als Freiheitskämpfer... Ey, das sind keine Freiheitskämpfer, Arsch und Lackgesoffen. Doch, das sind Freiheitskämpfer. Ja, Freiheitskämpfer, die Frauen und Kinder abschlachten. Die Israel sind ja richtige Männer sein, die Frauen und Kinder abschlachten. Das müssen ja richtige Männer sein, die sind richtig stark. Ach so, ach so, ach so, ach so, ach so. Was hat denn der israelische Staat gemacht? Da muss man schon ein starker Mann für sein, zu Hause reinzugehen und Frauen und Kinder zu töten. Es gibt kein Palästina, Israel. Die Palästina hat es auch noch nie gegeben, ihr habt gar keine Ahnung. Es wird auch niemals ein Palästina sein. Doch, ey, da tut es mir leid, dein Traum zu zerstören, das ist niemals Palästina gewesen. Es gibt es nicht. Jedes Land schuldet euch das. Ein einziges Land schuldet euch gar nicht. Ihr schuldet uns sehr viel. Zeig mir mal, wo Palästina ist. Sehr, sehr, sehr viel. Ich habe es nicht gesehen. Also, ich sehe es nicht auf die Karte. Die kannst du auch nicht sehen. Also, ihr schuldet uns so viel, ihr könnt das gar nicht mehr zurückzahlen. Habt ihr euch schon geklaut? So viel. Hallo, Abo TikTok, jetzt komm mal runter, bleib mal ruhig. Von 1968 bis heute habt ihr Land geklaut. Ich glaube, das ist eine Scheiße. Das kannst du ja nicht mehr ausdenken. mit seinen drei Schiffen. Ja. Ne, doch. Weißt du warum? Warte mal, Jungs. Hallo. Darf ich ganz kurz auch was sagen? Ich würde gerne mit Netanjau im Ring gehen. Eins gegen eins. Geh mal in den Ring mit, äh, da. Mit Netanjau. Mit Netanjau. Mit Netanjau. Mit einem von Netanjau. David, kurz meine Meinung dazu bitte sagen. Wir sind Zionisten. Vernünftige Unterhaltung. Das wäre toll jetzt. Ja, das geht gar nicht, wenn man schon beleidigt. Vernünftige Unterhaltung geht nicht, wenn man am Abzimmer legitimiert. Ich habe niemanden beleidigt. Nein, hast du nicht beleidigt? Habe ich nicht. Darf ich bitte meine Meinung dazu sagen. Heuschler ist keine Beleidigung. Ich rede nicht von Heuschler. So, alle bitte stumm. Alle bitte stumm, sonst fliegt ihr raus. Wir fangen jetzt an mit Bixpain und jeder darf was sagen. Alle nach der Reihenfolge. Bixpain fängt jetzt an. So, alle bitte stumm machen und dann nach der Reihenfolge. So, mit der ganzen Scheiße, die passiert ist. Was ist in Israel passiert? Die Leute sind auf die Straße gegangen, haben gegen Netanjau demonstriert. Ist es in Palästina passiert? Nein. Für mich ist es ein Zeichen, dass auch die Rabbiner haben selber gesagt, laut der Tora steht Israel laut der Tora kein Land zu. Ja. Okay, sei mal dahingestellt. Aber grundsätzlich setzen sich die Leute in Israel für euch ein und ich höre von euch nur, ihr hasst Israel, die sind alle scheiße oder sonst was. Du kommst jetzt nochmal, du kannst nicht für alle reden, weil die Mehrheit nicht so denkt, wie die orthodoxen, ganz ganz orthodoxen, okay? Bitte sag nicht alle. Ich sag nicht auch, was man was nimmt. Nein, ich sage doch nicht alle. Ich sage doch nicht alle. Ja, aber der Prozentzahl ist es ja sehr wenig. Du bist ja gleich auch noch dran. Lass doch mal ausreden. Ich rede davon, dass da Leute auf die Straße gehen und sich gegen Netanjau oder gegen die Regierung richten und sagen, das ist falsch. Und gerade dieser Punkt sollte eigentlich die beiden Seiten einen Grund geben, vielleicht einen Konsens zu finden oder einen Grund geben, einfach zu sagen, okay, wir können jetzt mal einen Punkt finden, wo wir jetzt zusammenfinden oder wir lassen es komplett. ja, das war mein Beitrag dazu. Darf ich was antworten darauf? Entschuldigung, darf ich auch was sagen, weil der Typ, der hat gerade was geschrieben, der hat gesagt, man verhandelt nicht mit Terroristen. Genau. Ja, warte, ganz cool. Okay, stopp, stopp, stopp. Besser darf man nicht mit Israel mit Israel verhandeln? Abo, Israel ist der Terrorist. Abo, du kriegst gleich deine drei Minuten und kannst deine... Okay, mach ich mich schon jetzt. Aber wir machen jetzt alle nacheinander. Jetzt würde ich ganz gerne noch einmal Moritz, wenn er denn da ist. Wir machen jetzt von unten nach oben, dass Moritz was dazu sagt, zu dem, was hier gesagt worden ist. Dann Hope, dann Abo und dann Tero. Moritz, bitte. Was soll man dazu sagen? Also wenn ich hier schon höre, dass wir wissen, dass die Hamas selber im Jahr wie viele tausende Raketen rüber nach Israel schießt und weiß genau, ja, wir werden zwar wenig davon treffen, aber uns ist wichtig, Israel schießt zurück und wir benutzen unsere eigene Zivilbevölkerung als Schutzschutz. Die Hamas selber, das ist bekannt. Die stellt das in zivile Infrastruktur rein, die Raketenstellungen, wartet, nachdem sie geschossen hat, auf eine Antwort von Israel und hält dann die toten Kinder hoch und sagt, ja, Kindermörder Israel. Die Hamas selber ist eine Terrororganisation, die kein Problem damit hat, ihre eigene Zivilbevölkerung zu opfern, bis zum letzten Palästinenser. Und da verstehe ich nicht, warum die palästinensische Bevölkerung sich nicht gegen diese Terroristen auflehnt. Weil wenn man mal überlegt, was würde passieren, wenn die Hamas die Waffen niederlegt? Es würde wahrscheinlich zufrieden kommen, weil Israel kein Interesse daran hat, irgendwie unschuldige Leute oder so zu töten. Bei der Hamas haben wir es andersrum. Denn die Hamas selber hat gesagt, die Zeit wird nicht anbrechen, bevor die Muslime die Juden bekämpfen und sie töten. Und die Hamas selber hat gesagt, sie wird nicht aufhören, bis Israel vernichtet ist. Weil sie hat selber gesagt, Israel hat kein Existenzrecht. Sämtliche Friedensverhandlungen sind vergebliche Lebensmüh. Und sie wird nicht aufhören, bis Israel komplett von der Landkarte getilgt ist. Der Ausruf Free Palestine ist ein Aufruf dazu, Palästina von Israel zu befreien. Und das ist die Auslöschung der Israelis, die dort leben. Das heißt, jeder der Free Palestine ruft, der ruft automatisch zu Terror durch die Hamas mit auf. So, das ist ja deine Ansicht, was du wahrscheinlich von den westlichen Medien irgendwo hergeholt hast. Die Hamas ist keine Trump-Organisation. Die Hamas ist eine Organisation, beziehungsweise die auch da unten Gaza geführt hat. Die haben Schulen gebaut. Was für Schulen gebaut. Wo ist das ganze Geld? Wo ist das ganze Geld, was reingekommen ist in Gaza? Die ganzen Milliarden. Wo? Wo? Erzähl mir mal, wo das ganze Geld ist. Bestimmt nicht bei den Menschen. Einfach ausreden lassen. Nein. Jeder hat jetzt seine Zeit. Haupt, du bist jetzt dran. Er hat sich nicht dran gehalten, als ist er rausgeflogen. Abu darf gleich auch alles dagegen sagen. Seine ganzen Argumente, alles darf er sagen. Jeder darf jetzt reden. So, Haupt, du bist dran. Also, wer für die Hamas ist, muss sich wirklich überlegen, was falsch bei dem läuft. Weil das ist Terror, aber sowas von Terror. Und Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. Nur weil Israel ein Abwehrsystem hat, heißt das nicht, dass man Israel mit Raketen beschießen kann. Weil wenn die das nicht hätten, dann würden die ja auch fallen. Und wenn Israel Gaza auslöschen möchte, dauert es nicht mal eine halbe Stunde und dann ist dort alles platt. Aber, habt ihr schon mal einen Krieg gesehen, wo jemand kommt und sagt, ja, geht mal bitte aus den Häusern, wir machen die kaputt. Oder schickt irgendwelche Zetteln von oben runter und sagt, ja, ihr müsst dahin gehen oder da oder in diesen Stunden. Nein, das gibt es nicht. Bei einem Krieg, da sagt man nicht dem Gegner, ja, geh mal bitte raus, weil wir machen jetzt das kaputt, weil das der Hamas gehört. Haupt, bist du fertig? Ja, ich bin fertig. Okay, sehr gut. Also, der Moritz hat eigentlich wirklich alles gesagt, was man sagen kann. Also, besser ging es. Also, ja, dann stumm dich mal, Abu, dann hast du jetzt deine drei Minuten, bitte. Danke vielmals. Auf jeden Fall, man muss ja gucken, wer ist stärker, wer hat mehr Macht, wer stabiler gegenüber Phalästien. Das ist auf jeden Fall Israel, das ist meine Meinung, die sind stärker. Und wenn man die Geschichte genau betrachtet, es sei denn, man ist ein Heuchler, das ist wirklich meine Meinung, dann sieht man, dass Israel Terror schon seit 75 Jahren an den palästinensischen Volk ausübt. Terror. Richtige Terroristen. Die töten kleine Kinder, die töten Frauen, die verhaften Kinder. Fünfjährige, das war ja vor der Hamas. Die Hamas ist ja entstanden normal. Irgendwann die Menschen, das ist so wie in Afghanistan, da waren Menschen, eine Zivilbevölkerung, die haben gesagt, unsere wirtschaftliche Lage ist so schlecht, auch Amerika ist da, die ganze Welt war da, Europa war da, Russland war da, uns ist egal, wer herrscht. Holt uns Taliban, holt uns Hitler, uns ist egal, wir wollen nur noch Freiheit. Und die israelische Regierung hat nicht human und vernünftig und demokratisch mit dem Palästinenser, sind die nicht umgegangen. Die wollten die vernichten, haben immer mehr Land langsam geklaut mit der Erlaubnis der NATO. Also der Aggressor, das ist Israel. Das ist der Aggressor und jeder, der eine andere Meinung hat, der ist weit weg von der Realität und einfach nur ein Heuchler, der Geld verdient meiner Meinung nach von irgendjemandem und der Angst hat, seine Meinung zu äußern. Die Israelis, die haben so viele Gräueltaten gemacht gegenüber den Palästinensern. Das sind so richtige Narzissten, richtige toxische Narzissten. Die schlagen dich, schlagen dich, beleidigen dich, schlagen dich, schlagen dich, schlagen dich und einmal du wehrst dich und dann sagen die, oh, du bist schuld, nein, du bist schuld. Genau so ist das und so ist der ganze Westen. Die ganze westliche Politik ist narzisstisch und toxisch. Die wollen keine Diplomatie, die wollen keinen Frieden. Selbst die Hamas wollte Frieden und zwei Staatenlösungen machen mit der israelischen Regierung, aber die wollen das nicht. Die wollen immer, guck mal, die haben so ein kleines Land, kleiner wie Hamburg, haben die das eingekreist mit Mauern und kontrollieren alles. Denn das Wasser, das Strom, die kriegen nichts, keine Perspektive. Ist doch normal, dass man ausflippt. Selbst in Corona, als wir hier Corona hatten für zwei Jahre, die Menschen sind doch schon durchgedreht, weil die Regierung ein bisschen Einschränkungen gemacht hat. Was denkt ihr dann, was da hinten ist? Da hinten ist nichts. Entweder get rich or die trying. Entweder ich werde jetzt reich oder sterbe. Fertig. Okay, bist du fertig? Genug ist genug. Also der israelische Staat ist ein Terrorstaat. Und fertig. Das ist meine Meinung. Danke. Okay. Wunderbar. Das ist keine Hetze. Ey, guck mal, der sagt Abo Hetze. Mausi, sei ruhig. Das ist keine Hetze. Das ist die Wahrheit. Immer diese gleiche Ausreden. Abo? Mein Gott, Alter. Du hast einen Moment bekommen? Ich stunde mich jetzt. Torero, das ist jetzt dein Moment. Hinterher nehmen wir eure Aussagen auseinander. Aber erst könnt ihr eure Aussagen treffen. Bitte. Also in erster Linie möchte ich erstmal betonen, dass dieses Problem schon seit 1968 bis heute andauert. Die israelische Regierung hat es geschafft, die Palästinenser so weit in die Ecken zu treiben. Das heißt, wenn ihr euch die Karten von 1968 bis heute anschaut, werdet ihr sowieso sehen, welches Land hier ausgeraubt hat. Das heißt, die haben sich auf dieses Land niedergelassen, was denen gar nicht gehört. Das ist Punkt eins. Dass da der Hamas irgendwann nach vorne drischt, um sich jetzt endlich auch mal zu wehlen gegen die, das versteht schon die ganze Welt. Darüber hinaus finde ich es absolut klasse, dass ein Spanier genau richtige Positionen bezieht und auch das Kind direkt dann beim Namen nennt. England, hunderttausende von Menschen, die auf die Straße gehen und genau das erkannt haben, was hier die meisten total nicht anerkennen möchten oder beziehungsweise die Israelis nicht anerkennen möchten, dass ein Krankenhaus... So, ganz kurz. Ich darf nicht unterbrechen, das ist mein Live. Ich muss dich kurz unterbrechen. Stopp, ganz kurz. Also, du kannst alles sagen, was du willst, aber du kannst, und das bitte in meinem Live nicht, du kannst eine Meinung haben, das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber wenn du noch einmal das legitimierst und sagst, das hat mit der Hamas, das hat irgendwas mit Widerstand zu tun, das, was sie gemacht haben, auch am 7. Oktober, ist so weit vom Widerstand entfernt, wie ich der nächste Präsident von Amerika werde. Also, wenn du das noch einmal sagst, dann fliegst du hier raus, weil das ist absolut unmöglich und ekelhaft. Warte mal, ganz kurz mal, wer ist denn, wer redet? Ich, der Horst, Löwenetz. Das ist dein Live, ne? Mein Live, ja, richtig. Und sowas kann ich nicht akzeptieren, bei niemandem. Du erlaubst nicht die eigene Meinung, die man hat. Das ist keine Meinung. Terrorismus und Kinder umzubringen, ist keine Meinung und auch kein Widerstand. Da gibt's keine Toleranz für. Also, Kinder umgebracht, das wurde nicht gemacht, ja, von der israelischen... Habe ich nicht gesagt. Hörst du mir überhaupt zu? Habe ich nicht gesagt. Hörst du nicht hören möchtest in deinem Live? Nein, nein, nein. Ich möchte nicht hören, dass Leute das tolerieren, dass Menschen in Häuser reingehen, Frauen vergewaltigen, abschlachten, auf den toten Körpern rumtanzen und sich dabei auch noch feiern... Wer erzählt denn sowas? Wo hast du denn deine Quelle her? Das haben die Hamas-Kämpfer selber schon beschädigt. Die haben das gefilmt. Im Moment sieht die Welt von überall zu. Moritz, bitte. Egal, ob du das verniedlichen möchtest oder nicht. Und wenn euch das nicht passt, schmeißt den Kämpfer aus deinem Live rein. Wir haben Videomaterial. Wir haben Nachweise, dass wir sehen, wie die Hamas-Kämpfer in ihren eigenen Bodycam da reingehen. Die Elis haben sogar Bodycams von der Hamas gesammelt. Schick es doch einfach an die Fernsehsender. Wer Hamas unterstützt, ist denn Deutschland unter Strafe? Wir dürfen das im Fernsehen gar nicht zeigen. Wenn du sagst, dass die Hamas das gemacht hat. Komm, schick es doch einfach an das Fernsehen. Ich bitte dich drum, dass die mit Zulack gesammelt werden. Die Hamas hat das wirklich keiner im Fernsehen zeigen, weil das Fernsehen auch noch gewisse Grenzen hat, was Brutalität angeht. Und wenn du dann siehst, dass da Leute aus den Häusern geschleift werden, die tot sind. Dass da diese Häuser zersiebt sind und in den Leichen rumliegen. In den Autos Leute, die lebendig verbrannt sind. Die Quellen. Schau dir das Videomaterial an. Schau dir das Videomaterial an. Das ist unerträglich. Das ist keine Diskussionsgrundlage. Das ist absolut ekelhaft. Das sind Menschen, die haben gar keine Ahnung. Die leben genau... Also wirklich, so Leute, die können bei der Hamas wirklich Mitglied sein. So Leute braucht die Hamas, die so denken... Abo, du könntest dich gerne in Stumm und Mitreden. Jetzt könnt ihr die Diskussion ruhig offen machen. Also Abo, es ist kein Problem. Also ihr könnt jetzt ruhig diskutieren. Alles gut. Löwenherz, ganz kurz bitte. Du musst wirklich aufpassen. Weil, das hat Herr Reu auch schon öfters gesagt, dass gerade die Unterstützung einer Terrororganisation auch für dich relevant sein könnte. Ja, aber ich sag das ja gar nicht. Ich stell mich entschieden dagegen. Also ich lass mich noch ein bisschen... Ich bleib noch ein bisschen stumm, aber ich bin gleich da, ja? Ähm, aber wenn es hier im Live gemacht wird, du wirst dir erst anspruchsbar sein. Das wolltest du damit sagen. Ja, das ist alles gut. Ich wurde auch schon ein paar Mal gesperrt, aber ich werde ja wieder entsperrt. Weil das erstens nicht meine Worte sind und sowas würde nie über meine Lippen kommen. Und zweitens, die künstliche KI merkt ja die ganzen Worte, die du gesprochen hast, analysiert das. Und dann bist du wieder freigestellt. Ich weiß, welche Sachen ich sagen kann und welche nicht. Und ich würde niemals eine Unterstützung für so etwas hier im Live kundtun. Würde ich nicht machen. Ich stell mich entschieden dagegen. Löwenherz, du kannst diese Leute ruhig melden, ja? Es gibt voll viele Lives, die melden dann diese Leute. Die machen so eine Liste. Die kann man ruhig melden. Weil so Leute, die gehen dann in anderen Lives und erzählen den Leuten, den Kindern, irgend so eine Scheiße. Und dann gehen die raus und schreien dann da irgendwie Hamas oder so oder sind dafür. So entsteht sowas. Wisst ihr, was mein Problem ist? Dass alle, die hier reinkommen und sich mit dieser Terrororganisation solidarisieren, dass die alle, wenn man sie darauf anspricht, direkt sagen, aber Israel. Aber Israel. Ich habe noch nicht einen gehört, der sich einfach entschieden dagegen stellt und direkt sagt, ey, wisst ihr was, ihr habt vollkommen recht, ich bin absolut dagegen. Das ist eine Terrororganisation, absolut widerlich. Nein, es wird immer direkt relativiert, es wird ausgewichen und direkt auf Israel. Direkt aber Israel, aber Israel. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Wenn ich jetzt jemanden töte, das ist doch komplett Banane. Ich gehe jetzt los und bringe jemanden um. Ja, dann kann der jetzt losgehen und auch irgendwelche Leute. Das ist komplett... Ihr probiert das, was die Hamas gemacht hat, diese absolut ekelhaften Terror-Taten zu relativieren, indem ihr sagt, ja, die Israelis machen das auch. Sag mal, was stimmt mit euch? Ich habe heute ein Video von einem Journalisten gesehen, wo ein Journalist, als die israelische Armee, als die die Hamas-Kämpfe ausgeschaltet hat, haben die Bodycams eingesammelt und haben dieses Videomaterial zusammengeschnitten. Da sind Journalisten, die mussten den Raum verlassen, weil das zu schwer ertragen, also das konnten die nicht ertragen, was sie da gesehen haben. Und da hat ein Journalist erzählt, dass die Hamas-Kämpfer in die Häuser reingegangen sind, die Frauen und Kinder auf brutale Art und Weise aus den Betten rausgeholt haben, geschlachtet haben und daneben standen und auch noch Cola getrunken haben, mit dem Handy gespielt haben und sich gefreut haben. Und wie kann man solche Menschen auch nur ansatzweise unterstützen oder sagen, das sind Freiheitskämpfer? Wo hat das mit Freiheit zu tun? Das ist nicht Märchenstunde, Torero einmal bitte rausschmeißen, stumm. Das ist nicht Märchenstunde, das ist Fakt. Also ganz ehrlich, Leute, ihr seid so weit weg von... Absolut, Entschuldigung. Prost, Löwenherz. Absolut liegst du falsch. Wirklich. Meiner Meinung nach. Ich sag dir warum. Erstens, ihr habt keine Videobeweise dafür. Ich hab keine Videobeweise. Hörst du eigentlich zu? Hörst du eigentlich zu? Ich hab noch nie so ein Video gesehen. Ich kann's dir gerne schicken. Lass mich bitte ausreden. Lass mich bitte ausreden. Lug den doch eh nicht. Du sagst ja, du sagst ja, die haben die Menschen rausgebeten, weil das so schwer war zu ertragen. Okay, was ist mit dem... Ich sehe jeden Tag Katastrophenvideos von Menschen, die an der Wand geklatscht sind, also ihr Körper komplett, von den Bomben. Kleine Kinder tot, Arm ab, Kopf ab, alles ab. Hörst du eigentlich zu? Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass man es nicht relativieren soll. Und was magst du, du relativierst es? Ja, es gibt auch einen Ruf. Hör doch mal auf zu relativieren, sondern geh darauf ein. Das kannst du nämlich nicht. Weil du genau weißt, dass es so ist. Und du relativierst damit Terror. Du relativierst damit Massenvergewaltigungen. Du relativierst damit Geiselnahmen. Hörst du eigentlich zu? Sag mal, was hast du eigentlich? Okay, lass mich doch ausreden. Typisch arroganter Muslim, was redet ihr? Guck mal, erst mal das und zweitens... Was hat er noch gesagt, der Kollege? Der Kollege hat gesagt, ja, die können nicht sofort auf Hamas sagen, dass die Terroristen sind. Die können sich nicht darauf fixieren. Dieses Spiel wollt ihr. Du kannst nicht deine Augen zumachen von Israel und nur die Hamas sind. Lass mich mal ausreden. Du hast wirklich ein Problem. Ich weiß den raus, der hat nichts Inhaltliches beizutragen. Wir drehen uns im Kreis. Schmeiß den einfach raus, der hat nichts beizutragen. Du hast gleich noch mal die Chance, noch mal hochzukommen. Aber das, was du gesagt hast... Sag mal, du bist ja... Also, er sagt, diese Videos gibt es nicht. Leute, diese Videos... Ja, es gibt diese Videos. Es gibt diese Videos. Ich habe diese Videos gesehen. Aber Israel hat Respekt vor den ganzen Leuten. Die Eltern, die die Kinder... Und die anderen Kinder, die Kinder sehen wie die sterben. Und das ist denen scheißegal. Aber Israel respektiert die Toten. Es werden nicht einfach Tote gezeigt im Fernsehen. Keine Mutter und kein Vater möchte das. Der normal ist. Wir haben da einen entscheidenden Unterschied. Und das ist nämlich der Punkt. Die Palästinenser bzw. die Hamas instrumentalisiert die Opfer, stellt sie zur Schau, möglichst grausam, damit das in der islamischen Welt rund geht und damit man sich auf die Seite stellt, um halt weiteren Terror zu rechtfertigen. Nämlich das ist das Problem. Aber die Israelis haben wenigstens noch einen Respekt vor den Starkverletzten und vor den Toten und zeigen das nicht. Ganz ehrlich, das ist grausam, Leute so zu instrumentalisieren. Gezeigt wird tot oder in Stücke oder weiß was ich was. Welche Mutter will das? Und was die Leute nicht verstehen, ich kann das einfach nicht akzeptieren. Ich habe, wie oft, also Leute, ihr hört mir auch nicht zu, auch die Muslime, die hier reinkommen und mich immer beleidigen und angreifen, gleich wieder in meinem Postfach, werden wieder Morddrohungen gegen mich sein. Ich weiß, das ist ja jeden Tag. Ja, mehr als das könnt ihr nicht. Aber ganz ehrlich, ihr versteht das nicht. Wer von uns hat einmal irgendwas gut geheißen, dass Kinder im Gazastreifen bombardiert werden und dabei sterben, keiner findet so etwas gut. Niemand. Aber ihr müsst euch jetzt auch mal fragen, woher kommt das? Die Hamas macht einen Terrorangriff, schlachtet Frauen und Kinder. Sag mal, was erwartet ihr denn von der israelischen Armee, was als Reaktion passiert? Sag mal, habt ihr irgendwie laket? Was glaubt ihr denn, was die machen? Natürlich antworten die. Sag mal, was erwartet ihr, was denn passiert? Sag mal, geht es euch gut? Darf ich noch was einwerfen? Ja, bitte. Bitte. Wie gesagt, vor ein paar Tagen hat ja der Chefkoch hier von der Hamas gesagt, keiner wird das Land verlassen bis zum letzten Palästinenser. So. Jetzt müssen die Palästinenser aufstehen und sagen, was wollt ihr von uns? Wir sind doch nicht eure Opfer. Aber so, was machen die Leute hier in allen Ländern, stellen sich denn auf die Seite der Hamas und sagen, ja, ist geil, was sie macht. Alter. Es sind ein paar Leute, die haben keine Waffen, gar nichts. Die sind jetzt dem ausgeliefert. Die kommen nicht ins nächste Land, die können nichts weiter machen. So, weißt du? Die können auch nicht aufstehen. Was wollen sie machen? So. Die Hamas hat Haufen Waffen, die können nur flüchten. Und es gibt Leute, die das hier unterstützen, was die machen. Die würden auf jedes Menschenleben scheißen, egal ob es ein Palästinenser ist oder ob es eine Israelin ist, scheißegal. Richtig. Und Big Spain ganz kurz. Ich hatte gestern mit Kian, war ich noch bis nachts drin, da sind Leute reingekommen, die Kian beleidigt haben, die ihm den Tod gewünscht haben und alles Mögliche. Ey, ich sag euch ganz ehrlich, mich mit solchen Menschen, mit solchen Tieren auseinanderzusetzen, die so eine ekelhafte Meinung haben und auf die ganzen Toten. Ey, zu Hause sind deutsche Familien von Deutsch-Israelis, die auch da waren auf diesem Musikfestival. Die Mütter weinen zu Hause, weil ihre Kinder nicht aus dem Urlaub kommen. Sag mal, wo lebt ihr? Ihr feiert, wie kann man sowas feiern? Sag mal, habt ihr Lack gesoffen? Ich werde, TikTok macht mich behindert. Ich muss gleich mein Handy kaputt machen. Ich werde bescheuert von TikTok, wenn ich mich mit solchen Menschen rumschlagen muss. Wirklich, ich kann das nicht ertragen. Ihr könnt jetzt weiterreden, weil ich brauche jetzt fünf Minuten Pause. Das kann sich nicht ertragen mit solchen Menschen. Erik, das Problem ist, ich kann es ja irgendwann... Warte mal. Kann ich gleich sprechen nach dir? Warte mal, ich wollte Ihnen nur kurz was dazu sagen. Also das Ding ist, was soll man anderes sagen? Wir sehen einen Ausschnitt. Wir sehen, dass da eine Frau oben ohne auf einen Pick-up-Truck geladen wird. Die liegt da reglos. Wir wissen nicht, ob sie lebt oder nicht. Wir sehen, dass Leute auf sie draufspucken. Allahu Akbar schreien und sie sich darüber kaputt lachen, dass da eine Frau oben ohne gedemütigt auf einem Pick-up-Truck liegt. Sag mal, was soll man da denn bitte denken, jeder, der noch ein bisschen Menschlichkeit in sich hat? Das ist eine Zivilistin, die nichts getan hat und die da einfach, je nachdem im Nachhinein noch stundenlang und tagelang vergewaltigt wird. Was soll man da denn anderes denken als über so Leute, die sowas machen? Das ist doch eines der brutalsten Sachen, das Schlimmste, was man antun kann. Das würde auch eigentlich so kein Mensch machen, der noch ein bisschen Menschlichkeit in sich hat. Was soll man da denn anderes denken? Ich finde es richtig grausam, was passiert. Also diese ganze Relativierung, um einfach davon wegzulenken, was Hamas macht. Weil wir wissen, dass der Minister von Hamas gesagt hat, dass er die ganzen zwei Millionen Menschen von Gaza opfern würde und mit umbringen würde, nur damit sein kriegerisches Ziel oder das Ziel von Irak erreicht wird. Und das, was mit den Raketen passiert, was am 7. Oktober schiefgegangen ist, erleben die Israelis jeden Tag. Sie haben die ganze Zeit Glück gehabt, sich so verteidigen zu können mit den Raketen, damit nicht so viel passiert, wie dann leider in den letzten zwei Wochen passiert ist. Aber sobald halt die Verteidigung weg ist, wissen wir, dass es alle trifft. Weil der Luftraum von dem Rand Gazas ja auch mit dem Iron Dome mitgeschützt wird. Und das vergessen ja auch sehr, sehr viele. Und ich habe hier ein Video, wo jetzt nur weißen Lichtern die Raketen angezeigt werden und woher sie kommen über Beirut. Und wir sehen hier, da ist doch ein Rand, weil wir wissen ja, bei Gaza ist am Ende eine Mauer. Und die Raketen sind von Gaza gekommen. Israel hat da nicht abwehren können oder es waren nur wenige Raketen, die zum Schutz dagegen gewehrt haben. Und dann ist es in dieser geografischen Lage über ein Krankenhaus gekommen. Aber die Raketen, die den Krankenhauszerstörung verursacht haben, waren hinter dieser Mauer hinter Gaza. Und das ist das, was passiert ist. Wir können auf der Tape pressen, auf der Tape pressen und Sie können sehr clearly sehen. Again, das ist Channel 12's Kamera. Sie sehen die Raketen. Das ist die lefte, redne Stamm, auf der Hospital, die ist auf der Seite, und Sie können sehen die Blast. Das ist proof von dem Fakt, dass es kam von der Gaza Strip. Our Kameras, Channel 12's Kameras. The President of the United States has already said, it appears it was done by the other team. Meaning he also realizes that it was shooting from inside Gaza over the hospital. Ja, Marvin, weißt du, was ich glaube, Marvin? Marvin? Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber ich glaube wirklich, dass die Hamas eigentlich ganz Gaza bombardiert. So ist es auch. Die versuchen sich ja dann immer zu verstecken. Marvin, das war natürlich ironisch. Das zeigt, wie, keine Ahnung, deine Weltanschauung kaputt ist. Das heißt, du zeigst einen Angriff, was ich nicht bestätigen oder verleugnen möchte, dass ein Krankenhaus mit 500 Toten bombardiert wurde, egal von welcher Richtung jetzt. Du relativierst 5.000, das würde den Leiden sprengen. Es gibt hunderte Videos. Es gibt nicht nur dieses eine Video. Die ziehen sich auch selber aus den Häusern. Die ziehen sich auch jeden Tag. Sibum und Marvin. Sibum und Marvin. Marvin, warte kurz. Marvin, warte kurz. Sibum, ich weiß ja, ich kann mich ja mit dir ganz gut unterhalten. Du bist ja jetzt schon öfters hier drin gewesen. Du bist ja auch relativ ruhig. Du machst das ja sehr, sehr sachlich, auch wenn du eine andere Meinung hast als in Ordnung. Aber hier war gerade jemand drin und es tut mir leid, der sich wirklich für Terror ausgesprochen hat, der gesagt hat, dass die Hamas, dass das alles super war, was sie gemacht haben und der auch gesagt hat, dass das alles nicht stimmt. Ganz ehrlich, wie soll ich denn mit solchen Menschen eine Gesprächsgrundlage finden? Wie soll sowas funktionieren? Wer solche Ekelhaftereintagen toll findet? Ich weiß auch eins, dass ihr in eurer Meinung extrem festgefahren seid. Und ich bin, obwohl du es mir jetzt vielleicht nicht glauben sollst, ich versuche wirklich sehr neutral das Ganze zu betrachten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn der Marvin sagt, viele relativieren das, ist diese israelische Geisel auch jemand, der das alles relativiert hat, wenn sie sagt oder wenn sie kritisiert wird, warum haben sie denn dem Terroristen die Hand geschüttelt? Und sie sagt, wir wurden so gut behandelt und respektvoll und, und, und. Und dann fragt man sich doch schon, was ist denn hier jetzt faul? Ja, auf der anderen Seite. Und die, die andere Meinung vertreten, die fühlen sich natürlich bestärkt, dass die sagen, guck mal, die war zufrieden, die wurde gut behandelt. Und der Zweifel wird ja immer größer, weil man sagt, okay, die Hamas hat diesen Terroranschlag verübt. Ist das Ausmaß wirklich so, wie man uns berichtet? Weil eins können wir ja nicht leugnen. Wir können ja den Medien oder diesen Propagandakrieg ja nicht irgendwas bestätigen. Und ich finde einfach, dass wenn irgendwas aus der israelischen Seite oder aus den westlichen Medien kommt, ihr voll drauf auf dieses Pferd drauf springt und die anderen genauso. Und versucht doch mal auch mal ein bisschen neutral auf die, auf die Dinge zu gucken. Und ich finde, ihr seid extrem festgefahren in eurer Meinung. Schau mal, Simum, woher weißt du, dass diese Videos nicht unter Gewaltandrohungen gemacht wurden? Weil wir wissen auch, wie gesagt, die sind bewaffnet. Und dass die keinen Skrupel haben, Leute zu erschießen, das wissen wir bereits. Also woher kannst du mir mit Sicherheit sagen, dass dieses Video nicht unter Gewaltandrohungen entstanden ist? Kannst du mir das mit Sicherheit sagen? Ja, kann ich dir, weil das nach der Freilassung war. Das heißt, das israelische Fernsehen hat die Dame interviewt. Ja, und nicht währenddessen. Also beim Verabschieden hat sie die Hand gegeben und dann wurde sie ja übergeben. Dann kam sie wieder nach Israel und dort wurde sie interviewt vom israelischen Fernsehen. Also gab es, oder wenn du sagst, keine Ahnung, dann waren das Journalisten der Hamas. Dann passt das in deine Weltanschauung. Simum, ganz kurz, ich möchte dir dazu was sagen. Warte, darf ich kurz antworten? Ja, warte, Moritz, darfst du sofort? Ich will nur einen Satz. Weißt du, was ich schwierig finde? Dass wenn jetzt bei aller Menschlichkeit, was auch vollkommen in Ordnung ist, wenn Geiseln freigelassen werden, was ich auch sofort unterschreiben und unterstützen möchte, was ich sehr gut finde, ändert das doch immer noch nichts daran, wie kann man denn sagen, dass diese ganzen 1400 Toten, die wirklich nachweislich auch da sind, dass die auf einmal alle nicht da sind und dass das alles gar nicht stattgefunden hat. Wie willst du denn sowas vertuschen? Wie willst du 1400 Tote vertuschen? Aber schau mal, Löwe, du hast recht, wenn du sagst, die sind bestätigt. Aber du weißt nicht, dass sie bestätigt sind. Also du hast etwas aufgegriffen von den westlichen Medien und sagst, die sind bestätigt. Du kennst nicht die wahre Statistik. Guck mal, Horb ist doch Israelin. Die war doch auch in der israelischen Armee. Die hat doch bestimmt Kontakte nach Israel. Wo soll das denn jetzt gelogen sein? Oh, vielleicht kannst du was dazu sagen. Ich sag nicht, dass es gelogen ist. Ich sag nur, ihr seid festgefahren in eurer Meinung. Du meinst also, dass wir ein Meme-Problem haben. Die Sache ist aber, ein Meme-Problem ist, wenn man festgefahren von einem Vorurteil ist, dass man in der Echo Chamber ist. Das denkst du überhaupt gerade so. Jetzt stellt sich aber die Frage, wer hat sich denn alle Sachverhältnisse angeschaut? Wenn jetzt eine Gruppe der Greiselnehmer freilöst und das in den Medien proberiert, heißt es ja nicht, dass das alle machen. Und wir haben ja auch genauso Berichte, wie Leute, die festgenommen waren als Geisel, umgebracht werden. Und dann musst du die ja auch aushebeln können, um deine Theorie zu bestätigen. Kannst du aber nicht. Die Leute sind immer noch vermisst. Okay. Ach so, der Dings ist erst dran, ne? Moritz, okay. Ja, Moritz, du darfst jetzt. Alle Leute, die hier drin sind, bitte liken. Und komm, mach den Stream groß. Moritz, bitte. Das Ding ist, was ich mich natürlich frage, ist, wir haben gesehen, wie diese Geiseln entführt wurden. Wir haben gesehen, dass diese Geiseln gedemütigt wurden bei der Entführung und wir haben gesehen, dass wir wissen inzwischen, dass viele von denen schon tot sind, beziehungsweise bis sie tot gewesen sind, auch teilweise vergewaltigt wurden. Das wissen wir. So, jetzt ist halt die Frage, jetzt lass mich mal kurz aussehen, jetzt ist halt die Frage, du kannst doch sicher meinen Misstrauen verstehen, dass wenn da gesagt wird, hier, die wurde gut behandelt, obwohl wir wissen, was mit den Geiseln gemacht wurde, dass ich da hinterfrage, ob da wirklich eine gute Behandlung hinter gestanden hat oder ob das wirklich jetzt im Nachhinein eine Aussage gewesen ist, dass da noch was anderes hinter ist. Das kannst du auch verstehen, warum ich so denke. Auf jeden Fall. Moritz, ich bin voll auf deiner Seite, wie du gesprochen hast. Und ich würde noch mehr mit dir sympathisieren, wenn du genau diese Taten, die die israelische Armee tut, die ziehen auch Kinder raus. Es gibt ganz viele Kinder, die gefangen sind in israelischen Gefängnissen. Es gibt auf der anderen Seite genau... Kinder? Kinder? Was verstehst du unter Kinder? Unter 18, unter 14-Jährige sogar. Ah, okay, okay, genau. Gibt es wirklich. Genau. Hast du die gesehen? Warst du da? Ich habe gesehen, wie die abgeführt worden sind. Ich weiß nicht, ob du in die Seite vertreten hast. Ich habe die Videos gesehen, wie die abgeführt sind. Entschuldigt bitte. Ich würde noch eine letzte Frage beteiligen. Aber lass mich doch mal Moritz noch mal zu Ende sprechen. Nur die Botschaft an Moritz und dann kannst du gerne was sagen. Moritz, wenn du diese Sympathie, also diese Neutralität warst und ich würde alles unterschreiben, was du eben gesagt hast und das Gleiche auf der anderen Seite empfinden würdest, dann begegnest du allen anderen auf Augenhöhe und wirst auch viel mehr Sympathie und Verständnis erfahren. Darf ich dir dazu was dann sagen, Jordan? Darf ich dir dazu nur sagen. Also ich kann sagen, jedes Kind, was unrechtmäßig, wenn es so sein sollte, von israelischer Seite festgenommen wurde, ohne dass irgendetwas davor passiert ist. Sei es jetzt zum Beispiel, dieses Kind hat irgendeine Straftat begangen beziehungsweise irgendeine Gewalthandlung. Wir wissen, dass das auch nicht so unüblich ist. Jedes Kind, bei dem das ohne irgendeinen Grund gemacht wurde beziehungsweise wo es keine Rechtfertigung für gibt, die nachvollziehbar ist, stehe ich vollkommen hinter jedes Kind, was da zu Unrecht behandelt worden ist, stehe ich da, wenn das so sein sollte, dahinter und sage, nein, das ist zu verurteilen. Ganz klar. Also ich habe da noch kein Kindergefängnis gesehen. Ich weiß nicht, was du gesehen hast, aber ich nicht. Hoop, es gibt keine Kindergefängnisse, die werden ganz normal ins Gefängnis gesteckt. Ah, genau, genau. Und wir kennen auch die ganzen Kinder, die aus den Häusern gezogen werden in der Westbank. Willst du das verleugnen, Hoop? Du warst ja in... Willst du das verleugnen? Ich brauche da nicht hin. Da sind dutzende internationale Einheiten, die das mitkriegen. Willst du leugnen, dass die Familien und Kinder aus den Siedlungen rausgeworfen werden? Das kannst du nicht verleugnen. Hast du das gesehen? Hoop. Warst du nicht? Du sagst doch... Verleugnen es nicht. Wir sollten es auf Medien achten. Wir sollen doch nicht drauf gucken, was die da sagen. Nein. Pass mal auf, ich kenne Palästinenser, ich kenne auch Juden, kein Israeli, kenne ich leider nicht. Aber ich kenne auch Juden. Und ich sage dir, es ist Fakt und es ist auch international so bestätigt worden von der UN. Denn, was gibt es denn noch Höheres, was die Menschlichkeit angeht? Die haben es bestätigt und hör doch auf, Hoop, guck mal, ich begrüße es, wenn du Israeli bist. Ich begrüße es, wenn du für dein Land stehst. Aber bitte, wenn du diese Haltung nicht veränderst, dann kannst du auch nicht, dann kannst du auch nicht das von anderen verlangen, die dann ganz anders denken. Weil du verschließt dich diesem Thema... Vielen, vielen Dank, Bruder. Danke dir. Entschuldigung. Ich muss mich bedanken, Entschuldigung. Warum? So, weiter, bitte. Okay. Ach so, hier, dein Preis. Ja, und warum verschließt du dich denn dieser Realität? Lass es doch. Du machst dich doch als Israelin noch beliebter, wenn du mal ein bisschen diese Realität wenigstens zulässt. Du kannst gerne darauf antworten, wenn du noch darfst. Also, ich würde jetzt auch noch etwas antworten, was ich an der Politik kritisiere, was dort passiert ist. Und zwar betrifft es die Schikanierung der Flüchtlinge, die bis 2014 da war, wo man eine Mauer um die Flüchtlingscamp gemacht hat und die Prozesse der Migration annektiert hat. Und das ist auch nachweisbar, habe ich auf meinem YouTube-Channel. Ich habe auch auf meinem YouTube-Channel, wie Äthiopien rassistisch beleidigt wurden, obwohl sie zu Juden gehören. Und da bin ich auch dagegen. In Israel sollten unter sich Juden auch keinen ethnischen Krieg machen oder ethnische Defamierung machen. Aber das hat ja trotzdem jetzt nicht mit der Krise zu tun, über die wir jetzt sprechen. Selbstverständlich hat das was damit zu tun, wenn du Menschen transalierst, Menschen wie zweiter Klasse behandeln. Also, ich meinte jetzt, mit der Terror-Miliz-Krise, mit dieser kritischen Krise, hat das Flüchtlingsthema nicht zu tun. Marvin, ich frage dich was. Was ist als erstes entstanden? Israel. Was ist aus den ganzen Konflikten, die entstanden sind, egal von beiden Seiten, egal wer jetzt schuld ist, was ist danach entstanden? Die Hamas. Okay? Wir wissen auch, ja, Israel war beteiligt wegen PLO und was weiß ich was. Alles gut. Aber trotzdem, jede Unterdrückung, jede Unterdrückung wird Terror mit sich bringen. Und das Einzige, wir sehen das in der Geschichte permanent, in jedem Konflikt, das wo Unterdrückung ist, wird die Bevölkerung aufstehen. Und sie wird Terror verüben. Das ist das Gesetz der menschlichen Rasse. Okay, und das rechtfertigt du jetzt? Nein, ich rechtfertige das nicht. Aber du weißt schon, dass die Hamas, aber hör mal zu, auch wenn es so wäre und wenn es so ist, aber die Hamas hat doch gar kein Interesse an ein, zwei Staaten oder irgendwie etwas. Die wollen ja nur Israel auslöschen. Die haben dann keine Forderung, außer ihre Geiseln, die in den Regenissen sitzen. Hast du ja selber mitbekommen oder nicht? Liebe Hoop, wenn die das verlangen und diese Ideologien sich tragen, erkenne ich es auf der anderen Seite genauso. Und ich verurteile beides. Und die israelische Regierung hat auch kein Interesse an einem Zwei-Staaten-Lösung. Ich weiß, dass sie auch kein Interesse haben. Genau, und das ist das Problem. Du kannst nicht in den Terror vertrauen und sagen, komm, wir machen es zu zweit, das kann man auch nicht. Schau mal, nur die Hamas-Einheit macht drei Prozent der palästinensischen Bevölkerung im Gaza-Streifen aus. Von wo weißt du das? Von wo weißt du das? Hast du es ausgerechnet? Ja, genau. Weißt du denn, wer dort für Hamas ist oder für nicht? Das weißt du nicht. Hast du die Videos gesehen an demselben Tag noch? Die haben da gefeiert. Die haben da gefeiert. Danach haben die natürlich geweint, ja? Das ist ja zu verurteilen, aber auf der anderen Seite habe ich das ja auch gesehen. Nochmal, ich versuche, ich bin kein Anwalt von Palästinensern. Ich versuche wirklich neutral zu sehen, aber du verhältst dich wie ein Anwalt Israels. Nein, ich verhalte mich nicht. Aber guck mal, ich habe das schon draußen. Das Gleiche habe ich gesehen. Schau mal, wir haben Strom abgestellt und in Tel Aviv oder wo das war, ich weiß nicht mehr in welcher Stadt, haben die Licht an und aus gemacht und gefeiert, dass Gaza keinen Strom mehr hat. Dieser Hass, das ist so unfassbar, wie sowas überhaupt entstehen kann, ist mir eh ein Rätsel. Auf beiden Seiten, das beruht aber auf beiden Seiten. Und wenn endlich beide nicht vernünftige Menschen herausbringen, die wirklich Frieden wollen, wird das nichts. Wird das eh nichts. Ja, und warte mal, aber dafür muss man ja die Hamas auslöschen. Das macht doch gerade Israel. Ja, und dafür, dann rede ich mal Klartext, dafür muss man die Regierung Israels, die aktuelle, definitiv aus dem Weg räumen. Das ist aber eine andere Sache. Glaub mir, danach wird das gemacht. Ich glaube auch, dass Israel momentan gegen die eigene Regierung richtig schlagsauert. Also ich sage jetzt noch einmal, ich stehe nicht zu allem, was Israel macht. Ich bin nicht 100% auf der Seite. Aber wenn so etwas passiert, dann müssen die sich verteidigen. Und wenn es heißt, da sind Zivilisten im Spiel, dann ist es so. Es ist ein Krieg. Es ist immer dreckig, ja, von beiden Seiten. Aber wenn Israel da hingeht und sagt, geht aus den Häusern, dann tun die denen auch einen Gefallen, weil die müssen das nicht machen. Die können einfach eine Bombe schmeißen und sagen, Pech gehabt, ja. Die können auch sagen, ey, wir machen die platt. Können die auch machen. Das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ohne Sonne, darf ich bitte eine Abschlussfrage stellen? Eine Abschlussfrage, die ich stellen möchte. Danach mache ich meinen Platz frei. Es geht an Ziboum gerade. Es wurde von dem Führer der Hamas vor ein paar Tagen gesagt, dass er jedes Leben der Palästinenser opfern würde für ihr Ziel. Was denkst du darüber? Okay, das sage ich dir. Ich sage, dass es eine verrückte, kranke Ideologie ist. Aber ich sage dir, dass das das gleiche Verhalten wie die israelische Regierung ist. Deswegen kann ich die Hamas aktuell weder höher oder niedriger stellen, weil auf der anderen Seite Gaza bombardiert wird, obwohl die wissen, dass da israelische Zivilisten als Geiseln genommen werden. Die nehmen in Kauf, dass diese Menschen die eigenen Menschen... Kurz vor Ruhe, bitte. Warte, warte, noch was? Ja, ich meinte jetzt, Herr Hoop, kurz, bitte. Erzähl weiter, danke. Ja, also nochmal, und dann kriege ich noch erzählt oder kriegt das mit, dass Israel vorher gewarnt wurde und das auch zugelassen hat. Also beruht das auf Gegenseitigkeit. Und deswegen kann ich beide nicht sagen, der ist besser oder der ist schlechter. Weil beide tun das für ihre Ideologie, für ihren Freiheitskampf oder was auch immer. Aber es ist auf beiden Seiten und das wünsche ich mir, dass ihr das endlich mal auch selbst begreift und diese Einseitigkeit, dieses Zugehörigkeit-Gefühl oder Schuldgefühl, ich weiß nicht, woher das kommt, dass ihr das mal ablegt und diese Neutralität wahrt. Das hoffe ich und wünsche ich mir. Okay, nehme ich jetzt erstmal so mit. Ich komme später nochmal wieder. Ich mache jetzt meinen Platz frei. Bis später. Ciao. Danke. Ich wollte jetzt auch über das Video sprechen. Das wollte ich eigentlich auch gestern schon zeigen. Ist zwar ein englischer Bericht, aber das ist von Al-Arabia gewesen und da wird Bezug genommen auf die Drohung, die von dem Hamas-Sprecher gemacht wurde. Und Tobias Huch hat darüber auch einen Kommentar gemacht. Ich bitte dich, ein Tobias Huch nicht hier mit in diese Runde zu packen, weil das ist der größte Spaß, der rumläuft. Nicht nur wegen dem Konflikt, sondern überhaupt als Persönlichkeit. Es ist eine Null. Du brauchst die Person nicht zu deformieren. Wenn du uns erklären kannst, wenn da was verzerrt wird vom eigentlichen Quellbericht, dann bin ich bei dir. Aber dann wegen den Kommentaren, die jemand neutral machen möchte aus seiner Sicht, den dann zu deformieren, das akzeptiere ich nicht. Tobias Huch ist nicht neutral. Wenn der neutral wäre, dann wäre es ein bisschen anders. Er ist absolut voreingenommen und dem seine Meinung ist nichts wert, weil es nur aus einer Ecke kommt, aus einer Ideologie. Er ist ja Journalist auch. Und der erwart überhaupt keine Neutralität. Er hat eine eigene Ideologie, was er in die Gesellschaft reindrücken will. Das ist ein Null. Das ist kein Journalist. Das ist eine Puppe. Für was kann er denn eine Puppe sein? Für welche kriegerische oder volksverhetzende Sachen ist er deiner Meinung nach? Oder ist das nur leere Luft, was du sagst, weil du die Fakten, über die er spricht, nicht akzeptieren möchtest? Nee, nee, ich bin ja selbst Kurde. Der hat sich ja auch mal pro-kurdisch mal so formuliert. Und der giftet in jede Gesellschaft. In die Deutsche, in jede Gesellschaft, wo er seinen Maul aufmacht, ist nur Gift. Ja, aber ich muss ja nicht alles, was er abspielt, kommentieren. Aber das, was in den News-Bericht gesagt wurde... Inke, kann man dich groß bitte machen? Ähm, Frauen und Kinder abgeschlachtet worden sind, vergewaltigt, verschleppt und so weiter. Ähm, Menschen lebendig verbrannt. Kann man nicht groß machen? Ähm, man könnte nicht groß machen. Steht da was auf Hebräisch? Ähm, es steht was auf Arabisch dabei. Ich hab Untertitel gemacht, dass man es auch auf Deutsch lesen kann. Vor zwei Wochen waren nur Zivilisten. Natürlich gab es auch ein paar Soldaten, die sie umgebracht haben, aber ihr Hauptziel waren Zivilisten. Babys haben sie umgebracht und entführt. Das ist ja belegt, da gibt es ja keinen Widerspruch. Sie zeigen es ja selbst, die haben es ja gefilmt. So, Schachmat, Leute. Ich weiß nicht, da brauchen wir gar nicht mehr diskutieren. Moment, Moment. Was hat er gesagt? Das, äh, man sieht das schlecht. Nur, sein Ziel war es, Frauen und Kinder, Babys abzuschlachten. Warum? Weil es Israelis war. Glaubt ihr das wirklich? Und in diesem Kibbutz vor allem Juden. Und das ist ja das, das offenbarte Ziel der Hamas, alle Juden in der Welt auszurotten. Was haben sie zuerst? Wenn du so eine falsche Übersetzung... Alle Juden in der Welt müssen sterben. Und sie berufen sich da auf den Koranen. Ich habe das Video gesehen, ich habe das Gebrecht gesehen noch, und das ist genau die Übersetzung. Und das ist Fakt, das sagen die selber. Die sagen, die wollen die Juden töten. Ja, also, das ist deren Agenda. Was widerspricht sich denn das jetzt mit dem Zählen der Hamas? Das ist ja das Interessante daran, weil das ist doch genau das, was in der Charta drinsteht, was die Hamas 2018 in weichgespülter Form nochmal wiedergebracht hat, weil sie gemerkt haben, mit den Worten von 1988 kommen sie nicht mehr weiter. Haben sie gesagt, hier, dann weichen wir das rhetorisch etwas auf. Der Sinn bleibt aber dasselbe. Also, das ist ja das Thema, die Hamas selber. Die hat ja von Anfang... Denen sind die Menschen da egal. Die sitzen ja woanders, und denen ist es ja egal, was mit den Menschen da drin passiert. Weil die verdienen natürlich auch da dran mit. Das ist ihre Existenz, die das sichert. Moritz, wenn das einseitig wäre, Moritz, wenn das einseitig wäre, würde ich voll auf deiner Seite sein. Aber es beruht auf Gegenseitigkeit. Warum? Ich sage nicht, dass es einseitig ist. Ich sage nicht, dass es einseitig ist. Ich sage, dass das, was da die Hamas macht, das ist aus ihrer Sicht so ist, was Israel vielleicht falsch macht. Das habe ich nicht in den Raum gestellt. Ich habe nur gesagt, dass der Inhalt der Hamas-Karte doch genau das widerspiegelt. Was jetzt alles andere angeht, das ist wieder ein anderes Buch. Aber was die Hamas selber an sich macht, ist, alle Juden dort auszulöschen. Das ist ihr erklärtes Ziel, und davon weichen sie nicht ab. Selber in der Charta der Hamas steht, dass Israel, wenn es nicht von dem Islam vernichtet wird, weiter existieren wird. Steht in der Charta der Hamas. Sie berufen sich dauernd auf den Koran. Mit dem Einleitungsartikel, ihr seid die beste Gesellschaft, die auf der Welt war. Ihr gebietet das Rechte, ihr verbietet das Unrechte. Damit öffnet die Charta der Hamas. Oh Mann, ihr seid so geschädigt von der Recherche. Im Koran steht das, im das und dies. Hier kannst du uns das Gegenteil zeigen. Zeig uns doch mal, ein Gegenteil. Zeig uns doch mal, dass Hamas was anderes möchte. Ich scheiße um die Hamas. Die interessieren mich doch gar nicht. Aber es geht da gerade um Hamas. Da ist ja Hamas. Nein. Nein, es geht nicht um Hamas. Ah, nee, Hamas. Oh, da habe ich ja was. Okay, liest die Überschrift, warum ist ein Kreuz über den Hamas im Bildtitel, wenn es nicht um die Hamas geht. Mach die Augen auf. Ja, also es geht wie, okay, das ist der ganze Konflikt, Palästina, Israel. Zieht ihr euch das Problem Hamas raus, weil es in euer Kram passt und wollt dadurch, dass ihr Hamas verteufelt, eine Konfliktlösung erzielen? Wollt ihr mich verarschen? Sag mal, zeig uns doch bitte was anderes. Zeig uns doch das Gegenteil. Ich möchte, wir alle möchten das sehen. Mach deine Kamera, zeig uns bitte irgendwas anderes. Weißt du was? Weißt du was richtig wäre? Wenn du Hamas durchstreist und unten drunter Netanyahus Fresse und auch durchstreist, dann hättest du Neutralität gewahrt und wärst du realistisch gewesen. Aber wenn du jetzt nur aus dem Konflikt die Hamas rauszieht. Wisst ihr was Israel macht? Ja bitte erzähl. Wieder eine, die will uns was erzählen. Ja, Kollege, sei leise, du weißt gar nicht, was Israel gemacht hat. Ja, du weißt es. Keine Ahnung. Du weißt es. Du hast keine Ahnung. Ja okay. Bist du ein Gaza-Kader? Warte kurz. Ja dann erzähl uns mal, was Israel macht. Bitte. Israel dein Land. Beleuchte uns. Israel dein Land. Wenn du für Israel bist. Thema. Es ging um das, es ging jetzt nicht darum, dass wir Israel irgendwas geben sollten, sondern es bleibt beim Thema. Wieder rein. Sorry. Ja, aber wenn du für Israel bist, dann geht doch Thailand so, hä? Also ich habe eine ganz kurze Frage. Bist du für die Hamas? Ja, hä, natürlich. Okay, wunderbar. Warte mal, wie alt bist du? Warte mal, wie alt bist du? Terror. Du nimmst Hamas Terror. Wie alt bist du? Ja, wie alt bist du? Das geht doch gar nichts an. Ja, du bist vielleicht in der Schweiz. Du hast gar keine Ahnung von Hamas, aber bist für Hamas. Also Vicky, das ist ja bodenlos. Ja. Warte mal, warte mal, stopp, warte mal, Erik, stopp, warte mal. Bist du dafür, dass die Juden nicht mehr in Israel leben und aufhören zu existieren? Bist du dafür, ja oder nein? Bist du dafür, ja oder nein? Für was? Bist du dafür, dass die Juden aus Israel rausgehen beziehungsweise getötet werden? Nein, also es gibt Unfall. Dann bist du auch nicht für Hamas, also beschäftige dich erstmal mit der Hamas selber und komm dann wieder. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Hamas ist fürs Töten. Wenn du dich hinter die Hamas stellst, stellst du dich hinter das Töten. Also lese dir die Karte durch und komm dann wieder. Was würdest du machen, wenn Israel dein Land attackieren würde? Was würdest du machen, wenn Israel In Palästina, da warst du. Mädchen, es ist 20 Uhr, du musst schlafen gehen. Und du musst deine Fresse haben. Lass die Kinder in Ruhe. Ja, genau. Warum fängst du jetzt an zu beleidigen? Beschätzige dich mit der Hamas und dann kommst du wieder und dann erzählst du uns, was da alles in der Charta drinsteht. Hallo zusammen. Warte, warte. Ein Mann, bitte. Wie geht's euch alle hier? Ja, bitte schmeißt sie mal raus, weil wir brauchen keine Kinder. Es ist 20 Uhr, geht schlafen. Lass die Kinder raus. Lass die Kinder raus. Du legst dein Vater nicht schlafen, Kollege. Was hast du für einen Traum? Erst mal Deutschkurs machen, okay? Mach bitte. Gib Israel dein Land. Mach nichts. Sorry. Leute, es geht gar nicht jetzt um Juden oder Christen oder Muslime. Guck mal. Das Thema hat schon lange her angefangen und es geht gar nicht um diese Juden, die da jetzt in Israel sind. Die wissen auch gar nicht, warum die da sind. Ah, du wirst nicht, warum die Israel sind. Genau. Wir wissen es nicht. Ich weiß es nicht. Wir sind da irgendwann einfach so hingekommen und das hatte alles keinen Grund. Also die Juden leben seit tausenden Jahren da. Kannst du das beweisen? Ich geb ihr tausend Beobachtungen. Natürlich. Geh doch mal in ein Museum rein und schau rein. In Museen sind die voll von archäologischen Funden. Was willst du bitte? Guck mal, wenn du Eier in der Hose hast, komm zu mir. Wenn du Eier in der Hose hast, sag mal, sprich die Leute und erst mal beleidige nicht, sondern fass dich da nicht damit. 5.000 Euro. Schau mal zu. Ich geb dir 5.000 Euro. Ja, geht schade. Wir sind nicht bestätig. Uns geht es nicht um Geld im Gegensatz zu anderen Personen. Also versuch hier gar nicht mit Geld oder so zu kommen. Wir sind hier deswegen da, weil wir Frieden wollen und nicht weil wir irgendwie Geld wollen. Dass du mir beweist, dass dieses Land da existieren muss oder darf. Wir müssen dir gar nichts beweisen. Wir müssen dir gar nichts. Wenn du kein Deutsch kannst, dann lern Deutsch und dann liest dich durch. Deswegen bin ich hier rein. Ich habe sechs Sprachen. Deswegen bin ich am Hebrou, Arabisch, Englisch, Französisch, Parfrancais. I speak English with different accents. So I have no problem that I use language. Kannst du Hebräisch? Ja, ein bisschen. Aber jetzt fange ich, Hebräisch zu lernen. Ja, klar. Ja, warum kannst du Hebräisch? Das ist wichtig, dass ich auch andere Leute verstehe, was sie da sagen. Wie hast du Hebräisch gelernt? Ja, ein bisschen sowieso mit diesen Apps und so. Mit den Apps. Anstatt Deutsch zu lernen, weil du in Deutschland bist, lernst du Hebräisch? Nee, ich bin nicht lange in Deutschland. Ich bin nur einer, die einen auf den Weg gehen. Das hat mit Deutschland nichts zu tun hier. Statt dass du die Wahrheit zeigst, du grafst mich jetzt an, sagst du, lern Deutsch. Wir wollen jetzt in die historischen Sachen reingehen und dass ich dir irgendwas zeige. Das ist Fakt. Okay, ich frage dich, wer hat erst mal das Staat Palästina gebaut? Es gibt keinen Staat. Da ist Punkt Nummer eins. Es gibt keinen Staat Palästina. Nein, nein. Du weißt gar nicht, was du redest. Ich weiß gar nicht. Sag mir mal bitte, wo Palästina ist. Sag mir, dass es ein Staat ist. Guck mal. Weißt du, wie alt ist dieses Land? Das ist 10.000 Jahre alt. Ey, die ersten waren die, die, wie heißen die, die sind, ich habe den Namen vergessen. Ja. Bevor überhaupt die Juden existieren oder wie für Abraham kommt. Das ist erstmal, guck mal. Vielleicht kennen Sie nicht. Abraham hat einen Sohn, der heißt Isaac. Isaac. Ja, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Isaac hat einen Sohn, der heißt Jakob. Jakob ist Israel. Also die beiden Namen sind Israel. Jakob hat einen Sohn, hat zwölf Söhne. Darunter ist Josef. Jeder kennt Josef. Josef war in Ägypten. So, Josef hat seine komplette Familie damals aus, nach ihr, aus, weiß du, die Stadt, Haifa, oder so, diesen Gericht. Und hat ihn alle genommen nach Ägypten. Die kompletten Banisraeler, also israelischen Menschen, also die haben da in Ägypten gelebt und durch Voraunterdrückt bis Moses kam. Als Moses kam, hat ihn aus dem Ägypten raus, jede kennt die Geschichte, dem Meer ist auch zweimal auf zwei Seiten, dann durch. Genau, ich kenne die Geschichte. Ich bin ja aus Israel. Bis hier alles gut. Aber, als das passiert, hat Moses gesagt, ey, wir müssen in dieses Land rein. Also Palästina heute. Da haben die gesagt, nein, wir gehen nicht rein. Es gibt kein Palästina. Wenn du hier etwas sagst, ja, das ist kein Problem, aber es gibt kein Palästina. Es heißt Israel. Okay, hör zu. Bis als die reingegangen, also die möchten nicht, sagten, ja, wir können nicht kämpfen. Es sind starke Menschen, da leben starke Menschen. Wir können nicht gegen den gehen. Das waren Streuner von Jordanien und Syrien, das waren die Palästinenser dort und dann hat man denen Namen gegeben, weil man nicht wusste, was man denen sagen soll. Dann hat man gesagt, das sind Palästinenser und fertig. Das waren aber Streuner. Das waren von den ganzen Ländern umherum, sind die da hingekommen und so hat man die benannt. Ja, weiter? Ja, du kannst deine Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, es hört sich so an, als ob du da warst vor ein paar tausend Jahren, als ob du da mit dabei warst. Ey, wie man mit einer diskutiert, es muss dabei nicht. Ich brauche nicht mit dir zu diskutieren. Wenn du kein Wissen hast, dann gibt es da nichts zu diskutieren. Jemand, der mir sagt, warte mal, bevor wir weiter diskutieren, bist du für Hamas? Das ist meine erste Frage. Bist du für Hamas? Was hat Hamas jetzt mit diesem Thema zu tun? Wieso wird jeder pro-Palästinenser mit Hamas verglichen? Ich vergleiche doch keinen mit Hamas. Aber du fragst gerade jeden, ich habe es gerade gemerkt, du fragst gerade jeden, der reinkommt, bist du für Hamas? Weil die Leute zu Hamas nicht sagen. Darf ich mir das irgendwie antworten? Ich sage es. Darf ich mir das Thema wechseln? Nicht jeder ist für Hamas. Weißt du, was Free Palästin heißt? Weißt du, was Free Palästin heißt? Freiheit für Palästin, von wem Freiheit? Von wem soll man Palästina befreien? Von der Besatzung. Ja, inwiefern von der Besatzung? Was soll man mit denen machen? Von den Zionisten. Ja, was soll man mit denen machen? Oh mein Gott, oh mein Gott, noch einer. Moment, Moment, ich komme aus dem West-Joder-Land, okay? Warte mal, ich erkläre es dir erstmal. Free Palästin heißt, Palästina von Israel zu befreien, wie du schon gesagt hast, von der Besatzung. Selber heißt das, durch die Auslöschung beziehungsweise Vertreibung der Israelis da unten. Von the river to the sea, Palestine will be free, heißt es ja. das heißt, vom Jordan bis zum Meer, nur Palästina. So, aber wo ist Israel hin? Israel sagt, es will da unten seinen Staat weiter haben, aber das heißt, die werden nicht da so weggehen. Das heißt, die einzige Lösung ist, die mit Gewalt da wegzukriegen und das heißt, Free Palästin. Free Palästin ist für einen Genozid an den Israelis. Okay, aber wieso, wieso wird, Westjordanland immer noch besetzt vom Siedlern? Was hat es gerade damit zu tun? Ich frage ihn gefragt, ob er zu haben, was ich kann, ich frage dich jetzt gerade, wieso wird der Westjordanland aber besetzt vom Zionisten? Wieso? Wie, wieso? Ja, beantwort doch. Was heißt hier, wieso? Wieso wird Westjordanland besetzt? Meinst du Israel? Ja, ich meine Israel. Leute, guck mal, ich sag, warte, guck mal, ich sag dir, das Thema ist heute, was ist die Lösung? Okay? Kein Hartz-Lömer-Lösung. Aber ich warte mal, einmal, einmal, ich will nur wissen, rede danach, wie viel du willst. Sag mir nur, bist du pro Hamas? Findest du die Hamas gut, ja oder nein? Und was interessiert dich, wie es hier ist? Es interessiert mich, weil das ist hier ein X auf Hamas. Bruder, sag ja oder nein, sag einfach jetzt, beantworte einfach. Ich will nicht für Hamas, wenn die Menschen töten, ich will nicht für Hamas, wenn die Menschen töten, aber ich bin für Palästina. Aber ich bin für Palästina. Das kannst du auch sein, das kannst du auch sein. Ich wollte das nur wissen, weil ich will nicht mit irgendwelchen Leuten, die für was sind. So, ich zitiere, wenn eine, ich weiß, wie soll ich das nennen, so eine israelische Kommandat oder so. Er meinte, das ist die Erde Israel jetzt an. Er sagte, warum? Also im Moment sieht das gar nicht schlecht aus. Da herrscht jetzt, da herrscht jetzt, da herrscht jetzt so Chaos. Hau mal zu, es gibt eine Verse in Tora, also im Alten Testament, hey Israel, ich bring dich hier und ich bring euch alle um. Das heißt, die Juden, ich weiß nicht, wo sich jetzt, ich bin auch, ich habe einen Freund, die Juden sind, die sind sehr nett, oder ich habe mit Juden nichts zu tun. Also, also, dass ich gegen Juden, oder jeder andere, nein. Hast du Freunde oder nicht? Weil du sagst, du hast mit Juden nichts zu tun. Ja, ja, ich meine, ich meine, ich habe nichts gegen den. Mein Chef war auch ein Jude, ich kenne einen, ich habe einen guten Freund, sage ich mal, der ist auch ein Jude, die sind auch nett. Deshalb, ich meine nicht, dass man versteht, dass wir etwas gegen Juden, das hat mit dem Thema nichts zu tun, aber diese Leute, die da sind, diese Zionisten. So, wir haben selber da jetzt Probleme, weil die jetzt hauen die ab. Die gehen alle zurück zu ihren eigenen anderen Ländern, wo sie damals herkommen. Wer haut ab von Israel? Ja, natürlich. Die hauen jetzt alle von Israel weg. Dreimal darfst du raten, warum die weghauen. Hey, guckt ihr keine Nachrichten, guckt ihr keine Nachrichten oder so? Natürlich gucke ich alle. Ich brauche keine Nachrichten zu gucken. Ich habe Leute, die vor Ort sind. Das ist auch das Schwachsinn, wie man sagt, jemand vor Ort, nein. Hey, Nachrichten, herrscht jetzt Chaos da. Alle hauen die ab. Ich habe Leute, die sind vor Ort, vor der Grenze. Was will ich denn mehr? Was braucht es denn Nachrichten zu gucken? Was braucht es denn? Welche Grenze? Ja, also wenn man Freunde und Verwandte hat, die dort sind, dann kann man denen noch mehr vertrauen, als die Nachrichten. Was denen passiert. Also für die ganzen Bevölkerung in Israel, das Wichtigste ist es Nachrichten, weil die glauben an Nachrichten, weil das da steht, natürlich. Ja, es gibt andere Quellen. Nachrichten von Deutschland ist eine Sache, aber was ist mit denen, die das dort erleben? Nein, warte, ich rede nicht über deutsche Nachrichten, ich rede über jüdische, äh, australische Nachrichten. Es steht auch Zeitung, ihr da auch da haben, zu dir dort. Also hallo, da Leute lesen und übersetzen, weil wo lebt ihr? Wir sind nicht schon in 23, 23. Soll ich mir die Gaza-Nachrichten angucken, oder was? Ich gucke die mir auch an, da willst du gar nicht wissen, was da drin steht. So eine Scheiße habe ich noch nicht gesehen. Hallo, ich rede über jüdische Nachrichten. Ja, und was ist jetzt mit den jüdischen Nachrichten? Sind die falsch, oder was? Natürlich, die sagen, das ist uns Ende hier, weil die machen uns selbst kaputt. Die hebräische Nachricht, die jüdische Nachricht sagt, das ist das Ende von Israel. Ja, Ich weiß, eine Kommandatat. Kommandatat, wache ich auch auf. Moment, am besten, das Ende, wenn es ein Ende gibt, dann ist es vom Gaza-Streifen. Ganz kurz, ganz kurz, am besten gucken wir uns einfach Al-Jazeera an und gucken nur arabische Nachrichten, die auch Terrorbanden im guten Licht dastehen lassen und dann sind wir alle bestens informiert. Also so ein Schwachsinn. Also das ist doch kein Ende von Israel. Hast du nicht mal gesehen, was da gerade abgeht? Hast du nicht die Leute an der Grenze gesehen? Die warten nur darauf, die schlafen dort, die gehen nicht nach Hause, die warten nur, dass die den Okay bekommen, da reinzugehen und erst mal aufzuräumen. Also da weiß ich nicht, was du hier sagst, das Ende von Israel. Gerade haben, also die Kürzeren sind auf jeden Fall die, die in Gaza wohnen. Und drumherum, ja, Libanon und so, ja. Kinder töten aber am Ende. Die haben gerade den Kürzeren, weil... Am Ende nur Kinder und Frauen töten aber. Ja, genau, genau. Nur Kinder und Frauen. Ja, schwach. Männer nicht. Ja, Männer ist... Also Israel hat Israel daran, Kinder und Frauen zu töten. Was für ein Interesse sollte Israel daran haben? Moment, Moment. Wenn Israel Gaza vernichten möchte, dauert es, wie gesagt, 30 Minuten. Nicht mal 30 Minuten. Du verkehrst auch, dass Israel eine Natur macht. In Gaza eine große Baustelle. Wieso machen die es aber nicht? Wieso, ja. Frag dich mal, wieso, warum? Die sind doch so Mörder, die wollen doch alle töten. Warum machen die es dann nicht? Eine Frage, nur kurz. Wir haben in x Jahren Hamas, okay? Also quasi, Hamas ist Terroristen, okay. Ich bin auch dafür, okay. Aber wieso wird... Also bis jetzt, seit 7. Oktober... Wie, du bist für Terroristen? Moment. 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 Seit 7. Oktober sind aber 2700 Kinder gestorben. Durch die israelische Armeen. Da gibt es sogar mehr. Da gibt es Zahlen, die kannst du gar nicht wissen. Es gibt noch mehr. Hamas ihre Punkte. Okay, und wie kam das, dass die Kinder gestorben sind? Durch Israel. Ah ja, aber wie? Wie kam das? Weil die Hamas Terror seht und Israel antwortet. Das ist natürlich dann auch dunkel aus. Moment. Ich kann es ja verstehen. Eine Operation, er ist gerade, findet eine Operation gegen Hamas. Weil die sich dort verstecken. Die verstecken sich bei Schulen, bei Moschees, Krankenhäusern. Wer versteckt sich bei Moscheen oder du? Guck dir mal bitte die Videos an. Guck dir an. Wir sind nur Zivilisten. Ja, aber... Wir sind nur Zivilisten. Hast du schon mal einen Krieg gesehen, wo eine Seite zu der anderen Seite geht und sagt, hier, Leute, geht mal raus aus den Häusern, weil wir wollen hier bombardieren. Hast du das mal gesehen? Ich glaube nicht, dass Russland-Ukraine gesagt hat, hier, geht mal zur Seite, wir machen hier alles kaputt. Glaube ich nicht. Aber ein Krankenhaus kann man bombardieren mit zwei Raketen. Es ist kein Krankenhaus bombardiert worden. Ein Parkplatz. Ja, von Krankenhaus. Das sind Fehlzündungen. Hast du mal gesehen? Kinder und Frauen sich verstecken von Bombardierungen von Israel. Hast du die Bilder von dem Parkplatz gesehen? Hast du die Bilder gesehen? Ich habe auch Videos gesehen, wie man... Hast du mal gesehen, von wo die das rausschicken? Ja, ich habe die Videos gesehen. Von irgendwelchen Röhren. Von Wasserröhren. Man hat auch amerikanisch im Moment, man hat auch dann die restliche Bomben gefunden und auf dem Boden lagen von diesen zwei Raketen, die abgeschossen wurden. Und es waren amerikanische Bomben. Das war nicht so ein Hamas. Hamas... Ich rede nicht... Ich rede jetzt davon, dass Hamas... Die Leute von Hamas, ja? Der Anführer, der sitzt nicht dort. Glaubt mir. Der sitzt in Iran. Die haben Bomben. Die werden von Wasserrohren geschickt, weil die haben nicht so eine Ausrüstung wie Israel oder andere, ja? Das ist so richtig professionell. Ich sage, ich bin doch gegen Hamas. Ich bin doch gegen Hamas. Weißt du, wie viele Prozentzahlen daneben, also nicht nach Israel kommen, sondern selber dahin, also eine Fehlzündung? Weißt du, wie viele? Ganz, ganz viele. Und deswegen passieren auch so Sachen. Und weißt du auch, dass die Leute dort... Danke, danke, mein Lieber. Das ist den... Das ist der Vorteil für die Hamas. Selbst wenn es Fehlzündungen gibt, kann der Hamas das scheißegal sein. Weil im Nachhinein können die nämlich die Zivilisten, nämlich die Leichten hochhalten und sagen, hier, das war Israel, das waren nicht wir. Das heißt, egal, wie viele am Endeffekt von den Palästinensern sterben, ist es pro Hamas, weil die Hamas im Endeffekt sagen kann, ja, die Opfer sind auf unserer Seite. Das heißt, der Hamas ist das scheißegal, wenn Menschen sterben. Die Hamas interessiert nur, was die daraus pressemäßig machen kann, um die anderen Länder auf ihre Seite zu ziehen. um noch mehr Hass gegenüber Israel zu ziehen, damit Israel ausgelöscht wird. Das ist nämlich das Ziel der Masse. Das mag ja sein, Mann. Das kann ich... Seid, hast du dich mal befasst, hast du dich mal befasst, was die Hamas überhaupt will? Deswegen geht die israelische Armee mit Samthandschuhen in den Gazastreifen rein. Ja, also ich finde das schon sehr korrekt, dass man den Leuten sagt, raus aus euren Häusern, weil es könnte auch anders sein, glaubt mir. Die könnten auch einfach bombardieren und sagen, Peska hat... Ja, ja, Moment, 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 also nur kurz, da sind Menschen in ihren Häusern, okay, die werden angerufen von den Geheimdiensten. Die werden nicht angerufen. Es werden in den Medien verteilt, dass eine Bombe jetzt kommt, dass die das abschießen. Es werden Flugblätter rausgeschmissen zu den Leuten und gesagt, entfernt euch von dort, ja. Ich hab doch Familiengasser, Mann. Aber die Hamas macht... Hallo, ich hab Familiengasser, ich weiß, was da alles abläuft. Die werden angerufen vom Geheimdienst, wird gesagt, ey, fünf Minuten räumt ihr Haus weg, ihr geht raus, das wird bombardiert. Aber jetzt, genau jetzt, ist nicht passiert. Nur ein paar Mal. Nur ein paar Mal hat man das gemacht. Man hat Hochhäuser... Also ich sehe die ganze Zeit Flugblätter... Man hat Hochhäuser runtergeschossen, ohne zu warnen. Ohne zu warnen. Also, jetzt mal ganz ehrlich, ich finde das sehr, sehr nett, dass die dort warnen, ja. Da wurden 500 Menschen in diesem Hochhaus. Was redest du da, bitte? Bitte, bitte. Was redest du da? Es ist ein Krieg. Was für ein Interesse sollte die... Warte mal, stopp, warte mal. Was für ein Interesse sollte Israel daran haben, unschuldige Zivilisten in Gaza wegzuschießen? Gaza einzunehmen. Gaza einzunehmen. Deswegen wollen die auch, dass die Palästinenser nach Ägypten gehen und schön alles freimachen für ein aberlösseres Israel. Aber Ägypten möchte das nicht. Und deswegen schießen die Zivilisten weg einfach so? Ägypten möchte die nicht. Schon lange nicht. Die wollen nur nicht seit gestern. Die wollen die nicht, weil das sind so wie Tiere da. Die benehmen sich wie Tiere. Die machen nur Terror. Ja, du steppelst alles. Kinder, Kinder. Das haben die selber gesagt. Das haben die selber gesagt. Sind Kindertiere. Sind Kindertiere. Ich rede nicht von den Kindern. Hast du ein Kind? Moment, hast du ein eigenes Kind? Also, aber die sterben zu 50%. Ja, dann rede nicht, Alter. Richtig komisch. Zu 50% sind das Kinder. Und nochmal, wenn es Israel so denken würde, oder die israelische Regierung, wenn Menschenleben für die was wert wäre, hätten sie diesen Anschlag verhindert, hätten sie nicht Gaza bombardiert und sie hätten nicht was in der Form gemacht und dann noch Wasser abgestellt und Strom abgestellt. Ach so, was hätten die dann gemacht? Dann hätten die gewartet auf Sommer und dieses Jahr? Aber es gibt nur einen Grund. Es gibt nur einen Grund, warum die wieder dann Strom angemacht haben und Wasser durchgelassen haben. Weil Amerika gesagt hat, ihr könnt das auf der Weltbühne so nicht machen. Und die Stimmen wurden immer lauter. Und deswegen, und das mit der Bodenoffensive, ist, wenn die das damit gestartet hätten, das wäre der Dritte Weltkrieg, Leute. Ja. Weil das hätte, das hätte eine menschliche Seele. Was denkst du, wie das funktioniert, dass man einfach da reingeht? Das ist, das kannst du nicht in einer Woche planen. Es sind gerade so viele... Ja, natürlich. Man muss erst mal alles tot machen und danach kann man reingehen. Ist schon klar. Alter. Und außerdem, eine Frage an dich. Noch einmal, wenn die das machen wollen, wir denn, hätten die das doch schon längst gemacht. Die brauchen diese Leute nicht, die da rein marschieren. Die brauchen das nicht. Warum sollte man sich das jetzt so viele Jahre gefallen lassen? Warum sollte man sich das so viele Jahre gefallen lassen? Und währenddessen, ohne Quatsch, also der Konflikt, der geht ja jetzt auch schon mal ein bisschen... Andersrum genauso. Wie lange soll man sich transalieren lassen? Schaut mal. Schaut mal. Ich will euch mal ein Beispiel sagen. Warte mal kurz, Saeed. Weißt du, warum, was mit den Wasserleitungen ist? Warum das schwer ist, Wasserleitungen da reinzubringen? Weißt du das? Wie bitte? Die gießen Beton da rein. Was redest du? Ja, das ist wieder so ein Kandidat, der da braucht, dass das passiert. Also die Hamas selber baut, und das ist nachgewiesen, aus Wasserrohren, Raketen, womit sie Israel bombardiert. Weißt du, was die noch Raketen machen? Aus Cola-Dosen. Aus Cola-Dosen machen die auch Raketen. Genau. Also, die krabeln die Wasserrohre aus, da gibt es sogar Videos im Internet von, wie man sieht, wie die Hamas diese Rohre ausbuddelt, daraus Raketen macht und die Richtung Israel schießt. Es ist nachgewiesen. Moment, Moment. Kennst du noch diese Nonnenfürze? Kennst du noch diese Nonnenfürze? Im Silvester gab es die immer. Im Gegensatz zu den Bomben Israels sind das Nonnenfürze. Das sind einfach Feuerwerke. Das sind Attrappen. Sibum, 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 eigentlich habe ich deine qualitativen Gespräche immer geschätzt, aber das nimmt gerade bei dir auch sehr ab, tatsächlich. Ja, ja, sorry. Du hast gesagt, du bist neutral, aber nicht, dass du neutral bist. Ja, ich finde, weißt du, warum ich gerade Parteien ergreifen muss? Weil die Neutralität bei euch fehlt. Nee, das ist keine Qualität. Das ist klar. Pass mal auf, wenn ihr Haufen Muslime, wenn ihr jetzt Haufen Muslime, Menschenverachtend, wenn ihr Menschenverachtend von Muslimen irgendwas gesagt wäre, würde ich sofort da einschreiten. Verstehst du das? Ich würde das niemals zulassen und würde dann auch Partei ergreifen und zwar gegen diese Aussagen. Und weil dieses Gleichgewicht hier in dem Fett fehlt, deswegen würde ich das so sagen. Sibum, machst du das auch bei Al-Khazam? Machst du das auch? Ziehst du ihn zur Rechenschaft in den Medien dafür, dass er zwei Millionen Palästinenser verbrennen möchte, um diesen Krieg zu schüren? Und dass er sagt, Kinder sind ihm egal. Hast du dir den Bericht angeschaut? Wir gehen jetzt jede Übersetzung durch. Verurteilst du ihn dann? Nein, 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 ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Okay, ich weiß, was er gesagt hat, alles gut. Okay, jetzt sage ich dir eins. Wenn derjenige jetzt immer noch Israel in der Form angreifen würde und seiner Bevölkerung schadet, würde ich sagen, hey, was soll der Scheiß? Aber es ist aktuell andersrum. Israel ist gerade der Aggressor, der im Gazastreifen Bomben abwirft. Deswegen muss meine Kritik ganz laut und stark jetzt gegen Israel sein. Und wenn das jetzt, diese Geiselnahme, diese Terroranschlag, wenn das jetzt noch aktuell wäre, würde ich genauso andersrum auch argumentieren. Aber momentan ist die Aggression nur auf einer Seite. Es gibt noch Leute von Hamas, die sind in Israel drin. Nur zur Info. Das ist einfach schlichtweg nicht wahr. Installiere dir bitte die israelische Version von Katwan und stell einfach alle Alarme an. Und dann sagt mir nochmal, dass die Aggression von Israel ausgeht. Du wirst dein Handy nicht mehr benutzen können danach. Ich weiß nicht, also jetzt, in dem Konflikt jetzt oder was? Jetzt, dass da Bomben zurückgeworfen werden. Achso, sollen die jetzt einfach die Bomben so akzeptieren und sagen, okay, zerbombsgase. Die können hier aufhören. Die können hier aufhören. Vorsicht, Vorsicht. Jetzt, du argumentierst in Richtung Israel. Lass ganz kurz das Gespräch, wenn man sich Nikola mit Siegung fühlen. Also, ich würde sagen, wir fangen mal an mit ein bisschen Grundsatzarbeit. Heute, man merkt es jetzt immer mehr, wenn man durch TikToks geht. Mehr Leute trauen sich in Lives. Mehr Leute nehmen an solchen Diskussionen teil, was ich absolut befürworte. Bei allen hitzigen Debatten, die bei sowas stattfinden, muss man immer bedenken. Es ist selten, dass sich die Diskutanten untereinander von ihren Meinungen überzeugen. Und am Ende macht man es auch nicht dafür. Wer hier hochkommt und irgendwie Free Palestine brüllt und bla bla bla. Das ist da schwierig, da durchzukommen. Für die ist das Ganze auch nicht. Es ist für die vielen, vielen Stillen, die zuhören, die sich vielleicht noch unentschlossen fühlen, die sich das alles anhören wollen. Und dafür ist es ganz, ganz wichtig, dass man auch Grundsatzarbeit macht. Und auch ganz, ganz wichtig, dass man... Okay, die hast du jetzt gemacht. Erzähl. Verschwörungstheorie. Bitte nicht Verschwörungstheorie benutzen. Das Wort hat sich wie die Pest. Wir nennen Fakten sogar als Verschwörungstheorie. Also, pass auf. Dann machen wir es so. Interessanterweise gibt es zwei Seiten. Auf der einen Seite sind alle Vorwürfe nachweisbar. Dass die Hamas Juden hasst und Israel und alle ihre Bewohner auslöschen will, ist keine Verschwörungstheorie. Es ist nachweisbar in deren Agenda drin. Das andersrum nicht war er. Genau, andersrum ist es genau nicht der Fall. Dass Israel Palästinenser auslöscht, enttäuscht. Ja, das ist nicht ganz so schlimm und tatsächlich keine Beleidigung. Denn, wie ist das zu erklären? Was machen die ganzen Palästinenser in Israel? Warum floriert muslimisches Leben in Israel? Weil es ein demokratischer und freier Staat ist, der sich über jeden muslimischen Mitbürger freut. Anders als die andere Seite. Wie ist das zu erklären, wenn sie doch Palästinenser, Araber und generell die ganzen Islam eigentlich auslöschen wollen? Warum hast du das? Woher hast du das her? Woher hast du das her? Das zweitens kannst du jede Statistik der Welt lesen, die dir das belegt. Und witzigerweise ist es ja auch noch so. Guck dir den GdP in Gaza an. Der angeblich gläserne Kasten, in dem man eingesperrt lebt. Hast du Guterres heute zugehört vom UN? Hast du Guterres, hast du den UN-Sprecher da gehört heute? Ja, guck mal. Also, was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Die größte Organisation weltweit verurteilt den Umgang mit Palästinensern. Und du kommst hier in den Chat, erzählt es, 130 Zuschauer sind es jetzt oder Zuhörer, erzählst denen jetzt so eine Geschichte. Palästinenser und Araber sind Mensch zweiter Klasse in Israel. Darf ich kurz dazwischen kreieren? Sie dürfen nicht in ihre Heimatdörfer, sie dürfen nicht in ihre Heimatdörfer. Nicola, lass den Rachid Kadi komplett ausführen. Und dann kann jeder seine Meinung sagen. Ich denke, es ist wichtig, auch seine Sicht voll ausgelegt zu erkennen. Also erst mal vorab für alle. Ich verurteile das, was die Hamas getan hat. Aber zugleichermaßen verurteile ich das, was Israel, beziehungsweise die israelische Regierung momentan tut. Ja, und jetzt habe ich eine direkte Frage an Nicola. Nicola, du sagst, die Palästinenser und die Israelis, ich benutze bewusst das Wort Israelis und nicht Juden, weil das Judentum eine friedliche Religion ist, leben judelisch miteinander. Ja, für mich in erster Linie eine Religion und ist ja jetzt aber auch nebensächlich. Du sagst ja, die leben ja friedlich zusammen in den israelisch besetzten Gebieten. Ja, jetzt frage ich mich, warum in der Moschee Al-Quds in Jerusalem permanent Gebete der muslimischen Bevölkerung gestört werden. Warum dort gestürmt wird, warum dort Israelis in den Moscheen tanzen, warum Feuerwerkskörper in die Moschee geworfen werden und so weiter. und so fort. Also wenn du mir das jetzt beantworten könntest bezüglich die Leben friedlich miteinander. Super. Herzlich gerne, sehr, sehr herzlich gerne. Würdest du sagen, dass wir in Deutschland Ausländer zugezogene Gastarbeiter, so wie ich es dann zum Beispiel als Kind eines Gastarbeiters, dass wir hier ein sehr friedliches Miteinander haben? Ja, ich bin hier geboren, hier aufgewachsen und bin mit dem Matthias, mit dem Michael, mit dem Christian, mit dem Dimitri, mit dem Orhan und mit dem Özkan groß geworden. Und wir waren super, wir sind super zurechtgekommen. Absolut, absolut. Sieht bei mir ganz genauso aus. Gibt es in Deutschland eine Region, einige Regionen, wo es wirklich ernsthafte Probleme gibt, über die wir reden müssen? Absolut gibt es die. Stellt das Deutschland insgesamt als freiheitliches Land in Frage? Nein. Wer sind die größten Kritiker Israels? Israelis selbst. Das machen die selbst. Sie sind selbst die größten Kritiker von sich selbst. Okay, Nikola, eine Frage dazu. Wenn die das wirklich selbst in der Hand hätten, warum haben wir eine faschistische Regierung dort? Dann sagst du mir, die haben es selber in die Hand und haben eine faschistische Regierung gewählt? Super, super Israelis, danke schön. Die Welt bedankt sich bei euch. Also Nikola und Nikola, ganz kurz. Was hat es damit zu tun? Moment, Moment. Ganz kurz. Nikola und Zibu, wir haben natürlich, ich höre euch sehr, sehr gerne zu. Aber ich würde ganz gerne einmal ganz kurz, Nikola, du bist sofort wieder dran, einmal Rashid, einmal hören, was er dazu sagt, weil der ist jetzt neu hochgekommen. Einfach nur kurz, damit wir auch immer neue Leute rein, rausnehmen können. Rashid, bitte. Was möchtest du denn von mir hören, genau? Ja, was ist deine Meinung zu diesem Konflikt? Welche Position beziehst du? Ich beziehe die Position des Menschen. Ich beziehe weder Position zu Hamas noch die Position zu Israel. Ich beziehe die Position zu den Menschen, zu den Kindern, zu den über 2000 Kindern, die durch israelischen Terror, so werde ich es nennen, weil das ist keine israelische Abwehr, sondern Verteidigung. Das ist Terror. Ja, 2000 Kinder, die gestorben sind. Ich beziehe Position, um es kurz und knapp zu machen, ich beziehe Position zu den 5000 palästinensischen Zivilbevölkerung sowie zu den 1500 israelischen Zivilbevölkerung. Da beziehe Position. Und ich denke, dass diese komplette Löwenherz, ich war gestern hier schon drin, habe versucht, ranzukommen, leider habe ich es nicht geschafft. Und bin jetzt auch gerade seit kurzem drin und habe gehört, dass hier eine klare Partei ergriffen wird. Und ich finde das falsch. Ich finde das gerade, dass aus diesem Konflikt eine Religionssache gemacht wird. Damit interpretierst du mich, damit siehst du das vollkommen falsch. Wenn du mir zugehört hättest und hier drin wärst, hättest du ganz genau gehört, dass ich auch an der israelischen Regierung Sachen kritisiere, weil ich sage beispielsweise, dass der Gazastreifen abgeriegelt wird, eine humanitäre Katastrophe herrscht, dass sie da keine Hilfsgüter reinlassen, jetzt gerade tun sie es ein bisschen, dass ich absolut dagegen bin. Ich bin dagegen, wenn irgendwelche palästinensischen Kinder sterben bei Luftangriffen. Ich bin absolut dagegen. Ich bin ein Freund der Menschen. Aber wenn ich etwas, wenn ich ein Schild hier reinmache oder einen Hintergrund, wo ich sage, kein Widerstand legitimiert Terror, hat das nichts mit einer Seite zu tun, sondern mit einer normalen menschlichen Haltung. Das ist schon mal das Erste. Und wenn ich hier reinschreibe, I stand with Israel, dann ist das nicht mit der israelischen Regierung, sondern mit der israelischen Bevölkerung, mit den normalen Menschen, die getötet worden sind. Hinter die stelle ich mich, weil das war unmenschlich. Und ich habe auch genauso mich hinter die palästinensischen Kinder gestellt, weil Kinder in einem Krieg, Sterben ist immer eins zu viel. So, damit du jetzt mal meine Meinung hörst. Ich bin gar nicht so parteiisch, wie du vielleicht denkst. Nein, Löwenherz, ich habe auch nicht dich gemeint. Ich habe dich nicht persönlich gemeint. Ich habe gemeint, die Stellung der Personen in diesem Stream. Ja, wenn ich mir den Chat durchlese, wenn ich dann Sachen höre, die waren gestern, das ging gestern extrem. Ich wollte unbedingt rein, habe es leider nicht geschafft. Ja, wenn ich jetzt auch so jemanden, da haben wir doch so einen Spezialisten. Aisha war erst neun Jahre alt. Ja, das sagt ja schon einiges aus über dein Publikum. Ja, ich will euch nicht denunzieren oder beleidigen, aber es sagt was aus. Also ich stehe da auch hinter. Also jetzt ist halt die Frage, was ist damit ein Thema, wenn wir sagen, die Hamas selber spricht aus islamischer Sicht über den Konflikt. Das heißt, man kann es auch auf dieser Ebene kontern. Wenn die Hamas jetzt zum Beispiel sagt, wir wollen gegen Israel kämpfen, eben weil es früher ein muslimisches Land gewesen ist und wenn es erstmal mit dem Schwert erobert wird, darf es nie wieder eine andere Religion annehmen. Wenn die Hamas selber sagt, wir wollen Israel auslöschen im Namen des Islam, dann kann man doch sagen, okay, dann kann man da auch darauf antworten. Hier, die Hamas bezieht sich auf Allah, die bezieht sich auf den politischen Islam. Der Hamas sowie die ISIS sind nicht stellvertretend für den Islam, so wie Adolf Hitler das nicht war für Deutschland. Danke. Schau mal, wow. Schau mal, die Hamas selber beruft sich auf verschiedene Koranverse und auch auf Hadith. Die sind nicht stellvertretend für uns, verstehe das doch. Die Hamas hat mit dem Islam so viel zu tun wie Arschbacken mit Kuchenbacken. Ja, das kannst du nicht sagen. Die sagen, die sind Islam. Das kann ich sagen, ich bin Muslim. Ich bin Muslim. Ja, das sagen die. Warte mal, wenn wir schon davon reden, was steht denn bei euch im Koran drin über Juden und Christen? Und da sind wir wieder bei einem Thema, den ich nicht aufmachen will, weil um den Koran zu interpretieren, brauchst du den Tafsir. Ja, und ich bin nicht der Mega-Gelehrte, was diesen Islam angeht. Deswegen, bevor ich euch was Falsches beibringe, bitte ich euch, wenn ihr den Koran aufschlagt oder aufschlagen wollt unbedingt mit irgendwelchen Zuren und Versen, belegt das mit dem Tafsir, bitte. Das steht auf das Lugen und das haben wir alles bewiesen. Das hatten wir alles schon hier drin. Okay, eine Frage an dich darf ich. Und zwar in der Tora steht, ich habe einem Rabbi zugehört, der gesagt hat, dass man diese Ungläubigen auch deren Kinder und Frauen ermorden soll. Soll ich jetzt denken, dass alle Juden oder Israelis Mörder sind? Wo steht das denn bitte? Ein Rabbi hat das gesagt. Ja. Ein Rabbi hat das gesagt. Ja, aber jetzt musst du zum einen die Quelle benennen. Aber er beruft sich auf die Religion. Nee, Hamas hast du auch als Beispiel genommen. Ja, aber ihr habt gerade behauptet, dass Hamas stellvertretend ist für den Islam, weil sie sagen, sie sind Muslime. Jetzt sage ich euch, dieser Rabbi hat das gesagt. Aber warte mal. Und jetzt zieht ihr wieder den Schwanz ein. Ich ziehe den Schwanz nicht ein. Nee, ich will das auf mir sagen. Ich will das auf mir sagen. Wir machen das jetzt nochmal auf einer Grundbasis, auf einer ganz, ganz normalen Grundbasis. Also, gibt es Tötungsaufrufe im Koran? Absolut. Kann man das Christentum völlig falsch interpretieren? Genauso absolut. Wer zum Teufel hält sich an die Bibel und leitet irgendeinen Heiligen Krieg aus der Bibel heraus ab? Niemand. Wer Kreuzritter hat die Braut? Aber die Kreuzritter hat die Braut. Wir reden von heute. Wir lassen die Kreuzritter. Wir lassen die Kreuzritter. Wir lassen die Kreuzritter werden. Richtig geil. Kreuzritter, perfektes Kreuzritter, perfektes Beispiel. Da haben wir uns herausentwickelt. Das war vor 400 Jahren. Das ist vorbei. Wer tut es heute noch? Wer tut es heute noch? Und diese beiden gesellschaftlichen, weil es kein Gleichgewicht gibt, gesellschaftlich. Genau. Der Christ-apologetische Hamas-Unterstützer, so dass man sagt, okay, ja, nein, die haben gesellschaftlich. Also die sind, genau, jetzt kommt wieder, die islamische Gesellschaft ist, weil der Westen da so drüber gefahren ist, können die sich nicht weiterentwickeln und bleiben auf einem Stand vor 400 Jahren stehen. Aber Nikolaus, das ist doch bewusst herbeigeführt oder sind die ganzen Monarchen in Arabien selber entstanden? Wir müssen uns verleugnen, dass das amerikanische Bündnispartner sind, obwohl sie radikal sind, obwohl der Westen so eine hohe Moral hat, haben sie Bündnispartner, die angeblich die Scharia ausleben. Was ist, wie kontrovers ist das? Das sind eure, also das sind die Leute Amerikas. Nikolaus, ich hab mal eine Frage. Ich hab nur eine Frage. Ich hab mich doch hier hingestellt und hab gesagt, das was die Hamas macht, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Das, was die ISIS macht, hat nichts mit dem Islam zu tun. Reicht jetzt, frage ich dich, was erwartest du von? Ich hab gesagt, ich verurteile das, was die Hamas getan hat. Was erwartest du von mir, dass ich sage, der Islam ist eine schlechte Religion? Nein. Aber was erwartest du von mir? Was erwartest du mit diesen Aussagen? Ja, danke für die Frage. Das ist so eine sehr, sehr gute Frage und ich will sie ernsthaft beantworten. Ich sage es hier immer wieder, zu sagen, der Westen hat daran Schuld, die haben daran Schuld, die haben daran Schuld und so. Das reicht nicht. Das wird es nicht bringen. Was ich erwarte, das nicht speziell von dir, aber was mir aus der muslimischen Gesellschaft fehlt und ich fordere das von meiner Community und von meinen Gesellschaften, in denen ich mitglied bin, genau so ist eine hohe, hohe Eigenverantwortung und Reflektiertheit gegenüber der eigenen Kultur. Du kannst sagen, ich lebe den Islam nicht so aus und dann more power to you, bitte motiviere umso mehr Leute, dass sie es genauso machen wie du. Jeder gastfreundliche, liebevolle, offene, liberale Moslem ist eine Bereicherung für diesen Planeten. Es gibt keine liberalen Muslims. Ich sage es mal bitte. Ja, aber Nikola, was denkst du, was passiert in den Moscheen an jedem Freitagsgebet, wenn dann der Mufti vorne steht und sagt, Leute, das ist der Islam, so funktioniert das nicht und so weiter und so weiter. Was denkst du, was wir versuchen zu machen? Wir leisten Aufklärungsarbeit. Ja, aber es gibt Leute, die sind resistent dagegen. Genauso wie, ich sag doch nicht, hast du versucht Aufklärungsarbeiten zu leisten mit den Leuten, die in die Asylheime anfackeln, die Auswendung verprügeln? Hast du da versucht Aufklärungsarbeit zu leisten? Nee, nicht in Deutschland. Soll ich dich deshalb verurteilen? Nein, du hast mich nicht auswählen lassen, aber mit völlig verrückt gewordenen Orthodoxen habe ich das sehr wohl gemacht. Bitte? Mit vollkommen durchgeknallten Orthodoxen, die auch ihre Bluttaten auf ihren Glauben berufen, habe ich das sehr wohl gemacht. Sehr, sehr, sehr wohl. Und was denkst du, passiert in den Moscheen? In welchen Moscheen redest du? Hier in Deutschland oder in Israel? In welchen von 1,9 Milliarden? Also, ganz ehrlich, ich meine es wirklich ehrlich, wenn alle so wären wie du, hätten wir kein Problem auf diesem Planeten. Aber das ist halt einfach nicht der Fall. Und nicht die Reflektiertheit zu besitzen, um anzuerkennen, wir haben ein Problem innerhalb unserer Gesellschaft, was wir diskutieren müssen. Und diese Lösung kam nur aus muslimischen Gesellschaften selbst kommen. Das kann nicht von außen oktroyiert werden. Das geht nicht. Das muss von innen sein. Aber zu sagen, ich lebe den Islam nicht so und nicht gleichzeitig zu sagen, es ist aber ein riesen Problem, wie es viele andere tun, das reicht nicht. Aber wenn wir das mal prozentual runterbrechen, ist das so eine Minderheit. Es ist, Radikale sind nicht Menschen, sind nicht ausschließlich Menschen, die sich in Hamburg ausbilden lassen und dann mit Flugzeugen in Türme reinfliegen. Als radikal kann man auch auslegen, dass Menschen, die weltweit die Scharia fordern, Menschen, die vergewaltigte Frauen als unreinbehandelt betrachten und deshalb steinigen lassen wollen. Lass sie doch mal ausreden. Menschen, die so etwas fordern, dass man gesteinigt wird. Menschen, die sagen, wie zum Beispiel 25 Prozent der Türken, die sagen, dass Ehrenmorde manchmal gerechtfertigt sein können. Das ist eine extreme Haltung. Man muss nicht extra in ein Hochhaus reinfliegen, um als Extremist zu gelten. So was ist keine weltoffene, gute Haltung. Und das ist keine prozentuale... Nicola, eine Frage an dich. Darf ich ganz kurz eine Frage an dich, Nicola? Wenn du diese Haltung hast und diese Kritik äußerst, teilweise auch zu Recht, selbstkritisch die eigene Gesellschaft zu hinterfragen, aber wenn du diese Haltung jetzt so besprichst und deutest du an, dass der Westen eine höhere Moral vertritt, dann frage ich dich, welch machst du nicht? Also, okay, pass auf. Im direkten Vergleich, ich sage nicht, dass der Westen einfach nur anders ist als jetzt radikale, mit extremen Ansichten muslimische Kulturen. Ich finde, vergewaltigte Frauen nicht zu steinigen nicht anders, sondern einfach besser. Ich finde, gleiches Recht für Frauen vor dem Gericht auch nicht anders, sondern einfach besser. Definitiv. Ich sage damit nicht, dass der Westen heilig ist. Okay, dann frage ich dich was. Ich bin der festen Überzeugung, dass die westliche Welt in den letzten 20 Jahren viel mehr Opfer in Kauf genommen hat, wie es in der ganzen islamischen 2 Milliarden Welt Menschen der Fall war. Aber ihr habt die ganzen Länder zerbombt, ihr habt Familien zerstört, ihr habt Flüchtlinge verursacht, ihr habt so viel an Dinge kaputt gemacht auf der Welt, so viel Vergewaltigung kann es gar nicht geben auf der Welt. Wer ist wir? Also ich komme aus Westen jetzt. Ja, gut. Wir kommen aus dem Land. Ihr spricht jetzt ein bisschen pro-westlich, deswegen habe ich ihr gesagt. Aber nicht. Man muss verstehen. Dann wissen wir, wie es gemeint ist. Absolut. Jetzt aber die Gegenfrage dazu ist, ja, lass uns Seite an Seite streiten, dass wir sagen, das, was der Westen in vielen Ländern der Welt tut, unter anderem mit meinem Heimatland, geht absolut nicht und muss auch bekämpft werden, aber es ist eben auch. Dann bitte Schulter an Schulter, wir beide können zusammen eine Demo organisieren und darum auch bemühen. Ja, gerne. Und jetzt? Gut. Finde ich gut. Weil, guck mal, du hast gerade deine Heimat beschrieben. Weißt du was? Serbien ist sehr christlich. Es geht nur um die Ideologie, dass sie Russland treu sind. Ja, es geht nur um die Ideologie. Es geht nicht darum, welche Religion sie haben, sondern welche Haltung sie haben. Absolut. Und genauso ist es auch bei unseren Konflikten, wo ihr permanent den Islam defamiert und uns das Gefühl gibt, ihr seid ja nur so gewalttätig, weil ihr Muslime seid. Und dass ihr das nicht eingesteht, dass ein Iraker frustriert ist, weil sein Land zerbombt ist, weil ein Afghaner gefrustet ist, weil sein Land zerbombt ist, dass ein Palästinenser gefrustet ist, dass seine Bevölkerung unterdrückt wird. Warum blendet ihr das aus und schiebt das alles in den Islam rein? Ich verstehe es nicht. Da muss man ja ein Vorurteil haben oder eine eigene Ideologie entwickelt haben, dass man diese Religion verteufelt, um diese Weltanschauung zu haben. Dann kannst du mir bitte beantworten, was hier in Deutschland gerade passiert mit den ganzen Juden. Diesen ganzen Hass. Was passiert denn? Dass die jüdischen Kinder nicht zur Schule gehen können in den Privatschulen, weil die Angst haben. Ganze Bombendrohungen. Jetzt war, ich weiß nicht wann das war, da wollte einer in eine Demo reinfahren und alle töten. Kannst du mir das erklären? Pass mal auf. Ich habe die Haltung. Ich würde jedes jüdisches Kind an die Hand halten und zur Schule begleiten. Okay? Ich sage nicht von dir. Ich rede nicht von dir. Ich habe es schon verstanden. Pass auf. Du hast jetzt. Okay. Dann will ich mal darauf antworten. Was ist dann mit den Kindern? Guck mal. Ich verstehe das. Ich bin voll bei dir. Ich bin total dagegen, dass Kinder in jeglicher Form da reingezogen werden. Aber wenn du die gleiche Sympathie hast für die Kinder, die gerade sterben. Die Schule ist so weit weg für die, dass die ihre Eltern verlieren, dass sie sterben, dass sie Waisenkinder werden. Wenn du diese Empathie für diese Kinder auch hast, dann sind wir auf einem Nenner. Du denkst, ich gucke mir die Videos an bei Gazanau und Lache oder was? Ganz bestimmt nicht. Ich habe nicht gefeiert hier zu Hause mit Süßigkeiten. Habe ich nicht behauptet. Ich habe nur gesagt. Ich habe keinen eingeladen mit Süßigkeiten oder gestoßen mit Alkohol und habe gesagt, hier, wir feiern jetzt. Habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dann sind wir auf Augenhöhe, wenn du dieselbe Empathie für diese Kinder entwickelst. Ich frage mich jetzt, was passiert in Deutschland? Weil in Deutschland passiert gerade nichts mit der Moschee oder so. In Deutschland sind keine Juden oder Christen. Da bist du falsch informiert. Die ganzen Moscheen hier in Deutschland werden, was heißt die ganzen Moscheen? Aber es sind einige Moscheen, die werden vandaliert. Von Juden? Nein. Von Menschen. Wir wissen nicht wer. Wir machen keine Unterschiede. Wir sagen nicht, das sind Deutsche oder es sind Juden oder es sind Christen. Das wird... Naja, man muss doch die Gruppe kennen. Von Vollidioten. Und natürlich darf ich mal kurz auf Sibum eben nochmal kurz eingehen. Also ich stimme dir zu. Wir haben hier in Deutschland auch ein Thema damit, dass wir aktuell eine Regierung haben, die nicht im Sinne des Volkes handelt. Das habe ich auch nicht gesagt. gesagt, wir haben auch eine Regierung, die aktuell vollkommen unfähig ist und Aussagen macht, wo ich sagen kann, hier, diese Regierung steht nicht hinter dem, was ich will. So. Wir haben, was die, ich sag mal, islamischen Regierungen angeht. Also wie gesagt, Selbstkritik ist schon vorhanden. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wenn diese Regierungen sagen, wir rechtfertigen das jetzt aus der und der Zeile aus dem Koran oder aus der Sunna und es ist schon eine Verbindung da, dass es nicht von der Hand zu weisen ist. Da müsste man doch eigentlich sagen, hier, warum hat Allah ein Wort geschaffen, was man auslegen kann, um Terror und Gewalt zu rechtfertigen. Da müsste man doch selber mal fragen, okay, wenn das so ist, dann sollte es doch zumindest für die heutige Zeit für ungültig erklärt werden, damit eben keine weiteren Gewalttaten raus entstehen. Die Christen im Alten Testament, also da beruft sich ja keiner mehr drauf. Aber wenn faktisch heutzutage ein Moslem den Koran nehmen kann und mit diesem Koran töten kann, ihn als Begründung nehmen kann, dann haben wir doch ein Thema, um zu sagen, hier, da muss sich etwas ändern. Es geht nicht darum, dass man alle Muslime in einen Topf schlägt, um Gottes Willen. Es geht doch nur darum, dass man versucht, bestehende Zustände, wo man Probleme hat, zu verbessern und nämlich darin, dass man sieht, wo die Wurzel ist. Lieber Löwenherz, wenn du nicht alle Muslime in einen Topf schlägt, dann sag doch nicht, wenn ein Moslem den Koran in den... Sagt Politiker oder Terrorist. Das ist ganz kurz. Sorry, Zibu. Nee, ich... Löwenherz. Zibu, bitte. Zibu, bitte. Zibu, was wollte zu sagen, bitte. Irgendwann hat Löwe gesagt. Irgendwas, was war los. Ich wollte Folgendes sagen, weil du sagst, wir nehmen den Koran in die Hand und stellen fest, hey, da sind gewaltbereite Versen, die wir jetzt benutzen können. Du sagst, ich habe das gesagt, Löwenherz? Oder habe ich dich falsch verstanden? Ich habe die letzte halbe Stunde gar nicht geredet. Wer war das eben? Wer hat nicht geredet? Moritz, warst du das eben? Ja, ich war es. Ah, Entschuldigung, Entschuldigung. Also, wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, Koranverse zu lesen und haben da Gewaltaufrufe gelesen, ja? Und du hast gerade gesagt, Regierungen tun das, berufen sich auf einen Koranverse und wollen in den Krieg ziehen. Ich kenne keine Regierung, die das macht. Ich kenne die Hamas. Ja doch, Gaza. Hamas, ja. Das ist keine Regierung. Nein, das ist keine Regierung. Die sind gewählt. Die verwalten die Gaza. Pass auf, das ist keine Regierung. Es gibt kein Land. Gaza ist kein Land. Gaza hat keine Regierung. Gaza ist überhaupt nicht anerkannt. Hamas regiert dort. Okay, gut. Jetzt, passt auf. Die Interpretation von Regierung. Warte mal, warte mal. Ihr verurteilt ein Vers, was zu Gewalt aufruft. Jetzt verurteilt doch mal, dass ein Buch sagt, vor 3000 Jahren habt ihr da gelebt. Geht und vertreibt diese Menschen und nehmt deren Häuser und geht da rein und verbreitet euch umso viel es geht. So. Das steht noch nicht mal in der Torah, das steht sogar in der Bibel. Ja. Die Juden berufen sich, damit die westliche Unterstützung überhaupt in der Form da ist, auf die Bibel. Ja, obwohl sie gar nicht an die Bibel glauben. Warum? Und wenn ihr doch Glaubenskritiker seid, warum dann nicht für alle Glauben, die es gibt? Warum? Schau mal, weil du mit dem Christentum keine Gewalt rechtfertigen kannst. Das ist der erste Punkt. Du rechtfertigst doch Gewalt, wenn du Israel überhaupt ins Leben rufst. Wenn du vor 1948 aus einer antisemitischen Haltung es für notwendig hältst, dass deutsche Juden einen Staat brauchen, weil du es nicht erträgst neben einem Juden zu stehen, dann ist das das größte Antisemitismus, was es gibt. Ja. Das ist Verführungstheorie. Warum? Du bist immer stark gegen Verführungstheorie. Das ist eine, dass Israel gegründet wurde, weil Deutschland seine Juden los will. Nein, 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 habe ich nicht gesagt. Stopp, stopp, stopp. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Ich formuliere es nochmal neu, damit es verständlich für alle ist. Die europäischen Juden konnten in ihren europäischen Ländern nicht Tscheche sein, Pole sein, Deutscher sein. Sie waren nicht in Sicherheit. Und es ist nicht nur die Schuld der Deutschen. Nein, es war ein Phänomen, was in ganz Europa verteilt war. Der ganzen Welt. Aufgrund dessen, was ich auch nachvollziehen kann, die Sehnsucht eines Juden nach einem eigenen Staat kann ich absolut nachvollziehen. Aber die resultiert wegen dem Antisemitismus in Mitteleuropa. Und nicht, weil Araber damals Antisemitismus kannten. Die kannten das Wort gar nicht mal. Wer hat denn bei Hitlerzeit mit dem Hitler gearbeitet? Ja, da war aber schon entschieden, dass Palästina Israel wird. Die Palästinenser haben sich dann pro Nazis angeschlossen, weil sie befürchtet haben, dass ihnen das Land genommen wird. Und das ist zur Realität geworden. Was ich nur sagen will, wir können über alles diskutieren, aber was ich damit nur sagen möchte ist, ihr zieht den Koran in den Dreck. Und das, was dann drin steht, was die Ursache überhaupt für diesen Konflikt ist, eine Notwendigkeit eines jüdischen Staates, was eigentlich überhaupt nicht notwendig ist, wenn man normal wäre und nicht in einem Rassendenken so verkrüppelt ist, dann würde es gar kein Israel geben. Da würde zum Beispiel, Rup, du hast gesagt, du bist Israeli, ne? Ja. Schau mal, dann erklär mich mal auf, woher deine Motivation ist. Du bist, glaube ich, Deutsche, ne? Ich bin hier geboren, ich habe in Israel gelebt, ich war in der Armee, ich habe das alles mitbekommen. Aber du bist deutsch, denn ethnisch bist du deutsch? Ja, also meine Mutter ist nur aus Israel, mein Vater ist aus Mazedonien. Achso, okay, aus Mazedonien. So, jetzt frage ich dich, warum, wenn die aus diesen Ländern kommen, warum müssen die, oder dürfen die nicht Mazedone sein? Warum dürfte ein deutscher Jude nicht Deutscher sein? Warum müssen die sich einen Staat auswählen, um in Sicherheit zu leben? Und wenn der Westen diese Verantwortung mal wirklich annimmt und sagt, hey, wir haben diesen Konflikt auch mit verursacht und wir müssen jetzt wirklich nach einer Lösung suchen, liebe israelische Regierung, jetzt ist mal Stopp, wir müssen jetzt mal Klarschiff machen, wir haben ein Gesetz in der UN und 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 und, wir machen jetzt eine Zwei-Staaten-Lösung und jeder lebt sein Leben. Und das macht ihr aber nicht. Ihr sagt immer, oh, der ist Moslem, der wird Gewalt aufgerufen. Mann, die Bibel ruft doch auf zur Gewalt auf, wenn sie sagt, Israel, geh zurück nach Israel, weil in Europa will euch keiner. Aber du verstehst gerade nicht, dass es umgesetzt wird. Was steht in den 10-Geboten? Es wird ja umgesetzt bei euch, ja, ich rede nicht von allen, aber es wird ja umgesetzt. Ich sehe ja hier auf den Straßen, was passiert. Es ist ja, die Religion ist ja bei diesem Konflikt mit drin. Sie wollen ja die Juden auslöschen. Darf ich mal was dazu? Die Juden auslöschen? Auf gar keinen Fall. Darf ich mal auch ein Wort dazu sagen? Ja, was denkst du, was Hamas denn will? Also, du hast es doch immer nicht verstanden, was Hamas will. Das ist nicht die Muslime. Hamas ist nicht so. Ja, aber die, die für Hamas sind und mit Hamas gehen. Ja, und die hier auf die Straßen gehen und diese ganze Scheiße machen. Die sind ja auf seiner Seite. 99% gehen wegen Palästina, nicht wegen Hamas. Darf ich mal ein kurzer, was dazu sagen, bitte? Genau, 1%. Und die restlichen 1%. Komm, wir lassen mal den anderen jetzt mal reden. Guck mal, ich will eine Sache darüber reden. Guck mal, du weißt, ich habe nichts gegen dich. Ich habe gegen niemanden was. Nicht gegen Christen, nicht gegen Muslime. Ich finde, wir sind alle Menschen aus Adam und Eva. Und das ist das Wichtigste. Guck mal, es ist schön, dass wir uns respektieren. Dass jeder seine Meinung sagen darf. Aber niemand sollte den anderen runter machen oder fertig machen oder kritisieren für etwas, was er nichts dafür hat. Jetzt, was Hamas gemacht hat, hat nichts mit dem Islam oder mit mir zu tun oder mit irgendjemandem. Jeder bekennt seinen Namen selber. Guck mal, jetzt, wenn man über Krieg reden wird. Ich habe heute mit Patrick vorhin geschrieben. Ich habe vorhin mit Patrick geschrieben. Ich habe dem Patrick gesagt, man hat über Muslime geredet, Terror, dies und das. Ich habe gesagt, die Amerikaner haben 2003 einen Krieg, einen Irak geführt, einen unschuldigen Krieg, der nicht sein müsste als Begründung. Der Irak hat Atomwaffen. Am Ende hat man festgestellt, dass der Irak keine Atomwaffen hatte. Und es ging nur um Macht und Öl. Und jeder Krieg heutzutage ist leider traurig. Es geht nur um Macht und Öl. Guck mal, als damals die Salah al-Ayubi, er kennt ihn vielleicht, Salah al-Ayubi war ein Krieger, ein Muslim, ein Kurde. Als er geregiert hat, man hat ihn angerufen, man hat nicht angerufen, man hat ihn eine Nachricht geschickt, dass die Kreuzzüge Jerusalemer angreifen und da sind Juden und Muslime und Christen, arabische Christen, die werden von den Kreuzzüge von Europa angegriffen. Dann hat Salah al-Ayubi eine Militär begründet aus arabischen Ländern und hat die Kreuzzüge dort geschlagen. Was hat er am Anfang gemacht? Er hat die Kirchen wieder aufgebaut, er hat die Judentempel wieder aufgebaut und er hat die Juden Sicherheit gegeben. Sogar der Osmanische Reich hat darüber gesprochen, er hat gesagt, als die Juden Hilfe brauchten, wir haben die Juden unterstützt. Wir haben nichts gegen Juden, immer. Aber es gibt in jeder Religion Radikale. Warte mal kurz, weiter. Weißt du, was der Pakt von Umar ist? Von wem? Der Pakt von Umar selber sagt ganz genau, also der Pakt von Umar hat selber gesagt, man darf keine, also das war ein Pakt zwischen den ungläubigen damals Juden und Christen und dem damaligen Kalifen. So, da steht ganz explizit drin, man darf keine Kirchen ausbessern oder neu bauen, man darf nicht offen für den Glauben werben. Das sind alles Sachen, das sind damals Abmachungen gewesen. Und das spricht doch ganz klar dagegen eben. Das könnt du vielleicht sein, aber ich kann dir nur sagen, nicht alle Muslime denken gleich. Jetzt gerade sagst du mir was, aber ich sag dir, was Salah al-Ayubi gemacht hat. Nein, das habe ich auch nicht behauptet. Nein, ich habe dir nur gesagt, was kannst du so legitimieren und was kannst du nicht so legitimieren. Guck mal, vielleicht hast du da recht, vielleicht hast du da recht, aber nicht alle Muslime sind gleich, nicht alle denken gleich. Verstehst du? Es gibt überall Radikale. Habe ich nicht gesagt. Ich habe immer differenziert, nein, ich schau mal, hör mir mal zu, ich habe immer differenziert zwischen Muslimen, die sich an den politischen Islam halten, also die Scharia hier einführen wollen, und ich habe zwischen Muslimen differenziert, die hier in Frieden leben, sich integrieren, assimilieren, einen Teil zu der Gesellschaft beitragen wollen. Ein Wort zu viel. Ein Wort zu viel. Assimilieren. Assimilieren ist eine sehr, eigentlich ganz schlimme Forderung. Wieso willst du, dass ich mich assimiliere? Warum ist das schlimm? Ja, weil du mir meine Identität raubst dadurch. Schau mal, weil wir ein Thema haben, wenn wir Kulturen haben, schau mal, schau mal, schau mal, wir haben, wenn wir in homogenen Kulturen sind. Ich bin noch nicht fertig gewesen. Ich bin noch nicht fertig gewesen. Ich bin noch nicht fertig gewesen. Lass mich doch mal gerade auf C-Boom antworten. Okay. Du kannst dich doch viel einfacher, wenn ihr gleiche Werte vertritt, kannst du dich viel einfacher in eine Gesellschaft integrieren. Wenn du jetzt eine integrierte und assimilierte Gesellschaft hast, dann ist das doch hundertmal besser, als irgendwelche Parallel- und Gegengesellschaften zu haben, die andere Werte haben, andere Systeme, andere Auffassung vom Rechtssystem. Ja, guck dir doch mal an, was in Jugoslawien gewesen ist. Da hatte man heute Kulti. Lass mich doch mal ausreden. Lass mich doch mal ausreden, was ich sagen will. Okay, lass mal weiterreden, der hat am wenigsten geredet. Lass mich bitte ausreden, da kann jeder von euch reden. Guck mal, die meisten sagen, Muslime haben etwas gegen Christen oder Juden oder wer auch immer. Das stimmt gar nicht. Ich sag dir mal, warum? Guck mal, wir haben nie eine Tora, oh Gottes Willen, verbrannt. Weil wir glauben an die Tora, genau wie wir an den Koran glauben. Guck mal, warum sagt das? Lass mich bitte ausreden. Guck mal, der Koran hat die Tora erwähnt. Der Koran hat die Tora erwähnt. Hat Moses erwähnt, Abraham, Abraham erwähnt und Jesus erwähnt. Die Bibel genauso. Hast du irgendwo mal einen Muslimen gesehen, der hat eine Bibel geholt und hat sie verbrannt? Oder eine Tora, oh Gottes Willen? Niemals. Ich sag dir, warum? Weil wir glauben selber daran. Ist die Tora und die Tora verfälscht? Wir sagen, es ist verfälscht, ja. Ist die Tora verfälscht? Guck mal, Bruder, hör mir mal zu. Jetzt willst du mir ein schlechtes Bild neben den Leuten, die alle drinnen machen. Ich lüge nicht. Ich sag dir, stimmt. Aber wir glauben nicht, dass die ganze Bibel gefälscht ist. Oder nicht die ganze Tora. Das ist doch, dennoch glaub ich hier. Es gibt in der Tora und in der Bibel Gottes Namen. Und es gibt immer, dass mich doch wird ausgehen. Wir glauben immer noch, dass es in der Bibel und der Tora Sachen gibt, die verändert wurden. Ja. Aber wir glauben, es ist Gottes Wort. Also wir sagen nicht, dass die Bibel oder die Tora schlimm sind. Oh, Gottes Willen. Das sagen wir nicht. Wir sagen, es ist gefälscht. Wie soll das denn funktionieren, wenn du nicht weißt, was Gottes Wort ist und was nicht? Wie soll das denn funktionieren, wenn du nicht weißt, was Gottes Wort ist und was nicht, wenn du sagst, es sind Teile verfälscht? Ich antworte nicht. Was soll denn konkret verfälscht sein? Guck mal, wieso greifst du mich immer an? Lass mich doch mal antworten. Ich sag dir mal wie es. Guck mal, die Juden und die Christen, die Juden und die Muslime glauben, dass, wie wir sagen, nach Judentum und Christen, äh, Islam und Judentum sagen, Schweinefleisch ist nicht erlaubt. Und dann sagen wir... Christentum genauso. Ich hinterfrage nur. Ich hinterfrage nur. Ich hinterfrage zum Beispiel. Wo ist die Bibel und die Tora? An welchem Punkt? Lass mich doch. Okay, das habe ich schon beantwortet, denn du mir richtig zuhörst. Ich habe das schon beantwortet. Guck mal. Ich sag dir mal was. Die Juden und die Muslime essen beide kein Schweinefleisch, ne? Die Christen essen Schweinefleisch. Die Juden lassen sich beschneiden. Die Muslime genauso. Also du weißt, was das mit meinem Beschneiden? Es ist, äh... Ich habe kein Pferd, der sagt, dass eine Frau beschneidet sein soll. Radikale machen es vielleicht, ja. Aber wie beschneidet man eine Frau? Das war ich selber. Ich habe schon mal davon gehört. Ich habe davon mal gehört. Ja, das stimmt. Denn in Afrika insbesondere habe ich schon gehört. Aber, also Libanon und wir und Syrien und Palästina und Jerusalem und wie auch immer. Und wie auch immer, wie nur das sagen, gibt es sowas nicht. Haben wir nie gemacht. Also wir bei uns nicht. Ich kenne sowas. Ich schwöre dir bei Gott. Ich kenne sowas nicht. Wir haben vorgestern sieben verschiedene Länder genannt. Sieben verschiedene islamische Länder. Lass mich doch mal ausreden. Guck mal die Juden. Die Juden sagen bei den 100ern. Die essen kein Schweinefleisch. Die lassen sich beschneiden, genau wie wir. Dann auch wir, die Christen, andererseits, bei denen, die beschneiden sich nicht, der schon trotzdem Schweinefleisch. Also wir haben einen Teil von den Judentum, und einen Teil von den Christentum. Aber wir glauben an beide Bücher. Dennoch sagen wir, es gibt Gefälschung. Aber wir sagen nicht, wir sagen nicht, dass es nicht Gottes Wort ist. Wir glauben sogar im Koran, du kannst du von aufschlagen. Der Koran hat selbst die Judentum, das Judentum erwähnt, und das Christentum. Und Moses, Ibrahim, Abraham, Mo, alle Propheten. Wir glauben an alle Propheten. Du hast gerade einen Punkt genannt. Wie kann das Neue Testament Gottes Wort sein, wenn es eben Jesus als Sohn Gottes, beziehungsweise Gott selber bezeichnet? Wie kann das Gottes Wort aus Sicht der Muslime sein? Guck mal, wir glauben nicht, dass Jesus Gott ist, erstens, oder Sohn. Wir glauben, er ist ein Prophet, wie Ibrahim, wie Moses, wie Mo. Lass mich bitte jetzt, guck mal, wenn du mich nicht aufreden, dann frag mich nicht. Wenn du mich nicht aufreden, wir glauben, dass Jesus, Gott ist so, er ist nicht Gott, er ist nicht der Sohn. Er ist ein Prophet. Er ist eine Seele von Gott, ja. Die Mutter Maria hat ihn bekommen, ohne dass ein Mann sie berührt, ja. Aber er ist nicht so Gott, und er ist nicht Gottes Sohn. Wenn er jetzt, wenn er jetzt Gottes Sohn ist, wenn er jetzt Gott wäre, Gott wurde gezwungen, am Kreuz gehängt zu werden. Er wollte nicht. Und dann am Ende sagen wir, wenn er Gottes Vater, wenn er Gott ist, wieso hat er gesagt, am Ende als ein Kreuz war, oh Vater, wieso hast du mich verlassen? Also wusste Gott nicht, dass er, wieso er das gemacht hat? Also, Jesus selber ist Gott in Menschengestalt. Das ist nämlich der, das ist nämlich das an der ganzen Sache. So, Gott ist auf die Erde gekommen als Jesus. So, Gott kann ja eigentlich alles. So, dadurch hat er gesehen, wie es ist, Mensch zu sein. Das war ein Experiment auf der Erde, wenn man es mal als das betrachtet. Anders hätte er das nicht gewusst. Anders hätte er das nicht gewusst. Anders hätte er das nicht gewusst, oder wie? Geht das mal zu Ende? Also, Gott ist für unsere Sünden gestorben, aus Sicht des Christentums zu sehen. Und das ist der Unterschied. Ja, aber warum wollt ihr euch dann immer gegenseitig überzeugen? Soll doch wieder glauben, was sein? Oder, wenn er von unseren Sünden gestorben ist, sagen wir mal, ne? Dann kann ich als Christ vor nichts Angst haben, ich kann machen, was ich will. Er ist sowieso von einem Sünden gestorben. Schau mal, das ist ein bisschen anders. Aber warum? Jetzt ist besser. Er hat es immer wieder, die Diskussion auf die Regionen. Aber guck mal, wenn ich was rede, er will nicht immer unterbrechen. Ja, aber weil das nicht... Wir sind über Palästina, wir reden über Palästina und Israel. Du meinst es zwar gut, aber du redest gegen eine Wand. Du hast morgen jemanden, der eine feste Haltung zum Islam hat. Okay, ich rede mal jetzt über Palästina und Israel. Guck mal, wir sind... Guck mal, das ist das... Okay, ich vergiss mich mal die anderen Sachen. Guck mal, Palästina und Israel müssen zusammenleben. Ob es dem passt oder dem nicht passt, die müssen zusammenleben. Die haben keine andere Möglichkeit. Sie leben ja zusammen gerade. Ja, aber ich meine den Frieden, das meinte ich. Ich meine den Frieden. Guck mal, wir... Wir sind nicht mit der Hamas... Ich bin gegen die Hamas, ich bin ehrlich jetzt mit euch. Was die gemacht haben, hat zu mehr Blut gebracht. Aber ich unterstütze... Und sei mir nicht böse, ob was ich jetzt sage. Ich unterstütze auch nicht die israelischen Militär, was sie gemacht haben. Guck mal, es gibt keine Rechtfertigung für Unschuldige zu töten. Ob es auf der Hamas-Seite ist... Jetzt sagen die Hamas... Weiter, ich habe eine Frage an Sie. Können Sie kurz mal aufhören zu reden und eine Frage beantworten? Schieß los. Wenn Sie sagen, niemand hat das Recht, sich zu verteidigen, im Prinzip ist das übersetzt, weil Israel wurde ja angegriffen. Stellen Sie sich vor, ich wäre ein Mann und wir wären jetzt Gesicht zu Angesicht und wir würden miteinander diskutieren und ich würde Ihnen plötzlich aus voller Wucht ins Auge schlagen. Sie würden nicht zurückschlagen? Natürlich, selbstverständlich. Na, damit haben Sie geantwortet. Aber du hast gerade die Haltung der Palästinenser mitgeschrieben. Darf ich dir kurz jetzt darauf was sagen? Wenn die Palästinenser sagen, die Siedlung hören nicht auf. Die bauen immer neue Siedlungen. Und die UNO hat selbst zugegeben. Die Amerikaner haben es kritisiert, die Europäische Union haben es kritisiert. Das ist lediglich eine Erschaffungsmaßnahme für Arbeitsplätze. Das ist kein Gericht, da ist nichts nachgewiesen oder so. Okay, vergessen wir meine Siedlung. Die Europäische Union hat selbst zugegeben, dass die Siedlungen nicht aufhören. Ich bin jetzt nicht gegen Israel. Und versteht mich bitte nicht falsch. Aber ich sage euch, beide haben Fehler. Beide machen Fehler. Guck mal, der Unterschied zwischen mir und dir ist, ich gebe es zu, aber du gibst es nicht zu. Das ist der Unterschied. Und ich will, dass Nikola, sag du mal was dazu, was ich gesagt habe. Ob ich was falsch gesagt habe. Also ich würde gerne zurückkommen auf zwei Sachen. Ich bin immer noch vernünftig. Ich bin immer noch vernünftig. Ich finde das vernünftigste ist Nikola. Und deswegen will ich gerne von Ihnen hören, ob ich was falsch gesagt habe. Er ist voll unvernünftig. Also bitte, was ist das jetzt hier für eine Aussage? Niemandem das vor. Du mal, wir müssen damit klarkommen, dass man zusammenleben soll. Wir müssen hier wieder ein bisschen vernünftige Gesprächskultur reinbringen. Das klappt so nicht. Ich mach doch niemand an. Ich erzähle doch nur, wie es sein soll. Aber lass mal die Anna noch mal weiter fragen. Also, ich wollte was dazu sagen, weil ich merke hier sehr viel Suggestiv und Hass auf Israel. Du verstehst mich nicht. Wo habe ich auf Hass geredet? Lass sie mal ausreden. 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 Lass sie doch mal ausreden alle. Okay. Also ich versuche es nochmal. Und dieser suggestive Hass wird immer unter einem Denkmantel präsentiert von Humanität. Ihr habt über die Geisel gesprochen, die befreit worden ist. Und ihr habt es so hier formuliert, dass sie sehr freundlich war zu den Geiselnehmern. Und allgemein ist die Hamas sozusagen damit rechtfertigt. Und ich wollte euch nur zurückführen zu dieser Diskussion, weil ihr vermischt hier Gott und Innenpolitik von Israel und Außenpolitik von Amerika. Ich wollte euch nur daran erinnern, dass diese Geisel auf dem Weg dorthin, als sie gekidnappt wurde, geschlagen worden ist, dass ihr Ehemann immer noch eine Geisel ist und dort über 200 Menschen täglich gequält werden und im Geiselhaft sitzen von der Hamas. Und sie ist so. Kannst du bitte dein Mikro ausmachen damit? Ich weiß nicht, du hast da irgendein Wolfen? Hintergrundgeräusch. Ja. Sie kann nicht und ihr könnt auch nicht einsehen, dass sie steht unter Gewalt von den Terroristen. Und dass ihr sie so verhöhnt, dieses Opfer von der Gewalt und einfach ausspricht, dass sie da gute Beziehungen zu diesen Terroristen hatte. Sie hat das selber gesagt. Das haben wir nicht gesagt. Sie hat das gesagt, nicht wir. Ja, aber sie sagt es, weil sie unter Angst ist. Nein, sie war schon gerettet. Ehemann ist noch da. Und 200 weitere Menschen sind noch unter Gewalt. Ich kann es bestätigen. Ihr Ehemann ist noch dort. Ich habe nur gesagt, dass sie in dem Interview das gesagt hat. Ja, aber ihr habt, du hast es angesprochen und dann gab es so eine Art Diskussion, Theorien, dass wenn sie das sagt, dann liegt es ja daran, es kann ja sein, dass die Hamas gar keinen Krieg will und in Wirklichkeit sind das gute Jungs. Und nein, die haben in Gewalt unter der Erde Menschen gefangen. Und das, was sie sagt, ist lediglich... Anna, darf ich kurz auf deine Sachen antworten? Ja, gleich. Und zweitens, hier sprechen alle immer von beiden Seiten. Und ich möchte unterstreichen, es gibt keine beiden Seiten. Es gibt Mörder, die einen Schlag zurückbekommen. Und es gibt Israel und Israelis und Juden, für die ihr überhaupt kein Mitleid habt. Die werden verdrängt, die Bilder und das Mitgefühl an diese Opfer, weil ihr ständig von beiden Seiten redet. Da wurden Frauen vergewaltigt, bis denen die Knochen gebrochen waren. Und ihr könnt, wenn ihr das nicht glaubt, ihr könnt einfach nur zum Kanal von der Hamas gehen. Die haben einen Telegram-Kanal und die zeigen das dort alles selber auf Arabisch mit Videos. Sehr schön, ihr könnt dabei essen und es genießen. Und dass man das einfach ignoriert und die ganze Zeit von beiden Seiten spricht, noch nie hat Israel Palästina angekürzt. Es geht immer andersrum. Israel verteidigt sich. Ja, das ist immer von der anderen Seite gekommen. Jedes fucking Jahr, wenn ich dort bin, muss ich mir diese Scheiße geben, dass die einfach nicht... Solange die unterdrückt werden und wir keine Zwei-Staaten-Lösung haben, wird das immer so sein. Sie haben es selber abgelehnt. Es ist eine logische Folge von dem, was dort gelebt wird. Sie haben es abgelehnt, sie gehen nicht drauf ein. Rabin wurde ermordet von einem orthodoxen Juden, weil er auch für Frieden war. Auf ein anderes Thema. Weil er Frieden... Darf ich mich mal kurz dazu äußern? Nein, das ist kein anderes Thema. Aber die Hamas möchte doch gar keinen Frieden. Die möchte es doch gar nicht. Ich habe eine Frage an Anna. Ganz kurz. Ich habe eine Frage an Anna und dann bin ich ruhig. Sibum, aber danach bitte KalimaTV, er ist neu reingekommen. Gebt ihm die Chance. Gerne. Ich will nur Anna was fragen. Anna, nach deinem Namen her, bist du Ukrainerin? Aus Odessa? Richtig? Ja. Bist du jetzt zum Beispiel... Putin sagt, der Donbass war schon immer Russland. Wir gehen jetzt rein und nehmen uns ein Drittel von der Ukraine weg. Bist du dafür? Bist du das normal? Sie möchten auf ein anderes Thema, damit sie die Verantwortung der Hamas einfach billigen. Okay, ich antworte Ihnen. Nein, gar nicht. Die Hamas haben wir ja geklärt. Ich möchte nur, da Ihre Haltung ist. Ich antworte Ihnen gerade. Unterbrechen Sie mich. Okay. Ukraine ist ein Staat. Palästina ist kein Staat. Okay. Putin ist in ein, ja, hat ein Staat angegriffen. Mhm. Israel hat kein Staat angegriffen. Aber beide haben Menschen angegriffen, oder? Und Sorte von Palästina angegriffen. So kann man das nicht vergleichen, oder? Natürlich nicht, weil das ja nicht in deinem Weltbild passt. Weil das waren beides Menschen. Da interessiert mich nicht, ob das ein Staat ist oder ein Freiluftgefängnis wie Gaza. Es waren Menschen. Ja, das ist ein Freiluftgefängnis wie Gaza. Und das, was du eben gerade gesagt hast, dass wir relativieren wollen, dass da Leute umgekommen sind, weil sie Juden sind, dass wir dann denken, oh, das ist uns egal. Das ist uns nicht egal. Aber warum machen Sie diesen Terroristen kein Vorwurf? Das sagt aber keiner, dass es schlimm ist. Die greifen ihn rein an, kriegen zurück und machen Vorwurf an Mittel. Schau mal, ich komme zu dir nach Hause. Ich komme zu dir nach Hause, Anna. Ich ziehe dich aus dem Haus raus und schmeiße dich raus und ziehe mit meiner Familie rein. Weißt du, was du machst? Du suchst nach irgendwelchen Stangen oder sonst was und greifst mich an. Ja, aber das passiert doch im Westjordanland. Die ziehen die Leute aus den Häusern und kriegen die raus. Ja, genau, das hast du ja auch alles gesehen. Jemand, der dort war, kann es bestätigen, was da passiert in der Moschee. Das haben wir schon gesagt. Bitte nicht die Realität vertuschen. Bitte. Die Realität ist, dass die Familien aus den Häusern gezogen werden. Das ist Realität. Da gibt es auch kein Diskussionsspektrum, dass wir andere Meinungen sein können. Das ist ein Faktum. Es werden Siedlungen illegal gebaut. Und für mich ist jeder, nur Anna, weil sie eben das so interpretiert hat, als wären wir gegen Juden. Definitiv nicht. Jede Schandtat, jedes schlimme Vergehen. Ja, aber Sie sprechen nicht von den Opfern, die gerade entstanden sind. Natürlich, ich tue es doch gerade. Ich tue es doch gerade. Nein, Sie haben kein einziges Mal gesagt. Es ist schrecklich, es ist furchtbar. Nikola, Nikola kann es bestätigen, oder? Sie sagen auf beiden Seiten, nein, die eine Seite sind Mörder. Nein. Jeder, der ein Mensch törtet. Die israelische Regierung sind genauso schlimme Mörder wie die Hamas. Nein, nein. Was für Mörder? Was für Mörder? Mörder. Was für Mörder? Die versuchen gerade hier die Hamas umzubringen. Die bringen ihre eigenen Geisel um mit den Bomben. Deswegen sind die Mörder oder was? Weil die das versuchen. Die versuchen das nicht. Natürlich versuchen. Was denkst du, was die... Die bringen für einen Terroristen 100 Zivilisten um. Das steht nicht im Verhältnis. Aber hast du mal gesehen, was für ein Verhältnis sie da haben? Weißt du, wie die da wohnen? Weißt du, wie viele Kinder die machen? Weißt du, wie sie... Sollen wir die jetzt zerbomben, weil die so viele Kinder machen? Okay, wir lassen mal jetzt Kalima reden. Das startet aus sonst. Kann ich mal nicht los. Erstmal wunderschöne Gedanken, wenn ich kurz was dazu sagen darf. Ich würde gerne die... Ich glaube, zwei Namen benutzen sie. Ist ja auch in Ordnung, ist auch deren Meinung. Ich habe erstmal eine grundsätzliche Frage. Akzeptiert ihr das UNO-Gewaltverbot? Nein, das ist ein Reich an dieser Stelle. Du fragst uns beide? Ja, ich frage euch beide. Nein, weil UNO hat sich heute antisemitisch geäußert. Und UNO ist kein Gericht. Haben sie nicht. Das war nicht meine Frage. Ich fragte dich oder euch, ob ihr das UNO-Gewaltverbot akzeptiert und respektiert. Nein. Okay, du sagst Nein. Die andere Dame? Sie ist für Gewalt. Was ist das denn bitte für eine Aussage? Ja, weil das... Was ist das für eine Aussage? Wenn man das nicht akzeptiert... Ja, wenn man das nicht akzeptiert, ist man gegen Gewalt. Nein, aber nicht die Person, die das sagt, dass es Gewalt heißt. Du bist nicht die Person, die sagt jetzt, dass sie dann für Gewalt ist. Ja, sie interpretieren meine Worte. Ganz kurz, es war nur einfach ein Ja-Nein-Frage. Also, Anna sagt Nein und du, Hope? Ich sag gar nichts dazu. Du sagst gar nichts dazu. Also, Schweigen ist ja auch eine gewisse Art für eine Antwort. Nein, es heißt weder Ja noch Nein. Ich sage gar nichts dazu. Na gut, aber es ist ja eine Ja-Nein-Frage. Ja, ich sag Nein. Ob man es ohne Gewaltverbot akzeptiert oder ob man es akzeptiert. Ich bin nicht für Gewalt. Du bist nicht für Gewalt. Ich bin nicht für Gewalt. Ich bin nicht für Zivilisten, die sterben, egal wo. Es hat nichts mit Israel zu tun. Egal, auf der ganzen Welt bin ich nicht dafür, dass irgendwelche Menschen sterben wegen Politik. Israel muss sich wehren und Israel hat nicht weniger Rechte wie die Ukraine. Ich rede nicht über die Ukraine, Anna. Wir haben den Monolog gehört. Ich hatte eine Frage, ob wir das... Bleiben Sie freundlich, bitte. Wir sind nicht bei Ihnen zu Hause. Ich bin auch freundlich. Aber den Monolog habe ich gehört und jetzt habe ich die Redezeit. Oder? Ist es die Höflichkeit, dass Sie mir zuhören? Dann bleiben Sie auch höflich. Ich bin doch höflich. Ich war die ganze Zeit ruhig, bis ich das Wort bekommen habe. Habe ich irgendwann mal reingeredet? Ja. Ich war noch am Reden. Da haben Sie mich unterbrochen. Nein, nein. Ich habe doch jetzt das Wort. Und ich hatte lediglich ein Ja-Nein-Antwort, eine Frage gestellt. Und das hat einen schon zu einer Diskussion geführt. Oh mein Gott, ich habe Sie vergessen zu fragen. Ah, darf ich jetzt reden? Ja, jetzt dürfen Sie. Spasiba. So. Danke. Schön haben wir das gekriegt. Also, als Ungewaltverbot ist ganz klar, dass jegliche physische als auch verbale Gewalt oder die Androhung davon verbietet. Das heißt, alle Länder, alle, die der UNO angehören, ja, also den Vereinten Nationen, die das akzeptieren, und das hat Israel zum Beispiel, ja, als auch Deutschland, Frankreich, USA und wie die ganzen Länder heißen, ja, haben die Verpflichtung, jegliche Gewalt, sei es militärisch oder auch verbal oder auch die Androhung zu unterlassen in ihren internationalen Beziehungen. Das ist das Grundding. Ich muss sagen, sogar als Moslem, ich stehe hinter diesem Gewaltverbot, weil es hindert uns daran, die Köpfe einzuschlagen. Wacker, Anna. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, wir müssen einfach sehen, und das hat sogar jetzt der UN-Generalsekretär, Antone, wie heißt er? Guterres? Guterres. Genau, hat es gerade, ich glaube, heute wunderbar gesagt. Ja, er hat die Gewalt der Hamas verurteilt, das mache ich auch, ganz klar. Gewalt kann niemals eine Lösung sein. Und hat aber auch ganz klar gesagt, ja, dass all das, was passiert, keine, also wie soll ich sagen, nicht aus einem luftleeren Raum kommt. Das heißt, man muss einfach, wenn wir diese Diskussion hier führen wollen und ehrlich führen wollen, die Historie angucken. Was ist denn bitte vor knapp 70, 80 Jahren passiert? Wie ist das heutige zu bewerten in dieser Geschichte dieser beiden Länder? Ja, das muss man einfach sich vor Augen führen. Und hierfür, und dann bin ich eigentlich auch schon fertig, weil ich gerne einfach mit Fakten und mit, also akademisch ein bisschen arbeite, ja, möchte ich einfach all denjenigen, die hier zuhören und die sozusagen mitdiskutieren wollen oder sich ein besseres Bild machen wollen, einmal das Buch von Ilan Pappe ans Herz legen. Die ethnische Säuberung Palästina. Er ist ein Jude. Er durfte, nachdem er das Werk geschrieben hat, gehen aus Israel. Das ist auch sehr interessant. Man schreibt ein Buch, man muss schon gehen. Das Zweite ist... Ja, bei anderen Religionen werden die dann sterben. Gibt's auch. Danke für diesen Stammtischbeitrag. Ja. Wollte ich nur sagen, es gibt andere Religionen, dann sterben die. Aber was hat es jetzt mit Religion zu tun? Ich dachte gerade eben, Israel ist ein Staat. Du hast keine Ahnung von Religion. Du hast keine Ahnung von Politik. Du bist einfach nur ein dummes Stück Scheiße. Dankeschön für deine Worte. Das ist ein wertvoller Diskussionsbeitrag. Ja, war jetzt von beiden nicht so richtig gut, aber okay. Ja, also mal wieder was Qualitatives. Wunderbar. Die sterben dann, wenn die so Bücher schreiben. Gibt's aber... Darf ich bitte meinen letzten Satz zu Ende bringen? Also bitte, warum? Warum musst du unterbrechen? Ja, komm, mach. Ja, also das Zweite... Wer hat das gesagt? Schmeiß den mal raus. Bogatzky, möge keiner sagen, er hätte es nicht gewusst. Mit einem Vorwort von Evelyn Hecht-Galinski, wo auch jemand sich die Mühe gemacht hat, das alles mal ein bisschen einzuordnen und mit vielen, vielen Quellen von Amnesty, International Human Rights Watch, den UN-Resolutionen und so weiter. The Guardian, Tagesschau, also mit vielen Spiegel online, mit vielen Quellen arbeitet. Und wo einfach festhält, dass eine systematische Unterdrückung der Palästinenser in den letzten Jahrzehnten, Dekaden passiert ist. Natürlich rechtfertigt es keine Gewalt. Ich möchte hier nichts relativieren. Aber nochmal, und das für den Diskurs, man muss einfach die Historie mit in den Blick nehmen. Wieso, weshalb? Auch die Hamas war zum Beispiel anfangs gar nicht so radikal wie heute. Die waren vor etlichen Jahren, waren die für eine diplomatische Lösung, was aber abgelehnt worden ist. Ja? Man muss auch einfach bedenken, und das hat Ilan Pappe schon geschrieben, gleich zu Beginn im Vorwort sozusagen, dass 48 schon der Befehl kam, ja, von der gerade gegründeten Staatsform Israels, der Befehl kam, eine ethnische Säuberung zu machen und dass eine Zwangsumsiedlung für ihn überhaupt nichts Unmoralisches ist. Warte mal kurz, Kalima, darf ich mal kurz was fragen? Darf ich, Kalima, darf ich dich mal kurz was fragen? Wann soll die Hamas noch für eine Lösung gewesen sein? Wann war das? Nach meinem Wissen, vor fünf, sechs Jahren hatten sie versucht, die Grenzen, also sozusagen den Diskurs aufgemacht oder waren damit einverstanden, dass die Grenzen wieder von 67 eingehalten werden. Okay, dann warte mal kurz, warte mal, dann frage ich dich. Du kennst doch die Karte der Hamas von 1988. Ich kenne sie nicht auswendig. Okay, aber du hast sie schon mal gelesen? Noch nicht komplett, nein. Darf ich nicht durchgehen. Okay, dann würde ich dir mal empfehlen, diesmal die Karte der Hamas, weil da steht drin, dass sämtliche Friedensverhandlungen von vornherein und das auch laut denen, laut Islam, niemals akzeptiert werden darf, weil Israel niemals, ich betone, niemals ein Existenzrecht haben wird. Genauso wenig wie die Juden, die dort leben. Darf ich doch fragen? Ja, klar. Ja, ja, Moritz, aber eine Sache musst du dazu sagen, die haben, glaube ich, eine neue Tata, ne? Ja, also ich meine, 2017 oder 2018 haben sie nochmal drüber gearbeitet. Warum erwähnst du das nicht? Wollte ich doch gerade sagen, das habe ich bereits gesagt. Da steht dasselbe eigentlich in rhetorisch Weichgespülteren drin, weil sie gemerkt haben, sie kommen damit nicht so weiter. Aber der Inhalt alles und allem hat sich fast gar nicht geändert. Okay, Samantha, darf ich dich fragen, waren die Hamas schon immer an der Macht? Also A, sie sind irgendwie keine legitimierte Regierung, wenn du so willst, sie wurden nie gewählt. Das weißt du hoffentlich auch, sie haben es einfach übernommen. Normal eigentlich, augenscheinlich ist eigentlich Abbas für die Palästinenser zuständig. Er hat aber in diesem Gazastreifen gar keine, wie soll ich sagen, Befugnis mehr, sondern die Hamas haben das übernommen. Sie sprechen auch nicht für das ganze palästinensische Volk, das muss dir auch klar sein. Und was eine verrückte Opierung da für eine Vereinsregelung aufstellt, das ist denen ihre Sache. Aber, das muss dir auch bekannt sein, die Hamas waren, wie gesagt, nicht von Anfang. Ich glaube, seit 2007 sind sie an der Macht, korrigiere mich gerne, ich weiß es nicht auswendig. Seit 1988. Seit 1988, okay. Ja gut, aber jetzt regierungsmäßig sind sie glaube ich erst seit 2007 haben sie die Gazastreifen übernommen, richtig? Das heißt, davor waren sie eine Untergrundgruppierung? Nein, also... Okay, whatever. Auf jeden Fall, und das ist einfach klar, bevor die Hamas da irgendwie, wie hat es gesagt, 1988 dran war, war 1979 schon eine Resolution, die UN-Resolution 446, die ganz klar moniert hat und Israel aufgekommen hat... Kalima TV, ganz kurz, ich muss nur unterbrechen, vergesst bitte nicht, dass Nicole reingekommen ist, gebt ihr bitte gleich die Chance. Ja, natürlich, letzter Satz, I'm sorry, ich gehe dann auch gerne, mach gerne Platz. Also, 1979 hat die UN-Resolution 446 schon, wurde verabschiedet, wo schon ganz klar moniert wurde, dass Israel sozusagen kein Wasser zulässt, die Ressourcen nicht gibt, Siedlungsbau betreibt und das nicht legal ist. 1979, okay, 80 wurde es dann nochmal moniert und Israel wurde aufgefordert, alle Bestrebungen zu unternehmen, damit es endlich gestoppt wird. Wir wissen von 2016, um jetzt ein bisschen in die Gegenwart zu kommen, dass die USA ihr Veto diesmal nicht eingelegt hatten, im 2016 eine UN-Resolution mit verabschiedet haben, wo dieser Siedlungsbau auch nochmal thematisiert wurde und Israel scharfe Kritik geübt hat. Heute haben wir, Guterres hat es nochmal erwähnt und jetzt möchten sie schon den Guterres, dass er zurücktritt. Also es ist Kritik an der Politik, die gegen das internationale Völkerrecht ist, ist anscheinend nicht erlaubt seitens Israel. Danke dazu. Wollen wir Nicole das Wort geben? Ja, also ich habe mit Palästinenser gesprochen, die auch in Deutschland gelebt haben. Wir haben mir die ganze Situation da erklärt, was die, also wie diese Menschen unterdrückt werden. Da werden Straßen gebaut, dass die Leute nicht mehr von ANAB kommen. und ja, die werden mit dem Müll beschüttet und haste nicht gesehen. Du hast alles von dieser, ich will jetzt nicht sagen Juden, ist ein Hirnwort, sondern Israelis. Ist das korrekt? Du hast das aus Sicht, ganz kurz Nicole, du hast das natürlich aus Sicht von einem Palästinenser gehört. Ich meine, was wird er dir auch erzählen? Er wird dir ja nicht erzählen, dass Israelis nett sind. Und umgekehrt genauso. Das heißt jetzt ja nicht, dass es genauso ist, wie du es beschilderst, also wie du es sagst. Ja, deswegen bin ich ja hier, um halt Erfahren zu sammeln. Wir können ja mal ein Experiment machen. Wir bilden eine Reisegruppe, ziehen uns alle an wie Muslime und gehen mal durch Jerusalem ins jüdische Gebiet. Und dann bin ich mal gespannt, wie da so die Reaktion ist. Ja, aber kommst du überhaupt rein in Israel? Warum sollte ich nicht reinkommen? Ja, aber nicht jeder kommt rein. Warum? Ist das, äh, was ist das? Ist das Pandora oder warum soll ein Land niemanden reinlassen? Die lassen nicht jeden rein. Ist das Pandora? Okay, der war gut. Das muss ich dir jetzt lassen, der war lustig. Warum soll ich da nicht reingehen können? Was hast du denn für einen Pass? Ja, was spielt das für eine Rolle? Ja, das spielt eine Rolle. Israel lässt nicht jeden rein. Ja, aber dann zeigst du ja schon, dass sie sich als was Besseres fühlen. Nein, sie fühlen sich nicht. In welches Land kommst du nicht rein? Also, man braucht ein Visum, ja? Man braucht ein Visum. Es geht um Sicherheit. Ach so, okay. Ich glaube schon, dass ich mit einem türkischen Pass da reinkomme. Oder? Zweifelst du dran? Das kommt drauf an. Müssen wir mal sehen. Warum soll ich mit einem deutschen Pass nicht da reinkommen? Erklär mir doch mal bitte. Mit einem deutschen Pass kommst du rein. Obwohl das, äh, okay. Mit der Geschichte kommt man mit einem deutschen Pass rein, aber mit einem türkischen nicht. Es geht um Sicherheit. Nicht jeder kommt da rein. Ja, wenn es um Sicherheit geht. Kommt man da auch mit einem russischen Pass rein? Wie bitte? Kommt man da auch mit einem russischen Pass rein? Nur eine Frage. Das kann ich dir jetzt nicht sagen, ob du mit einem russischen Pass da reinkommst. Ich sitze nicht dort. Nicht mehr. Ich weiß nicht, ob sich da was geändert hat, aber Ausländer und bestimmte Länder werden überprüft. Nee, also Hob, ich kann dir sagen, weil wirtschaftlich ist Israel auch trotzdem aktiv mit der Türkei und man kommt als Türke da rein. Das kann auch sein. Jetzt laufen wir alle als Muslime durch, äh, durch so ein Gebiet. In Jerusalem. Und werden teilweise transaliert, oder? Nee, also jetzt sagen wir mal so, ich war ja in der Armee, ich hatte ja meine zwei Jahre, die waren nicht in einem Standpunkt. Die waren auch in Jerusalem, ich stand genau vor der Moschee, ich stand auch bei der, ähm, anderen Seite und ich hab ganz genau gesehen, was da passiert. Okay. Ich kann jetzt nicht von allen Tagen reden, die, äh, von jeden Tag, ja, es ging ja nur zwei Jahre, aber ich hab gesehen, was da passiert. Und was da gezeigt wird in den Medien, sieht immer ganz anders aus, weil die stehen da, die Araber und keine Ahnung wer noch, und die suchen einfach Streit. Die versuchen irgendwie die Aufmerksamkeit zu bekommen. Zu provozieren und so. Ja, mit Steinen, ähm, oder Frauen, die komplett geschleiert sind, die fangen da auch an, äh, Streit zu suchen. Klar, und dann sieht man Auseinandersetzungen. Und das wird uns dann gezeigt in den Medien, wie ein Polizist oder einer aus der Armee oder keine Ahnung wer, dann da anfängt, mit denen, äh, sich zu streiten und die dann wegzunehmen. Genau das wird gesehen. Aber zeigen die nicht, wie, die mit Steinen da werfen oder dann anfangen hier sich zu schlagen oder weiß was ich was. Rob, ich will dich mal was fragen, weil du jetzt, äh, auch beim Militär warst. Ich habe jetzt einen Bericht gesehen über, äh, Soldaten, also Ex-Soldaten, die sich beschweren, also israelische Ex-Soldaten, die sich beschweren, befehlen gefolgt zu sein, die, äh, sie heute nicht mehr vertreten können. Also das ist wie so eine Selbsthilfegruppe geworden, die, äh, sagen, wir sind nicht damit einverstanden, was wir alles machen mussten. Was genau? Gab es, also irgendwas, also ein, ein Kind von der Familie wegzerren oder jemanden verhaften, der eigentlich minderjährig ist oder, keine Ahnung, irgendwas. Aber auf jeden Fall gibt es eine, äh, ich müsste dich ja mal raussuchen, dass, diese, dieses, äh, diesen Bericht nochmal. Aber es gibt eine Selbsthilfegruppe für ex-israelische Soldaten, die nicht drauf stolz sind, was sie alles in ihrem Dienst machen mussten, ja. Äh, äh, da ist meine Frage an dich, gab es schon mal solche Momente, wo du gedacht hast, ey, eigentlich will ich das jetzt gerade nicht, weil mir das zu weit geht. Aber bitte Hand aufs Herz und ehrlich und ich verurteile dich auch nicht, äh, in irgendeine Richtung. Äh, nein, das gab es bei mir nicht. Äh, du musst auch verstehen, äh, die Militär besteht aus ganz vielen Teilen. Ähm, es gibt Spezialeinheiten, die, äh, an der, äh, Grenze stehen oder rein in, äh, im Gazastreifen gehen oder weiß was ich was. Das sind ganz viele andere Sachen, also, es gibt die normalen, dann gibt es, es gibt so eine Stufung, ja. Ähm, irgendwann mal, wo ich dann, äh, in Jerusalem war, habe ich dann gesagt, okay, stopp, weil ich war in mehreren Plätzen, habe ich gesagt, stopp, ich möchte hier nicht mehr sein, weil das kann nicht sein, dass ich da stehe, mit meinem, ähm, mit meiner Uniform und dass die Leute mich sozusagen angreifen. Ich konnte das nicht mehr, ja, ähm, und bin dann weggegangen, weil ich gesehen habe, das eskaliert einfach jedes Mal, jedes Mal an Feiertagen oder weiß weiß ich was von denen, es eskaliert ist, es gibt immer eine Eskalation. Immer muss irgendwas passieren. Und ich habe dann gesagt, okay, ich will das nicht und dann bin ich woanders hingegangen, wo es einfach ruhiger ist. Also zum Beispiel jetzt nach, äh, zur Grenze zur Jordanien, da ist es ruhiger. Da passiert auch nichts. Warst du in Ost-Jerusalem oder wo wart ihr da? Direkt da, wo die Klagemauer ist und, ähm, und die Moschee. Okay. Okay, äh, ist das Ost-Jerusalem, weil ich kann das, geografisch kann ich das gerade nicht einordnen. Ist das dann Ost-Jerusalem? Das weiß ich nicht, ob das jetzt zu Osten noch zählt oder nicht, aber direkt da. Oder die Grenze wahrscheinlich. Direkt da, wo die Moschee, vor der Moschee stand ich. Okay, müsste ich mal gucken, was, äh, zu Ost-Jerusalem, weil die, die Palästinenser beanspruchen ja Ost-Jerusalem für sich. Und da stelle ich mir die Frage, oder die Provokationen, die da entstehen, kommen die aus, aus dem Gefühl heraus, unterdrückt zu werden oder besetzt zu sein? Oder war das schon in, in, äh, israelischem Einzugsgebiet? Ich kann euch sagen, es gibt viel, also es, sobald jemand mit der Uniform ist, und es gibt sehr viele Uniformen, nicht nur grün, so, also olivgrün. Es gibt auch Polizei, es gibt alles Mögliche, sobald du sowas anhast dort, äh, wirst du mit Stein beworfen, wirst du angespuckt, äh, die schreien dir hinterher. Ähm, und es ist sehr unangenehm. Ähm, klar kann ich verstehen, äh, sind die nicht so gut drauf, ja, und wenn die vor allem noch, äh, fasten oder so, dann sowieso, äh, vielleicht ist es bei denen gerade nicht so toll, ja, aber es rechtfertigt einfach nicht, äh, Steine zu schmeißen. Und ich kann euch sagen, wenn jemand in der Armee irgendwas falsch macht, gibt es auch ein Gefängnis. Du kannst nicht einfach dein Gewehr nehmen und jemanden töten, das geht nicht. Sowas gibt es nicht, du kannst das nicht einfach machen. Da komm auch Minister rein. Du gehst ins Gefängnis rein, es, da gibt's, du gehst ins Gefängnis rein, da musst du nur, nicht mal töten, noch andere Sachen machen und du gehst da rein. Also, das geht nicht einfach so, dass ich da hingehe und sage, okay, den, den nehm ich jetzt mit. Das funktioniert nicht so. So, ganz kurz, und, äh, Leute, was auch nicht geht, ihr müsst viel mehr liken. Hier, die Leute unterhalten sich, die brauchen viel mehr Aufmerksamkeit, das sind gute Diskussionen. Also, gebt Gas, in 10 Minuten 40.000 Likes, abfad. Ja, schönen guten Abend. Also, äh, ich sehe die Dinge ein bisschen anders. Das ist, äh, was am 7. Oktober passiert ist, ist ja kein, in Anführungszeichen, kein normal, keine normale Gewalt gewesen, sondern es ist ja, äh, ein Massaker gewesen. Was die Hamas aktuell veranstaltet hat, unabhängig. Nicht aktuell, am 7. Oktober. Ja, ganz genau. Mhm. Das ist für mich noch aktuell. Weil aktuell, das Massaker ist grad auf der anderen Seite, ne? Ja gut, es sterben aber noch Leute in Israel, dass ihr Bescheid wisst. Es gibt's noch immer Hamas-Leute in Israel. Also, es ist jetzt nicht so, dass die, äh, nicht mehr da sind. Die sind auch noch in Israel und machen ein paar Sachen. Also, es sterben noch immer Leute und es sind noch 200 Leute, die da sitzen unter der Erde und, äh, nicht wissen, ob die leben werden oder nicht oder vielleicht schon tot sind. Ganz genau. Also, wer's nicht, wer's noch nicht gemacht hat, einfach mal Red Alert installieren, alle, alles anstellen und dann mal gucken, ob wir... Ja, ich hatte die App, das, äh, das klingelt ja durch und durch. Also, da kann man direkt dann wieder ausschalten. Ja, ja. Lass das Handy mal auf laut, Red Alert an und dann sagt man noch mal, ob das mit Israel alles, alles in Ordnung ist. Und auch in dem, in dem Zuge, ne? Diese ewige, ewige Quantifizierung, äh, von, das sei alles nicht gerechtfertigt, weil die arme, arme Hamas und der arme, arme Gasenstreifen sind ja viel, viel schlechter bewaffnet. Ist so, okay, und der Iron Dome verteidigt, äh, dann Israelis gegen Steine und Stöcker oder was? Ähm, und, und, was, also, was ist das auch für eine Art und Weise? Zu argumentieren, weil auf der einen Seite weniger Leute sterben als auf der anderen und dann werden da irgendwelche tollen Tabellen gemacht worden, die Toten nebeneinander gehalten werden. Was ist denn dahinter, hinter so einer Argumentation? Dann lass uns doch den Iron Dome für drei Tage ausschalten, weil dann haben wir genügend Tote, dann haben wir genügend Tote, um aus dem gesamten arabischen Raum Parkplatz zu verwandeln. Also, wer so anfängt zu argumentieren, dass wir das quantifizieren, ist doch, ist doch hohl. Aber Nicola, wenn ich jetzt, äh, hergehe und dir nach deutschem Recht eine Ohrfeige gebe, ja, und du mich dann komplett so zusammenschlägst, dass ich krankenhausreif bin und nicht ganz, die Verhältnismäßigkeit nicht da ist. Was denkst du, wie der Richter entscheiden wird, wenn so ein, so ein Hergehen da ist, dass ich alle Knochen gebrochen bekommen habe und du nur eine Ohrfeige? Diese Verhältnismäßigkeit führt dazu, dass der Richter dich verurteilen wird. Ja, das, du, du hast vollkommen recht. Nur sind Raketen keine Ohrfeigen. Ja, genau, da sterben sogar Menschen. Es ist viel dramatischer. Und wenn du sagst, auf der einen Seite, wir können das doch nicht gegenüberstellen, tust du ja einen Riesenfehler, weil du musst ja gucken, dass du Zivilbevölkerung in irgendeiner Art und Weise schützt. Und wenn du sagst, ja, ist doch egal, wenn da auf der einen Seite 5000 sterben und an der anderen Seite nur 1000, dann relativierst du komplett die 5000 Tote und das ist menschenunwürdig. Und aus der Denke wünsche ich mir, dass du da rauskommst. Nee, 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 nee. Also erstens relativiert es das nicht, weil wenn eine Armee gegen einen Haufen Feiglinge kämpft, die sich hinter Zivilisten verstecken, dann, also, zeig mir bitte einen Krieg, der sauber abgelaufen ist, bei dem nicht Zivilisten umgekommen sind. Und wenn eine Seite zwingend einen Krieg fordert und sich dann hinter Zivilisten versteckt, dann ist das leider der Lauf der Dinge. Das ist alles schade und wir können auch noch so viele John-Lenn-Lieder da abspielen, aber das geht halt an der Realpolitik vorbei. Aber das ist doch völlig normal. Israel kann doch nicht zulassen, dass dort eine Armee entsteht, dass man da gegen eine Armee kämpft. Das heißt, dadurch, dass Palästina überhaupt nicht souverän ist, kann es keine Armee geben. Und das will auch Israel nicht. Dann sagen die sich, okay, wir haben die paar Terroristen da und wir müssen irgendwie die im Schach halten und versuchen, das abzuwehren, so gut es geht. Wenn ein Palästina-Staat entsteht, dann entsteht auch eine Polizei, eine Armee und, und, und. Und das will man doch auch nicht. Wenn du das zulässt, dann hast du vielleicht einen Krieg auf Augenhöhe, wo Soldaten gegen Soldaten kämpfen. Das wird niemals eine Augenhöhe sein. Ein Terrorist kann doch keine Augenhöhe sein. Weißt du denn, wie viele Terroristen da sind? Nein, nein, nein. Ich habe eben gerade gesagt, wenn eine Armee existieren würde, da würden ja Soldaten gegen Soldaten kämpfen. Ja, das ist, was ist denn, was ist denn Hamas? Die kämpfen doch dagegen. Denkst du, wo Hamas da reingegangen ist? Für euch sind das ja Terroristen. Das sind ja keine Soldaten. Ja, aber die wussten doch mit, was die dann... Moritz, sag mal, was zu Hamas... Ich habe da doch schon so viel drüber gesagt. Also, wir sind ja gerade in der Diskussion. Wir wissen ja, was die Hamas ist. Wir wissen, was das Ziel der Hamas ist. Und wir wissen, was da aktuell gerade... Wir diskutieren darüber, was da ja da unten abgeht. So, es geht jetzt nur darum, dass man nicht das eine mit dem anderen relativiert. Tote sind Tote, das ist klar. Jeder Tote auf jeder Seite ist eine zu viel. Aber jetzt Palästina, als die großen Opfer dazustehen und Israel als, ich sag mal, denjenigen, der jetzt fast gar nichts abbekommen hat. Also Vergleich, Ohrfeige zu übel zusammenschlagen, finde ich jetzt auch nicht gerechtfertigt. Und was ist das, wenn ich 1400 Tote habe und verhältnismäßig 6000 Tote? Was ist das für ein Verhältnis? Wir haben gesagt, wir haben Glück, dass Israel so eine gute Verteidigung hat. Hat ja Nikolai eben gesagt, wenn man den Iron Dome ausschalten würde, dann würden die Zahlen ganz anders aussehen. Und was würde passieren? Sagen wir jetzt mal so, wir hätten auf der einen Seite die Hamas, wäre jetzt weg. Das eigene Volk würde sich gegen die Hamas stellen und würde sagen, wir liefern die jetzt Israel aus. Nehmen wir mal davon aus. So, wenn die Hamas dann, wenn das palästinensische Volk die Waffen liederlegen würde, würde es dann zu Frieden kommen? Würde Israel sagen, hier, wir wollen gerne, ihr habt euch gegen diese Terrororganisation gestellt, wir wollen euch da jetzt Frieden geben. Denkst du, das würde passieren? Nein, Israel würde keinen Frieden geben, weil, das Beispiel haben wir ja in der Westbank. Oh Mann, hör auf bitte mit diesem Beispiel. Hör doch bitte auf. Nein, warum? Du kannst die Westbank nicht mit Gaza streifen. Da gibt es aber keinen Hamas. Das kannst du nicht vergleichen. Warum nicht? Das kannst du nicht vergleichen. Da existiert keine Hamas und trotzdem werden die Menschen aus den Häusern gezogen. Wer ist Hamas? Erklär mir mal bitte, wer Hamas ist. Aus welchen Leuten besteht denn Hamas? Erklär mir das mal bitte. Aus welchen Leuten? Ich denke mal, ist radikal. Wenn du das schon erklärst, aus welchen Leuten die Hamas besteht, die drei Parallelorganisationen, die auch um die Vorherrschaft dort kämpfen, wie viel besser sind die eigentlich? Das weiß ich nicht. Spoiler, gar nicht. Die Hisbona steckt da drin, Iran steckt da drin. Was denkst du? Die Hamas wusste nicht, dass, wenn die da reinkommen, dass was passiert. Denkst du, die hätten gedacht, ah nee, Israel wird nichts machen. Die wussten doch ganz genau, dass das so eine Eskalation gibt. Es ist eine politische Sache. Die wollen da viel mehr. Es geht gar nicht um Gaza-Streifen. Es geht um Iran, es geht um Russland, es geht um diese ganzen Länder. Die haben etwas vor. Das werden wir in ein paar Wochen dann sehen, was genau passiert. Die Hamas, oder was? Denkst du wirklich, dass die Hamas so intelligent ist, dass die jetzt die Weltpolitik beeinflussen wollen? Die Hamas, weißt du, wer überhaupt der Anführer ist? Der sitzt in Iran, ja? Und da läuft das alles. Die ganzen Sachen kommen von Iran. Natürlich. Und die gehen doch nicht einfach in Israel rein. Pass mal auf, Ruck. Warte mal kurz, darf ich da mal kurz einhaken. Das Ding ist halt, du hast gefragt, ob Hamas die Weltpolitik beeinflussen will. Aus meiner Sicht, ja, und ich kann dir das auch begründen. Die Hamas will die Weltpolitik insofern beeinflussen, dass sie jetzt sagen, hier, die haben jetzt angefangen. Da drüben in dem Massaker vom 7.10. jetzt hier. So, das war der Anfang. So, jetzt darauf hin. Die wissen ganz genau, Israel wird sich jetzt rächen da an der Hamas. So, das heißt, wir haben jetzt eine fortschreitende Solidarisierungswelle. Das haben wir bereits aus islamischen Ländern raus. So, die wissen ganz genau, die können das nicht alleine gewinnen. Ich wusste gar nicht, dass London und Berlin muslimische Länder sind, weil da sind auch alle Leute auf der Straße, auch Deutsche. Ja, aber bei London hast du es so, bei London wird immer mehr und mehr islamisiert. Das kannst du auch an der Szene da sehen, also über Mohammed Hijab, Ali Dawah. Aber warte mal, lass mich mal kurz ausführen. Also das Problem ist halt, wir haben jetzt dadurch, was die Hamas gemacht hat, dass sich verschiedene Länder jetzt positionieren. Und das ist auch aus meiner Sicht, was die Hamas erreichen wollte. Viele islamischen Länder positionieren sich nämlich jetzt auf der Seite von Palästina, nutzen so Sachen wie das, was mit dem Krankenhaus passiert ist, um nachher Sachen später zu rechtfertigen. Da formieren sich natürlich jetzt Kräfte hinter Israel und hinter der Hamas, natürlich. Mit dem Parkplatz, meinst du? Okay, Ruf, eine Frage. Parkplatz, das war noch immer kein Krankenhaus. Und wisst ihr, in Israel wurde ein Krankenhaus wirklich bombardiert, ja? Da ist ein Krankenhaus, könnt ihr gerne sehen, Bilder und Videos, wie ein Krankenhaus sieht. Hat da jemand irgendwas gesagt? Hat da jemand irgendwas gesagt, dass in Israel ein Krankenhaus bombardiert worden ist? Haben wir jemand Neues? Ja, ich warte auch schon ein bisschen. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Ja, ich habe mal eine Frage. Ich gehe jetzt nicht ein, was in Israel passiert ist. Und es geht darum, wir müssten gerne darauf hinweisen, dass wir alle Frieden haben müssten. Auch ist egal, ob es Ira Israel ist oder sonst was wäre es. Auch in der Ukraine ist Krieg. Ja, wir müssten was schaffen, dass die Politiker mal am Tisch sitzen, ist egal, welche Politiker, auf welchem Land es ist. Wir müssten diese Leute auffordern, mit friedlichen, freundschaftlichen Menschlichkeit oder mit Menschenwürde, ja? Diesen Frieden endlich mal erreichen, dass keine Kinder sterben, dass keine Menschen sterben müssten. Ja, ältere Leute oder wie auch immer. Ja, wir müssten, wir müssten darauf antworten. Ja, sagen, pass auf, hört zu. Weder ihr müsst darauf reagieren, weder es geht dieser Planet unter. Ja, der Putin will mit Atombomben drohen. Der Israel tötet die Islam. Ja, das ist nicht normal. Ja, das ist eine Krankheit, die die Politiker machen, ja, die wollen uns alle auseinander treiben, wenn die Armee, ja, die Armee oder die Polizei, es ist egal, welche Nationen die sind, die Menschen würde beachten und sagen, pass auf, ihr Politiker habt Scheiße gebaut, wir müssten euch bestrafen und nicht die Menschen. Ja, die Menschen, die können nicht dafür, die können sich nicht verteidigen, verstehen Sie? Und das mag ich nicht. Danke, Andreas. Hob, eine Frage. Du bist jetzt auf den Iran auch gekommen. Kannst du mir erzählen, ob der Iran jemals oder irgendein Land angegriffen hat und Israel angegriffen hat? Klar, die unterstützen Hezbollah, das ist klar. Die unterstützen nicht nur Hezbollah, die geben den Hamas alles. Der Anführer sitzt in Iran, mehr muss man dazu nicht sagen. Okay, dann die Frage, als Netanjahu vor zig Jahren auch behauptet hat, dass der Irak, von der kam ja auch die Gefahr, dass der Irak chemische Waffen hat. Das hat er ja beschworen, wie die Amis, Tony Blair und wie sie alle heißen, haben es beschworen. Und dann war das nicht der Fall. Dann der Konflikt in Syrien. Also die Länder neben Israel, die eigentlich Israel eine Gefahr sein könnten, haben sich ja von ihnen selbst zerstört. Lieber. Ja, Libanon ist zu klein. Nicht zu klein. Was haben die denn? Die können sich nicht mal einen Krieg leisten. Was sollen die da bitte für einen Krieg führen? Die sind froh, dass wir nur... Lass mal Libanon weg. Da müssen wir auf eine Antwort gehen. Du hast recht, Herr Holm. Libanon hat es auch gesagt, Libanon hat es letztens gesagt, die haben gesagt, die Israelis drohen uns mit einem Krieg, dass die uns wieder zum Zeitalter schicken werden. Aber wir können den Israelis ganz einfach und klar sagen, wir haben nichts mehr zu verlieren. Unsere Wirtschaft ist sowieso am Arsch. Das hat ein Minister im Libanon gesagt. Also ich glaube nicht, dass Israel Angst hat wegen Syrien oder den ganzen anderen Ländern. Wir haben Angst gesprochen. Wir haben Angst gesprochen. Saddam Hussein hat schon Raketen abgeworfen auf Israel. Und am Ende ist er am Galgen gehangen. Und das war schon so. Und Syrien hat man es nicht geschafft. Aber geopolitisch ist es eigentlich im Interesse Israels, dass diese Länder instabil bleiben. Guck mal, ich liebe was zu bürgen. Mit Jordanien haben die ja... Darf ich auch mal was sagen, bitte? Ich warte die ganze Zeit schon. Gerne. Bitte. Meine Frage ist mal, es ist sehr viel Geld seit Jahren nach Palästina geflossen. In den Gazastreifen meinst du? Ja, das war mein Grundziel. Es sind so viel Geld heringeflossen. Warum haben sich denn die Palästinenser nicht selber mal gesagt, wohin kommt das Geld? Wo ist das Geld? Es sind, ich weiß nicht, mittlerweile Milliarden. Ich glaube, Milliarden. Ja, Milliarden. Warum unterstützt man das für Aufrüstung, anstatt sich vielleicht um eine Lösung zu kümmern? Welche Aufrüstung? Guck mal, das wissen wir ja nicht. Ich war ja nicht dabei. Das wissen wir nicht, ob die sich damit ausgerüstet haben. Natürlich haben wir ein Gaza 2.0 unter Gaza gebaut. Ganz kurz bitte hoch. Ja, ich sag ja nicht, wir wissen das jetzt. Wir waren nicht dabei. Ich weiß schon, dass da unten ein Gaza 2.0 ist. Warte mal, lass mal Big Spain, der hat echt wenig geredet. Lass ihn mal ausreden. Für mich ist einfach nur die Frage, da ist so viel Geld hingeflossen. Und natürlich für uns, wir wohnen ja alle hier in Deutschland, wir haben das auch bezahlt. Für uns ist die Frage, wir unterstützen natürlich keine Waffen eigentlich grundsätzlich. Ich denke mal, da sind wir uns alle einig, dass wir... Wir oder Deutschland? Wie als Menschen. Wie? Okay. Wie als Menschen, dass sie das nicht unterstützen, dass durch unsere Gelder Menschen sterben. Denke ich mal, sind wir uns einig. Ja, ja. Sollte so sein. Sollte im besten Fall so sein, ja. Aber das ist noch was anderes, als Waffen zu unterstützen. Weil die können ja auch Menschen nicht retten. Ja, ist immer so eine Definitionssache. Aber grundsätzlich ja, gebe ich grundsätzlich recht. Für mich ist am Ende die Frage, wo ist das Geld hin? So, Infrastruktur hätte aufgebaut werden können. Ich bin nicht so hart in dem Thema drin. Ja, also es ist nun mein Grundgedanke für mich als Außenstehender, der sich fragt, wo sind die ganzen Gelder hingekommen? Vielleicht wisst ihr ja mehr. Danke. Also, also. Okay, Nicola, antworte du darauf. Ähm, die Antwort darauf kannst du mit Red Alert einfach sehen. Die App runterladen, alle Alarme anstellen und dann kannst du die Dollar mitzählen. Ja. Das ist relativ einfach. Also so drastisch, wie es auch klingt. Aber da ist das Geld. Da ist das Geld. Auch jetzt, wenn man auch sieht, also deswegen auch, ja, die Taktik mit Stromversorgung, Wasserversorgung und so, das wird alles gekappt zum Gazastreifen und so. Also ich habe eine, ähm, als, ich, also nach fünf Jahren Politik, ich war in ein paar Kriegsgebieten zu Besuch. Ich sag's ganz, also als Politiker, nicht als Soldat und so, nicht als tapferer Mann irgendwas. Ich war bei den Versagern auf der Seite. Und, ähm, das erste, das erste, was in jedem Kriegsgebiet gemacht wird, meine Großmutter hat das bei sich noch gemacht, äh, sowohl in Jugoslawien als auch hier. Das ist ganz, ganz typisch. Ist Vorräte angelegt. So. Ähm, passiert das in, im Gaza? Nein. Nein, 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 nein. Das einzige, was dort eingelagert wird, hochgestapelt wird und, äh, irgendwie niemals ausgehen kann, sind Raketen. Davon gibt es on mass. Das, da gibt's irgendwie ein unendliches Supply Chain, ähm, die wie auch immer durch Zauberhand, ähm, über türkische Schiffe in dieses Land gelangen. Ne? Ähm, der, da, also wenn man sich da fragt, wo, wo fließt das Geld hin? Ja. Wir können ja alle, alle sehen, wie die dort angezogen sind, wie die da wohnen. Ich meine, nicht jeder hat ein Zimmer dort. Ich, ich bin der Meinung, dass die nicht in einem Zimmer pro Person sind, sondern mehrere. Äh, es sind so viele Kinder dort, die haben nicht, also die Umstände sind dort sehr schlimm, aber die kriegen so viel Geld. Es wird so viel Geld gespendet. Und das kommt bei den Bürgern dort nicht an. Okay, dann frage ich euch, kommt bei euch allen hier in der, in Deutschland bei euch allen Geld an? Mach doch mal die Schuldentabelle auf und guck mal die, dieses, äh, diese ganzen, äh, Skandale jetzt mit Habeck, der sitzt immer noch an seinem Posten. Wir haben dieses Problem überall. Also Korruption haben wir auch hierzulande. Mit, äh, mehreren Leuten in ein Zimmer, äh, kannst du dir keine Sachen leisten? Ich glaube nicht, oder? Wir leben hier in Deutschland. Ja, weil ich wie ein Schwein arbeite, ja. Ja, aber wir leben hier sehr, sehr gut. Dort wird nichts mit dem Geld gemacht. Es werden keine Schulen gebaut, es werden keine richtigen Häuser gebaut. Die Krankenhäuser sind nicht, wie die sein sollen, weil das Geld einfach bei der Hamas ist. Und wollt ihr mir erzählen, dass, wollt ihr mir erzählen, dass im Gaza sowas möglich ist? Dass die dort, äh, keine Ahnung, äh, eine neue Börse, äh, aufstellen? Und wenn die ein Hamas doch haben, dann ist alles möglich. Und wenn die ein Gaza-2 unten gebaut haben, dann, was denkst du, mit welchem Geld? Also ich kann dir sagen, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, für was unsere Bundesregierung alles Geld rausschmeißt. Und ich kann dir sagen, äh, was da unten rüber geht, das, äh, ist schon, hunderte Millionen gehen darunter. Und wenn, wenn das tatsächlich effektiv eingesetzt werden würde, hätten wir das Thema auch gar nicht, aber es wird nicht effektiv eingesetzt. Man kann nicht sagen, dass, äh, da unten keine Waffen oder was auch immer mitgekauft wird, was nicht für die Zivilbevölkerung gedacht ist. Also ich würde behaupten mal, das Wenigste geht in die Zivilbevölkerung. Guckt euch doch nur die Videos an von denen, wie die aussehen, mit was die bekleidet sind, wie die wohnen, die Häuser. Da sieht man doch schon, dass es nicht an die Leute gegangen ist. Übrigens, die Bundesregierung hat jetzt wieder 5 Millionen, oder gerade in Auftrag gegeben, 5 Millionen an humanitäre Hilfe an Palästina zu senden. Hat aber gleichzeitig auch gesagt, ähm, sie stehen für Israel. Was wird denn gedacht, wo das Geld hinkommt, diese 5 Millionen oder was? Ich glaube, äh, nee, die, die, ich glaube, jetzt aktuell gehen nur Hilfsgüter dahin im Wert von 5 Millionen. Ja, da geht kein Geld. Ich glaube nicht, dass da, ich glaube da nicht dran, dass da jetzt noch Geldfluss möglich ist. Nein, da geht nicht. Ich hatte, ich hatte nur die Zahl letztens gelesen, deswegen hatte ich, äh, das gerade noch im Kopf gehabt, Entschuldigung. Ja, mit Hilfsgüter. Ein Riesendrama, ein Riesendrama in Gaza ist zum Beispiel die ganze Geschichte mit der Kläranlage. Die haben keine ordentliche, keine ordentliche Kläranlage und, ähm, es wird, ähm, es wurde mal versucht, so etwas in diese Richtung zu errichten. Aber Israel sagt selber, das dürfen wir leider nicht zulassen. Alles, was du für eine richtige Kläranlage brauchst, kann wunderbar, wunderbar in noch mehr Raketen verwandelt werden. Also das ist ein, ein Never-Ending-Circle aus, ähm, man muss gucken, was dort überhaupt möglich ist. Und es dürfen nur Materialien verwendet werden, die, aus denen nicht noch weitere Raketen gebaut werden. Weil dafür sorgen Katariks und Türkei schon mehr als genug, dass das Material in das Land kommt. Ähm, da muss nicht Israel noch mithelfen. Trotzdem, wenn, ähm, was ich, finde ich, auch immer wieder untergeht, ist, wenn sagt Israel kappt die Strom-, Wasser- und Sonstverbindung. Wieso kann Israel das eigentlich? Weil es von denen kommt. Israel ist der größte Unterstützer für Gaza, ähm, und sorgt für das meiste. Das ist echt Bullshit, Nikola. Bitte? Ich komm zu dir und nimm die Kontrolle über dein Wasser und dann drehe ich das an. Dann sei dankbar, dass ich es dir aufdrehe. Aber nicht umsonst sind die, äh, mit einer, äh, mit einem Zaun. Es gibt ja einen Grund, davor war es ja offen, es, davor waren die raus. Die konnten ganz normal raus, man konnte ganz normal rein. Aber, wenn die sich nicht benehmen können und eine Hamas gründen, dann muss das gestoppt werden. Ganz einfach. Die Hamas hat jemand anderes gegründet, aber in die Diskussion will ich jetzt nicht rein. Achso, du würdest mir sagen, die ganzen Zigaretten dort, die haben nichts zu tun. Du bist kein Fan von Verschwörungstheorien? Okay, pass auf. Sebum, wir machen es nochmal. Ist Deutschland, ist Deutschland ein souveränes Land oder sind wir hier Deutschland GmbH und kontrolliert von Amerikanern? Ehrliche Antwort. Wir sind definitiv nicht souverän. Wer das behauptet, der ist blind, taub, stumm. Weil? Wie weil? Warum sind wir nicht souverän? Weswegen? Wer hat uns in der Hand? Weil wir, unsere ganze Politik darauf ausgelegt ist, da gibt es auch eine Atlantikbrücke, darauf ausgelegt ist, der amerikanischen Wirtschaft als erstes zu dienen. Warum? Du kannst die Kapitalströme mal angucken. Dann weißt du, wo unser Kapital hingeht. Du kannst dir hier eine Seite aufrufen, die zeigt, wie sehr wir uns verschulden, jeden Tag. Wir sind, wir sind, sämtliche Generationen sind dadurch verschuldet. Verschuldet. Das sind auch keine Verschwörungstheorien, das sind Fakten. Ja, absolut. Absolut sind das Fakten. So sind Argumente. Aber worauf willst du hinaus? Ja, da muss ich dir aber auch mal zustimmen. Also was das angeht, stimme ich dir zu. Das ist nicht in deutschem Interesse. Aktuell, was gemacht wird und leider, leider macht Scholz mehr Interesse in Bidens Politik als in der Interesse der Deutschen. Da stimme ich dir ausnahmsweise mal zu. Okay. Ich trage es mir in meinen Kalender nochmal ein, aber. Wir haben gestern schon mal drohten, du erinnerst dich. Ne, hab ich auch schon. Ich hab schon zwei Tage rot markiert. Ich werde es nicht vergessen. Ich werde es nicht vergessen. Ich mache auch gleich nochmal, nochmal, nochmal. Ich muss Fighter nämlich auch noch antworten. Okay, aber wohin wolltest du hinaus? Also was wolltest du damit jetzt? Gerne, gerne. Ich hab gesagt, sie sind nicht souverän. Genau. Also ich würde das ein wenig, also ich würde das ein wenig in Frage stellen, aber ob man das so ein souverän nennt oder nicht. Ich bin zum Beispiel deswegen auch absolut kein Freund von der AfD, weil ich glaube, dass deren Programm viel zu lasch ist und sich damit absolut nichts ändern wird. Das ist viel zu wenig, was die fordern und was die tatsächlich dann umstellen wollen. Selbstverständlich ist, sind wir von der Weltwirtschaftswährung, die es aktuell noch ist, abhängig. Über das SWIFT-Protokoll laufen 85% Dollar. Alles, was über SWIFT bewegt wird, ist alles Dollar. Das heißt, wir haben der Federal Reserve viel zu viel Macht gegeben und dagegen, wir müssen uns bemühen, dagegen etwas zu tun. Das kann nicht sein, was wir zugelassen haben, was in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten passiert ist, was wir einfach blind mitgemacht haben. Es ist überhaupt gar keine Frage. Kennst du das Gerücht von, Entschuldigung, kennst du das Gerücht, ich weiß nicht, ob das Gerücht oder auch belegt ist, weiß ich nicht, aber dass Woodrow Wilson gesagt hat, im Sterbebett noch, dass er sein eigenes Volk verraten hat. Kennst du die Story? Ja, und auch mit Kennedy, der die harte Währung wieder einführt und so, alles gut. Und ich gehöre hier in Deutschland zu politisch eher so in die libertäre Ecke. Ich halte von dem Staat hier sehr, sehr, sehr herzlich sehr, sehr, sehr wenig. Aber das bedeutet nicht, dass ich das westliche System in Gänze oder Deutschland in Gänze oder jeden einzelnen Deutschen in Gänze verurteile. Das würde ich auch nie tun. Absolut, absolut bewusst, dass ich mich innerhalb eines, sagen wir mal, auf so einem demokratischen Rahmen, der einen Streitprozess begünstigt und will, dass ich mich innerhalb eines solchen Rahmens über dieses System beschwere. Und das ist absolut notwendig und gut. Und dafür ist es auch da. Wir sollen streiten, wir sollen diskutieren und wir sollen auch einen Kampf der besseren Ideen haben. Aber Nicola, eine Frage an dich. Das ist auch so eine ähnliche Frage, wie du sie mir gestellt hast. Glaubst du, dass wir in diesem parlamentarischen System eine echte Demokratie haben? Würdest du das als Demokratie definieren? Also, okay. Erstmal echte Demokratie. Was genau soll das heißen? Dann kommt, wir sind keine Demokratie, wir sind eine demokratische Republik. Das sind grundsätzlich verschiedene Dinge, also die sehr, sehr hohe Überschneidung haben. Aber die Unterschiede sind klein, aber extrem fein. Also eine Demokratie ist für mich eine Mehrheitsmeinung. Genau. Aber eine Demokratie ist ohne... Deswegen frage ich, ob unser parlamentarisches System so aufgebaut ist, dass eine Mehrheitsstimme entstehen kann. Ganz kurz. Simon, merkt ihr das kurz? Wir haben jetzt zwei neue Gäste. Ich glaube, das werden qualitativ hochwertige Beiträge. Lass uns die bitte einmal kurz machen. Dann muss ich weiter antworten, ja. Alles klar. Also, ich verstehe jetzt nicht genau, warum ihr die Hamas da so ein Kreuz drauf gemacht habt. Aber man muss halt bedenken, dass die Hamas halt keine Phosphorbomben im Gegensatz zu Israel benutzt haben. Oh mein Gott. Wunderbar, qualitativ. So, der nächste. Can. Can. Barin, wir antworten dir gleich, Barin. Can. Der hat geschrieben in den Chat, der kann gerade nicht reden. Aber so. Ja, möchte einer Barin darauf antworten? Also... Nee, der ist doch minderjährig. Komm. Er ist 18. Ist er echt? Barin, du bist unter 18, oder? Ja, aber heißt nicht, dass ich dumm bin. Nein, nein, nein. Du hast eine Meinung, alles gut, aber die Diskussion sollte über 18 sein. Deswegen, also... Und auch, das ist auch schwierig mit so TikTok-Richtlinien, minderjährig ist immer... Das geht gar nicht. Das heißt absolut nicht, dass du dumm bist. Also, wir haben nichts gegen dich. Absolut nicht. Nikola, ja, zu meiner Frage nochmal, komm. Sorry, wiederholt deine Frage nochmal. Meine Frage ist, also Demokratie ist für mich Mehrheitsmeinung. Und ist unser Parlament so aufgebaut, dass eine Mehrheitsmeinung entstehen kann und eine echte Demokratie überhaupt möglich ist? Okay, also Demokratie, die einfach nur eine Mehrheitsmeinung ist, ist ein sehr, sehr gefährlicher Zustand, weil eine einfache Mehrheitsentscheidung ist ein absolut tyrannischer Zustand für eine zu schützende Minderheit. Wenn jede Mehrheitsentscheidung demokratisch legitimiert wäre, dann wäre ja jede Wirtshaus-Prügelei eine zutiefst demokratische Entscheidung, weil da einfach auch die Mehrheit gewinnt. Aber so können wir unser Leben ja nicht organisieren. Das heißt, eine Demokratie ohne Minderheitenschutz ist absolute Tyrannei. Das ist ja was anderes. Minderheiten kann man ja auch innerhalb einer Mehrheitsmeinung schützen. Das ist richtig. Wir müssen aber ganz klar ausdefinieren, was die kleinste zu schützende Minderheit ist. Und das ist das Individuum. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Wir leben hier in Deutschland. Wir werden jede Minderheit, egal wo es hingeht, die Mehrheitsmeinung müsste so sein, weil wir zivilisiert sind, dass Minderheiten geschützt werden. Aber das ist nicht das Thema, auf was ich hinaus will. Okay, also dein Wort und Gottes Ohr. Also schützen definitiv jede Minderheit. Ja, schwierig. Es ist schwierig, aber wir reden von gutem Luxusproblem. Weißt du, was das ist? Ich sag dir mal was, das ist meine Theorie dazu. Die Struktur in unserem Parlament ist so aufgebaut, dass die Mehrheitsmeinung niemals sich durchsetzt. Weil wir nicht souverän sind. Das heißt, die ganzen Abgeordneten, über 700, die Hälfte davon ist absolut überflüssig. Das sind alles Lobbyisten und Diener fremder Mächte und der Wirtschaft. Das ist meine Theorie dazu. Das ist das Bild, was man uns präsentiert, also was ein, weiß ich nicht, ein bisschen intelligenter Mensch und der sich bildet, das sehen müsste. Und deswegen sind wir nicht souverän und deswegen sind wir nicht in einer echten Demokratie. Okay, ich glaube ehrlicherweise, dass die Lösung für sowas vergleichsweise einfach ist. Wir haben in Hamburg schon ein extrem gutes Wahlsystem, was noch nicht so gut genutzt wird, wie es könnte. Wir haben das Kumulieren und Panaschieren wahrgesetzt. Das heißt, wir müssen uns nicht mehr an Parteilisten halten, sondern dürfen auf einer Parteiliste einfach die Kreuze bei den Leuten persönlich machen. Das heißt, angenommen, du trittst jetzt bei, ich sag jetzt random, SPD so an und bist irgendwie auf Platz 86 und würdest das rein theoretisch niemals ins Parlament schaffen, weil du viel zu tief sitzt. Dann können 1,8 Millionen Hamburger bei Sebum das Kreuz machen und du stehst auf Platz 1 und bist auf jeden Fall drin und hast nicht quasi per Gesetz, aber per Mehrheitsentscheid schon Antwort darauf, dass du die Fraktion dann auch anführst. Das heißt, wir müssen uns nicht mehr daran orientieren, was die Parteien uns vorsetzen an Personal. Wir können selber gucken und solange du irgendwie bei der Partei bist, können wir wählen, wen wir wollen da drin, solange er auf der Liste steht. Und das ist ein sehr, sehr gutes Wahlgesetz, wird noch nicht so viel genutzt und das würde es auf jeden Fall souveräner machen. Bin ich bei dir. Und ist durch dieses Wahlsystem Olaf Scholz in Hamburg Bürgermeister geworden? Nein, also ja, unter diesem Wahlsystem wurde er leider gewählt, aber dass er gewählt wurde hat nichts in dem Wahlsystem zu tun, sondern durch eine absolute Verblendung von Nikola und Sibu. Lass mal bitte ganz kurz, ihr führt die ganze Diskussion, das ist auch sehr wichtig, aber lass mal die beiden neuen Gäste einmal kurz was sagen, Medi und Schlomo. Erstmal Dankeschön, dass du mich hochgenommen hast. Die Diskussion ist sehr interessant, auch das Thema. Wir sind zwar ein bisschen abgeschweift vom Thema, aber das fand ich jetzt ein bisschen uninteressant, um ehrlich zu sein. Kommen wir mal zurück zu Israel und Palästina. Alle, die hier jetzt zuhören, beziehungsweise hier oben sind, wer distanziert sich von Hamas? Alle. Also, da bleibe ich auch nichts von. Das heißt, alle, die hier oben sind, distanzieren sich von Hamas. Das ist schon mal geklärt. Ich halte nichts von dem, klar. Okay. Wer ist der Meinung, dass Hamas eher islamisch oder ist es rein politisch, was sie da treiben? Für mich politisch. Eine Mischung. Eine Mischung. Für mich ist beides. Okay, beides. Wenn Hamas an die Macht kommt, das heißt, wenn Hamas quasi den Krieg gewinnt, als Beispiel, was niemals sein wird, denkt ihr, der Staat Palästina unter Hamas' Führung wird demokratisch oder islamisch? Islamisch, ja. Das liberalste Land der Welt mit dem größten CSD, der jemals abgehalten wurde. Ich weiß nicht, worauf deine Frage hinaus zielt. So. Weil viele sagen, die Hamas sind Freiheitskämpfer, sie kämpfen für die Freiheit, das palästinensische Volk. Dann frage ich mich, wo eine Freiheit für die Palästinenser anfängt, hört bei den Israelis dann auf. Weil islamisch ist vielleicht für den einen gut, aber vielleicht für den anderen schlecht. Weil, man muss überlegen, da werden Minderheiten unterdrückt. Zum Beispiel in der Scharia. Genau, zum Beispiel in der Scharia. Wenn die Scharia herrscht, werden zum Beispiel Muslime ganz hoch gehalten und die Minderheiten ganz unten. Deswegen ist die Frage, wenn die Hamas an die Macht kommt, an alle, wo ihr zuhört, ich meine nicht nur euch, sondern auch alle Zuhörer, die Hamas ist eine islamistische Terrororganisation. Das heißt, man kann sie jetzt nicht distanzieren vom Islam, sondern sie sind der wahre Islam. Weil sie machen nur das, was ihren Schriften steht. Und zum Beispiel die Zionisten. Viele sagen, ja, das ist eine nationalistische Bewegung und dies, das. Nein, das ist auch religiös. Definitiv. Definitiv nicht. Ob es jetzt schlecht ist. Ob es jetzt schlecht ist. Ich muss dich ganz kurz, darf ich gerade... Nee, darfst du nicht. Nee, darfst du nicht. Du hast mich gefragt, ob du... Ganz kurz, du hast gefragt, ob du darfst. Ich habe gesagt, nee, darfst du nicht. Okay, dann warte ich. Also musst du warten, bis ich fertig bin. Ja, weil sonst ist ja Blödsinn, wenn man sagt, darf ich, dann sage ich nein und du machst weiter. Okay, okay. Dieser Krieg ist definitiv religiös. Die Palästinenser mit einem islamischen, also muslimischen Hintergrund, möchten dieses ganze Territorium. Sie möchten eigentlich gar keine Zwei-Staaten-Lösung, die Liberalen vielleicht. Aber ihre Religion möchte das nicht. Und deswegen sehen wir es auch jedes Mal. In Artikel 8 steht es genauso bei den Hamas. Sie wollen die komplette Zerstörung Israels... Entschuldigung, ganz kurz. Entschuldigung, kannst du Artikel 8 vorlesen? Ja, gerne. Das kennen wir nicht. Lies mal das vor, bitte. Moment. Ich sehe es. Ja, Artikel 8. Wenn es länger dauert, dann gib bitte das Wort jemandem anders. Nee, nee, wir warten mal kurz. Du hast ja gefragt. Ja, wir warten gerne. Du hast ja gefragt, deswegen lese ich es. Ja. Du möchtest ja die Quelle haben. Genau, Artikel 8. Ja, ähm. Genau, Artikel 8. Artikel 8 erhält die Lösung für Hamas. Darf ich bitte weiter vorlesen? Oder möchtest du alleine reden? Es ist ein Dialog und kein Monolog. Lieber, mach die. Ja, lass mal diesen. Ja, wenn das ein Dialog... Allah ist ihr Ziel. Der Prophet ihr Vorbild. Der Koran ihre Verfassung. Der Jihad ihr Weg. Und der Tod für Gott. Ihn herrscht der Wunsch. Das steht in Artikel 8, mein Freund. Das ist Artikel 8, was die Hamas will. Ich kann nochmal vorlesen. Allah ist ihr Ziel. Der Prophet ihr Vorbild. Der Koran ihre Verfassung. Der Jihad ihr Weg. Und der Tod für Gott ihr herrster Wunsch. Aber du brauchst deine Stimme nicht so... Sehr, sehr friedlich, Mehdi. Du brauchst deine Stimme nicht so zu erheben. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich möchte jetzt bitte, dass du drauf eingehst, Mehdi. Ich habe dir vorgelegt, Artikel 8. 30 Sekunden und dann gib das Wort bitte weiter. Ich glaube, jetzt kannst du reden. Kannst du, Mehdi, bitte darauf eingehen? Du möchtest Artikel 8. Ich habe es jetzt vorgelesen. Jetzt bist du dran, bitteschön. Ich? Ja, du hast ja gefragt. Artikel 8 habe ich ja vorgelesen. Nein, wir bleiben jetzt erstmal hier stehen. Du wolltest Artikel 8, den habe ich jetzt vorgelesen. Bitte, geht darauf ein. Bitteschön. Bitteschön. Du hast das Wort. Nee, du schreist mir nicht vor, was ich mache. Nee, du hast mir vorgeschrieben, dass ich Artikel 8 vorlese. Da habe ich jetzt gemacht. Jetzt bist du dran. Ich bitte, geh bitte darauf ein. Ja, genau. Geh darauf ein. Ich möchte jetzt deine Meinung haben. Einfach mal das Wort halt. Dankeschön. Ich kann auch nicht verstehen, wie du nicht reden. Die Unterstützung verteidigt. Du bist so aggressiv. In Spannung. Also, ich würde gerne mal mit Schlomo weiter diskutieren. Er ist überhaupt nicht aggressiv. Ich würde gerne mal mit Schlomo weiter diskutieren. Okay, jetzt haben wir Artikel 8 gehört. Ich wollte es nicht wissen. Aber worauf willst du hinaus? Was ist denn deine... Ich möchte bitte mit Makti reden. Er hat mich gefragt. Ich habe ihn vorgelesen. Makti, kannst du bitte darauf eingehen? Nein. Ich möchte genau die gleiche Frage, wo... Was willst du... Was ist dein Ziel? Habe ich die ganze Zeit gesagt. Hamas ist eine islamistische... Hamas ist eine islamistische Terrororganisation. Das ist der wahre Islam. Jetzt habe ich Artikel 8 vorgelesen. Und es bestätigt nichts anderes, als das, was ich gesagt habe. Bitte geht darauf ein. Worauf soll ich darauf eingehen? Makti, wenn du nicht diskutieren willst, dann geh raus und hör zu. Nein, ich gehe gerne darauf ein. Makti, dann geh bitte darauf ein. Ansonsten mache ich das Gespräch mit dem oberen jungen Herrn weiter. Weil mit dir macht das keinen Sinn. Nein, ich höre jetzt gerade zu. Dann bitte, ich habe zu Ende geredet. Ich möchte bei Artikel 8 jetzt stehen bleiben. Bitte geht darauf ein. Ich habe dir vorgelesen. Bitte geht darauf ein. Ansonsten werde ich mit dir nicht mehr weiterreden, weil es keinen Sinn ergibt. Was du im Artikel gesagt hast, da steht ja eigentlich, das ist ja im Koran, das ist ja zu jedem Moslem. Wir stehen zu Allah und wir sind Mujahidisten. Aber es heißt nicht, dass wir jetzt unschuldige Menschen umbringen oder irgendwas oder das und jenes. Das ist Islam. Das hat ja damit nichts zu tun. Kennst du dich mit dem Islam aus? Darf ich dir eine Frage stellen? Natürlich. Ich kann dir auch gerne auch Quellen geben. Das ist kein Problem. Sollen wir anfangen? Ja, gerne. Okay. Du möchtest doch die Scharia haben, oder? Sag mit den Religionsschlagern. Du möchtest doch die Scharia haben. Mahaita, ganz kurz, Mahaita. Was bedeutet die Scharia für dich? Ich erkläre es dir. Was bedeutet die Scharia für dich? Kannst du als Muslim hier vor den ganzen Leuten sagen, ja, ich meine Muslim, ich möchte die Scharia. Möchtest du die Scharia, Mahaita? Mahaita, bitte geht darauf ein, das islamische Gesetz, das Gesetz Allahs für die Menschen hier auf Erden. Kannst du mir bitte erklären, möchtest du bitte die Scharia haben, geh bitte darauf ein. Mahaita, bitte, keine Gegenfragen, geht darauf ein. Möchtest du die Scharia haben? Du hast das Wort. Ich möchte nicht die Scharia haben, ich möchte erst mal das Wort Scharia erklärt haben. Nee, da mussten wir die Scharia und wir wollen die Scharia. Ja, wir wollen die Scharia. Sehr gut, sehr gut geantwortet. Das heißt, du möchtest die Scharia haben, bitte. Bitte, Mahaita, bitte auf stumm, bitte auf stumm, weil du gehst da nicht darauf ein. Ich rede jetzt mit dem Redner da oben. Es tut mir leid, ich muss jetzt gerade runter, das ist dumm und einfach. Alles klar, sehr gut. Das ist echt dumm und einfach. Also, dann rede ich mit dem jungen Mann da oben. Du bist wirklich echt nur auf... So, Adam, Adam, Berlin, hörst du mich? So, du möchtest doch die Scharia? Bitte, Mahaita, es ist unhöflich. Es ist unhöflich, Mahaita. Ich bitte dich, Mahaita, es ist unhöflich. Auf jeden Fall, Palästinenser, Adam, gell? Ich darf dich, Adam, ne? Mahaita, kannst du dich bitte auf stumm stellen? Es ist sehr, sehr unangenehm. Nein, das ist Propaganda, was du da hast. Kannst du dich bitte auf stumm stellen? Es ist unangenehm, weil du bist ein Heuchler. Auf Arabisch sagt man, du sowas munafir. Mahaita, du bist ein munafir und bitte stumm dich jetzt. Du stehst, wie du nicht ist. Das ist Propaganda, was du da machst. Ist gut, ist gut. So, Dankeschön, Dankeschön, dein Herz. So, Adam, jetzt machen wir mit dir weiter. Du möchtest die Scharia haben. Erstens mal, ich bedanke mich wirklich für deine ehrliche Antworten. Und er muss das akzeptieren, die Scharia, jeder Muslim will die Scharia und muss die Scharia auch akzeptieren. Ja, absolut. Ich finde erstmal, wie gesagt, ich bedanke mich erstmal für deine ehrliche Aussage. Und das zeigt für mich, dass du ein wahrer Muslim bist in dem Punkt, dass du sagst, ja, jeder Muslim will die Scharia. Er muss. Er muss, sonst ist er kein Muslim, stimmt's? Stimmt. Sehr gut. Dann erkläre mir mal, das heißt, wenn Palästina ein Staat wird und gegründet wird, dann möchte ja jeder Palästinenser, beziehungsweise Palästinenser sind ja Muslime mehrheitlich. Die muslimischen Palästinenser möchten ja quasi nach der Scharia leben, oder? Ja, ja, nach das islamische Recht. Dankeschön, sehr, sehr gut. Aber ich habe jetzt eine Frage. Du sagst, die Hamas sind Terroristen. Wir klären das gleich. Ich gehe aber gerne auf dieses Thema. Das Thema ist ja bei dir. Ja, ja, wir klären das gleich. Wir machen das, wir machen das, absolut. Wenn du die Scharia möchtest, das heißt, die Hamas kommt an die Macht. Der Staat Palästina, Daulat Palästin, ist dann kein arabischer Staat, sondern ein islamischer Staat. Das möchte ja die Hamas. Was passiert in der Scharia, Adam? Was passiert in der Scharia, wenn ein Muslim seinen Glauben verlässt? Und er ist nicht mehr Muslim. Ein Ex-Muslim. Was passiert mit einem in der Scharia? Warum willst du jetzt auf sowas hinaus? Nee, weil du sagst, du möchtest die Scharia. Ich möchte für die Leute jetzt zeigen, was die Scharia ist. Du kennst ja die Antwort. Sag doch, was du sagen willst. Nein, 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 nein. Ich sage dir nichts. Ich darf dir nichts dazu sagen. Bitte, geh darauf ein. Geh bitte darauf ein. Du hast gesagt, du möchtest die Scharia haben. Ich möchte jetzt den Leuten zeigen, was die Scharia überhaupt ist, damit sie sich bewusst sind, um was wir hier überhaupt reden. Ja, der Nahe Osten, dann red mit mir über den Nahen Osten. Ja, ja, du möchtest aber die Scharia. Wir möchten ja erstmal gucken, was die Scharia überhaupt dazu sagt. Weil die Palästina, also Hamas möchte ja einen palästinensischen Staat nach der Scharia. Jetzt klären wir mal, was die Scharia ist. So. Was passiert mit einem Muslim, der in der Scharia lebt, der den Islam verlässt? Ich werde dir darauf keine Antwort geben. Hast du Angst vor der Wahrheit? Nein. Weil dein Thema ist gerade was. Hast du Angst vor der Wahrheit? Ich habe die Quellen gedacht. Ich kann sie sofort mit der Kamera zeigen. Deswegen warte ich erstmal. Ich will sehen, wie ehrlich du bist. Ich bin gar nicht so egal. Dein Thema ist. Guck mal, du hast gerade eben ehrlich gesagt, ja, ich bin Muslim, ja, die Scharia muss. Jetzt frage ich dich, was passiert? Ich sage es nicht. Dann bist du ein Heuchler. Du schämst dich für dein Glauben. Dann sag mir doch, dein Thema ist gerade nicht... Jetzt hast du Angst vor der Wahrheit, ne? Nein, ich habe keine Angst vor der Wahrheit. Distanzierst du dich vor der Hamas? Nein, distanziere ich mich nicht. Also, dann geht darauf ein, weil die Hamas möchte genau das, was ich jetzt frage. Bitte. So. Was passiert mit einem Muslim, der den Islam verlässt? In der Scharia, die Hamas möchte. Ist das nicht egal? Du weißt doch die Antwort. Dann sag doch die Antwort. Nein, nein. Er sagt falsch. Er sagt die Scharia, die die Hamas will. Guck mal, erstmal solltest du... Bitte, kann Adam bitte antworten? Nein, nein. Weil Adam ist ein überzeugter Muslim. Er distanziert sich. Adam, distanzierst du dich vor der Hamas? Nein, distanziere ich mich nicht. Nein, nicht du, nicht du. Warte, der andere. Denunzierst du also, distanzierst du dich von den Spekermordern an den Palästinensern? Distanzierst du dich, hör mal zu, distanzierst du dich vor der Hamas? Ich habe eine Frage. Ich habe vorher schon eine Frage bekommen. Ich habe noch eine Frage gestellt, aber beantworte sie doch. Bitte, distanzierst du dich vor der Hamas? Beantworte erst die Antwort. Nein, Thema ist gerade Hamas. Nicht ablenken, Leute, ganz kurz. Wir haben jetzt ein Thema. Guck mal, wir haben jetzt ein Thema. Ihr dürft nicht ablenken. Du lenken, ja. Ja, bitte, warte ganz kurz, bitte. Guck mal, wir haben jetzt ein Thema. Wir müssen jetzt das Thema weitermachen. Deswegen sage ich jetzt nochmal. Lomo, mach weiter. Du machst das gut. Lass dich nicht unterkriegen. Dankeschön, sehr gut. So, wir machen jetzt weiter. Wir machen jetzt weiter. Thema ist Scharia. Ihr sagt, ihr distanziert euch nicht von der Hamas. Deswegen müssen wir jetzt in dem Punkt weitermachen, weil Hamas möchte die Scharia in Palästina. So. Nein, warte. Amar, du bist wahrscheinlich der untenredet, ne? Amar, distanzierst du dich vor der Hamas? Warum sollte ich es und was habe ich mit der Hamas zu tun? Distanzierst du dich vor der Hamas? Eine einfache Frage. Eine einfache Frage. Distanzierst du dich vor der Hamas? Warte mal, was habe ich mit der Hamas zu tun? Ich kann nicht warten, weil ich eine Frage stelle. Wenn ich eine Frage stelle, erwarte ich eine Antwort. Und wenn du sagst, ich bin ein Muslim. Nein, man macht das mal chronologisch. Ein Thema nach dem anderen. Wenn ich eine Frage stelle, dann komme ich nicht mit einer Gegenfrage. Also, noch mal. Distanzierst du dich vor der Hamas, damit ich mit dir weitermachen kann? Distanzierst du dich vor der Hamas? Darf ich die Frage jetzt beantworten? Wenn du nicht antwortest, werde ich mit dem jungen Mann oben weitermachen, weil dann bist du auch ein Heuchler. Darf ich nicht antworten? Darf ich jetzt reden? Lass du mich auch reden? Wenn du dich vor der Hamas... Ganz kurz. Distanzierst du dich vor der Hamas? Was ist denn die Hamas? Distanzierst du dich vor der Hamas? Meine Frage ist, weil du redest, wenn ich sage... Ama, wenn ich zu dir sage, wie geht es dir, dann erwarte ich mit, mir geht es gut oder mir geht es schlecht oder wie auch immer. Aber, guck mal, wenn ich sage, wie geht es dir, dann sagst du nicht, ich bin im Bahnhof. Nein, ich will... So, distanzierst du dich, distanzierst du dich von der Hamas? Ich weiß nicht, was du meinst mit Hamas. Sei genauer denn. Meinst du den Anschlag der Hamas oder mein... Distanzierst du dich vor der islamistischen Terrororganisation namens Hamas? Distanzierst du dich vor ihr? Islamistisch? Woher weißt du, dass sie islamistisch ist? Distanzierst du dich vor der Hamas oder nicht? Was ist islamistisch? Erklär mir bitte, was islamistisch ist. Sie ist islamisch geprägt. Sie möchte den Gottesstaat, den islamischen Gottesstaat, möchte sie einführen. Und das ist das Ziel von Hamas. Soll ich wieder Artikel 8 vorlesen? So, da machen wir so. So, da machen wir so. Ich lese jetzt Artikel 8 nochmal vor. Dann gucken wir, ob Hamas islamisch ist oder nicht. Darf man jetzt reden oder nicht? Nein, du musst antworten, mein Freund. Ich habe dir eine Frage gestellt. Du musst, natürlich musst du. Wenn du, guck mal, wir sind hier oben. Es ist, es ist ein Streitgespräch. Weißt du, was ein Streitgespräch ist? Mein Freund, Amar, Amar. Weißt du, was denn? Wir sind hier oben, um eine Debatte zu führen. Ein Streitgespräch. Das heißt, ich frage dich was, komm nicht mit einer Gegenfrage. Frage, antworte. Du bist ein Muslim? Alhamdulillah. Dann antworte mir bitte. Aber das ist eine Frage, die man nicht so beantworten kann. Distanzierst du dich von Hamas, ja oder nein? Warte mal, welche Teil der Hamas weist? Meinst du die, die praktisch gesehen... Distanzierst du dich von Hamas und vom islamischen Dschihad? Machen wir es anders. Das ist der islamische Dschihad. Warte, erklär mir doch, ich stelle eine Frage, du antwortest mich. Amir, du weißt ganz genau, guck mal, guck mal, du weißt ganz genau, es schauen hier ganz viele Leute zu, deswegen hast du Angst zu antworten. Und nein, ich habe keine Angst, sondern ich will nicht in deine Falle tappen. Ach so, eine Falle. Okay, also, an alle Zuhörer, bitte an alle, wo zuhören, er sagt, ich möchte nicht in deine Falle tappen. Warum soll ich eine, warum, wenn du sagst, ich distanziere mich nicht von Hamas? Bist du ehrlich? Und wenn du sagst, ich will den Islam schlecht darstellen. Nein, ich habe Quellen. Kannst du dich erklären, was ich sage? Guck mal. Ja, deine Quellen helfen dir nicht gerade. Amar, ganz kurz, ist Sahel Bukhari für dich irgendeine Quelle aus 1001 Nacht? Bukhari ist für mich nicht so schlaggebend. Interessiert mich nicht. Ist für dich Sahel Bukhari authentisch? Nicht alles, nee. Manche, ja, manche, das kommt auf die Überlieferungskette. Distanzierst du dich von Hamas erstmal? Warte, bei welchem Teil der Hamas meinst du? Distanzierst du dich von Hamas? Bitte, nicht Philosoph. Guck mal, soll ich dich jetzt Platon nennen als Philosoph, weil du philosophierst und lenkst ab? Sokrates, bitte antworte mir. Sokrates, ich bitte dich, antworte mir. Kennst du überhaupt Sokrates oder Platon? Kennst du die? Natürlich kenne ich Platon, Sokrates kenne ich auch. Sehr gut, du kennst sie sehr gut, weil du versuchst sie nachzumachen, aber ganz, ganz schlecht. Ganz kurz, ganz kurz, hallo. Ich muss ganz kurz eingreifen, also du darfst sofort weitermachen. Also, Siebum, du warst die ganze Zeit oben, ich weiß, wir haben auch oft genug schon geredet. Keiner schaltet ihn stumm, egal was er schreibt und keiner schmeißt ihn raus und mach ich das, weil tatsächlich möchte ich mit ihm öfters noch live gehen. Er ist jetzt gerade, passt es nicht, Siebum, aber keiner im Chat schaltet ihm stumm. Alle anderen, liked bitte, weil das ist sehr interessant und die entlarven sich gerade selber, weil sie auf die Frage nicht antworten können. Dankeschön. Also teilt den Stream, damit es genug Leute sehen, weil das ist ziemlich ausschlaggebend, was hier gerade passiert. Richtig. Ich möchte bitte... Hamar, du möchtest erstmal gar nichts, du gehst erstmal auf meine Frage ein. Es ist ein Dialog zwischen dir und mir. Richtig, aber du lässt mich nicht. Hamar, distanzierst du dich vor der Hamas? Ich frage nochmal. Welchen Teil der Hamas? Frage ich zurück. Hamas als islamistische Terrororganisation im Ganzen. Ich rede von Hamas. Es ist eine Organisation, distanzier ich mich definitiv, aber es gibt einen Teil der Hamas, die nichts mit Terror zu tun haben, sondern die praktisch gesehen in Gaza, die Menschen am Leben halten und unterstützen. Und ich sage mal noch, auch die, die sich widersetzen gegen ein Freilustgefängnis, wo Menschen zwei... Hamar, das war nicht meine Frage. Nochmal, das heißt, du distanzierst dich jetzt von Hamas. Das ist aber sehr entscheidend. Zeig mir bitte eine Quelle, dass es zwei Arten von Hamas gibt. Ich möchte jetzt von dir eine Quelle. Löwenherz möchte das auch sehen. Ich glaube, alle Zuschauer möchten jetzt sehen, dass es zwei Arten von Hamas gibt und die wurden jetzt die Angriffe gemacht auf Israel. Welcher Teil der Hamas war das, wenn du so angeblich sagst? Amar, nicht philosophieren. Zeig uns bitte die Quelle, welcher, dass es zwei Teile von Hamas gibt. Bitte jetzt eine Quelle. Nicht googeln, ich möchte, dass du es mir jetzt zeigst mit der Kamera. Bitte, wir wollen nur mit Quellen. Amar, a.k.a. Platon. Ich möchte von dir jetzt bitte, ich möchte von dir bitte eine Quelle. So, du hast das Wort, Amar, bitteschön. Bitte, du hast das Wort, bitteschön. Die Quelle? Ja, also, die Quelle ist bei Google, könnt ihr einfach mal eingehen, was... Also, erst mal, Sheik, Google interessiert mich nicht. Ich möchte von dir jetzt eine Quelle. Okay, wie soll ich jetzt eine Quelle rausholen? Wenn du in die Moschee beten gehst, gibst du da auch Google ein, damit du ein Gebet hörst? Warte mal, ich kann ja beten und ich habe mich vom Gebet gelernt. Bitte zeig mir jetzt die Quelle, dass es zwei Arten von Hamas gibt. Also, Dicker, was ist denn deine Interesse? Warum, guck mal, erstes Mal bin ich kein Dicker, sondern ich rede mit dir ganz höflich und sachlich. Ich doch auch. Gib mir eine Quelle, dass es zwei Arten von Hamas gibt, bitte. Natürlich. Nichts natürlich, nichts vertraue mir, Bruder. Ich möchte bitte eine Quelle haben. Wir bleiben jetzt sachlich, bitte. Ich kann mich artikulieren, klar und deutlich, ich bin sachlich. Sehr gut, antworte mir, bitte. Du bist unhöflich, du versuchst nicht... Nein, ich bin nur direkt, bitte, geh endlich mal, geh endlich mal auf meine Fragen ein. Das ist mir überhaupt kein bisschen unhöflich. Überhaupt nicht. Geh bitte auf meine Frage ein. Ich habe doch deine Frage beantwortet. Amar, zeig mir jetzt eine Quelle, dass es zwei Arten von Hamas gibt. Warte, nicht zwei Arten, sondern Hamas ist unterteilt. Hörst du nicht zu? Also, Amar, guck mal, ich sag dir nochmal. Mit dir macht das Gespräch keinen Sinn mehr, weil du nicht darauf eingehst, du philosophierst und lügst bewusst. Deswegen mache ich mit Adam weiter. So, Adam, distanzierst du dich von Hamas? Du hast gesagt, nein. Jetzt ist die Frage, wenn Hamas an die Macht kommt, wenn sie ihr Ziel erreicht hat, sie führt die Scharia, der Islam ist ein Gottesstaat. So, was passiert mit einem Muslim, der den Islam verlässt in Palästina, weil es ein Gottesstaat ist, weil sie gehen nach dem Koran und Sünder? Was passiert mit einem Muslim? Ich weiß ja noch, was später die Hamas für einen Plan hat, also kann ich hier die Frage nicht beantworten. Bitte, soll ich dir sagen, Artikel 8 nochmal vorlesen, was ihr Plan ist? Ich rede deinen Artikel nicht an. Dicker, ich weiß nicht, was du Drogen nimmst, aber Adam, ich bitte dich. Amar, stumm dich, Löwenherz, mit dem macht es gar keinen Sinn mehr, mit Amar, das ist ein richtiger Heuchler. Ich? Ich komme doch mit der Quellen, warum bist du ein Heuchler? Das verstehe ich nicht. So, Adam, ich bitte dich. So, wenn ich dir jetzt vorlese, aus deinem Buch, wieso soll ich es jetzt schlecht machen, wenn es drin steht? Keine Ahnung, was du da sagst. Also, guck mal, dein Argument ist sowas von schwach und ergibt gar keinen Sinn. Was ist denn dein Thema? Thema ist Hamas und sie sind islamisch, sie möchten einen islamischen Gottesstaat, deswegen frage ich dich nochmal, Adam. Warum kritisierst du nicht Israel? Warum nur Hamas? Das können wir gleich machen. Ich werde gleich auch über Israel reden. Wir müssen erstmal, guck mal, das ist Chronologie. Das heißt, wir müssen eins nach dem anderen, ja? Nicht durcheinander, sondern eins nach dem anderen. Deswegen nochmal. Wir sind gerade bei Hamas stehen geblieben. Damit wir danach auf Israel gehen, müssen wir erstmal Hamas klären. Du sagst, du möchtest die Scharia. Und Hamas möchte die Scharia aus Israel, beziehungsweise aus Palästina. Was passiert im islamisch geprägten Palästina, was die Hamas ja möchte, mit einem Muslim, der den Islam verlässt? Kennst du die Antwort? Ich kenne sie, ich habe die Quelle vor mir. Ich warte nur auf dich. Lies sie doch vor. The Messenger of Allah, der Prophet Allah sagt, wer die Religion verlässt, soll getötet werden. Sunan al-Nasai 4059, sahih. Was sagst du dazu jetzt? Ist es gut, was da passiert? Die Todesstrafe, wer mal den Islam verlässt. Findest du das okay? Nicht haha. Antworte bitte. Ich rette keine Antwort auf der Geld. Da lacht er. Da lacht er. Das ist so typisch. Wenn man da mal genauer drauf eingeht und Fragen stellt, dann kann man nicht drauf antworten, wenn man sich sonst ehemalig was gibt. Wahnsinn. Das ist sehr, sehr traurig, dass du hier vor 250 Leuten hast du gezeigt, dass du ein Munafiq bist. Genau wie der Rest deiner Glaubensbrüder Munafiqun, die bewusst Europäer anlügen und ihre Religion als friedlich darstellen und bewusst lügen. Meine Religion ist friedlich. Okay, was steht denn da? Was passiert mit einem, der den Islam verlässt? Hast du gerade vorgelesen oder nicht? Und das ist friedlich, dass er getötet werden soll? Ich finde es friedlich, ja. Wahnsinn, ich bin schockiert. Du lebst in Deutschland, du lebst hier in Deutschland. Ich unterstütze sogar die Hamas. Willst du was? Ich hoffe, ich hoffe, dass die Polizei demnächst dich festnimmt, genau wie Barello. Und ich hoffe auch, dass du abgeschoben wirst, weil du bist ein Verbrecher, genau wie Hamas. Und ich hoffe, dass die Leute dich auch hier anzeigen und dich melden. Ich bitte an alle, wo hier sind, meldet diesen jungen Mann, dass er von TikTok für immer gesperrt wird. Und ich hoffe... Dass Israel ausgelöscht wird, dass alle sterben. Ja, du wirst doch gerade aufgenommen, das weißt du nicht. So, ganz ehrlich, Schlomo, lass ihn drinnen. Lass ihn drinnen, lass ihn drinnen. Ja, das sollen alle mitbekommen, das sollen alle mitbekommen, was er jetzt gerade gesagt hat. Lass ihn drinnen. Die Presse, du Hund. Genau, weiter, rede weiter, sprich nicht aus. Das ist der wahre Islam, der friedliche Islam. Nach eine, anderthalb Stunden, endlich fallen die Masken, Jungs. Und ich habe schon die ganze Zeit darauf gewartet, wie lange da reingedauert wird. Ihr unterstützt ein Land, was Kinder bombardiert. Schämt euch mal. Deswegen bin ich reingekommen. Mal den Spiegelfeuer und gesetzt. Free Patrick, Free Patrick, deswegen bin ich hochgekommen, weil es war mir zu langweilig. Weil man muss direkt, direkt das Thema ansprechen. Direkt. Danke, danke. Du hast mir wirklich den Arm versüßt. Dankeschön. Weiter unterstützt, weiter ein Terrorstaat. Weiter Israel unterstützen. Das ist jetzt dein Argument? Ihr unterstützt ja Israel, oder nicht? Okay. Dann machen wir weiter, dann machen wir weiter. Was sagt der Islam? Was sagt Hamas? Sie gehen ja nach dem Islam. Adam, ich lese dir mal was Schönes vor. Stumm dich bitte. Ich lese nichts von dir hören. Ich lese aus deinem heiligen Buch mal was. So. Der Gesandte Allah sprach. Die jüngste Stunde wird nicht kommen, bis die Muslime gegen die Juden kämpfen. Und die Muslime sollen sie alle töten. Und wenn sich ein Jude hinter einem Stein oder einem Baum versteckt, so wird der Stein oder der Baum laut sprechen. O Muslim, da ist ein Jude hinter mir. Komm und töte ihn. Doch der Baum namens Rarqaq wird nicht sprechen, denn er ist ein jüdischer Baum. Hier wird damit gemeint, dass kein Jude sicher sein wird. Die jüngste Stunde wird nicht kommen, bis die Muslime gegen die Juden kämpfen. Und die Muslime sollen sie alle töten. Das hört sich an wie mein Kampf. Sehr komisch, ne? Sehr seltsam, was hier steht. Das ist deine friedliche Religion, mein Freund. Mach dir mal Gedanken. Was hast du denn? Das ist der pure Hass. Was willst du jetzt erreichen, dass meine Religion erendet? Sahih Muslim, Buch 41, Hadith 6981. Schlomo, Schlomo, er hat man gerade oben gesehen. Er wurde direkt, was er gesagt hat, ich will es nicht wiederholen, was er gerade zu mir gesagt hat. Er wurde direkt gesperrt. Er wurde gesperrt, ne? Sehr gut. Sehr gut. Leute, eine Sache, eine Sache, ich weiß nicht, geht es hier um Glauben oder geht es hier gerade um den Konflikt? Kann ich dir sagen, King, kann ich dir sofort beantworten. So, der Krieg zwischen Palästina und Israel. So, es gibt einmal in der Bevölkerung, sie möchten wirklich einen, sage ich mal, einen palästinensischen Staat, also das heißt für die zwei Staatenlösung, die vielleicht eine Minderheit sind, aber liberal eingestellt sind. So, Medani, sag mal auf Arabisch. So, und dann gibt es wiederum, die sehr, 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 sehr streng gläubig sind, das heißt radikal schon, das sind die Hamas-Anhänger. Die Hamas-Anhänger möchten genau wie Hamas auch einen Gottesstaat, einen islamischen Gottesstaat aus Israel machen. Das heißt, Israel gibt es nicht mehr, nur noch Palästin und die Juden sollen ausgelöscht werden, zumal vertrieben werden. Kannst du mich mal bitte ganz kurz groß machen, damit ich euch meine Skala zeige? Deine Skala können wir gleich machen, du kannst dich schon mal groß machen, Löwenherz, du kannst ihn gerne hoch machen, kein Problem. Jetzt ist die Frage, über was reden wir? Reden wir jetzt über diesen Konflikt oder über Religion, kann ich dir sagen? Dieser Konflikt ist religiös. Weil die Hamas möchte einen islamischen Gottesstaat. Und die Palästinenser, viele von ihnen, ja, unterstützen Hamas. Sie wurden gewählt, vertrau mir. Hamas wird von den meisten akzeptiert und sogar gewollt. Und nicht nur von Palästinensern, viele Türken, viele Tunesier, viele Algerier, viele, viele aus dem muslimischen Hintergrund stehen für Hamas. Kennst du eine Demonstration in Deutschland, wo eine pro-palästinensische Demonstration, wo steht, no Hamas, aber free Palestine, habe ich noch nie gesehen. Ja, aber wer sind die, wer sind die, meiner Meinung nach? King, habe ich noch nie gesehen, King, bitte geht drauf ein. Hast du hier eine Demonstration gesehen? Aber warte mal bitte, wer sind die, wer sind die, diejenigen, ja, die in Israel leben und die orthodoxischen Juden, die gegen den Staat sind? 0,1% sind dagegen und sonst sind die meisten orthodoxen und die chassidischen und alle anderen sind dafür. Das ist eine ganz kleine Minderheit, deswegen, King, sag ich nur ein. Ich höre keinen mehr. Ich höre auch keinen mehr. Ich bin noch da, tatsächlich, jetzt sind noch alle da, also... Schlomo ist irgendwie raus, Schlomo frag gleich wieder an, wenn du raus bist, kommst gleich rein. Ja, und ich wollte... Ich wollte euch mal ganz kurz die Skala zeigen, ja, das ist die... Ganz kurz, stopp, 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 Elianathan, wenn du Anfrage stellst, kannst du auch gerne hochkommen, es ist sehr interessant, sehr hitzig. Also, wenn du möchtest, also, zeig deine Karte. Lösenherz? Ich mach jetzt einmal... Ich zeig euch jetzt mal die Skala der Vertreibung der Juden, ja, wo sie überall vertrieben sind. Und ihr könnt das gerne nachrecherchieren und ihr könnt das auch gerne im Internet nachrecherchieren, das ist überhaupt gar kein Problem. Die Vertreibung, die Vertreibung aus Frankreich, 1080, aus Tschechien, aus Kiew, aus Frankreich, aus Italien, aus England, 1188, 1198, 1290. Okay, weiter geht's, wartet mal. So, hier geht's weiter, 1298, aus der Schweiz, aus Frankreich, aus Ungarn, aus Spanien, aus Frankreich, aus Polen, vertrieben. Okay, seht ihr ja gerade alle mit euren eigenen Augen, ne, könnt ihr alle gerne Screenshots machen, nachrecherchieren, ist überhaupt gar kein Problem. Weiter geht's. Was hat er jetzt mit dem Thema zu tun? Ich sag dir gleich, was das Thema, was das Thema damit zu tun hat. So. Kannst du mich mal bitte groß machen? Äh, Lösenherz? Oh ja, danke. Ähm, Vertreibung, Vertreibung aus Spanien. Aus Sizilien. Leatron, Kiew, Portugal, England, Portugal, Sizilien, Österreich. Vertreibung, wir reden hier immer noch von der Vertreibung von den Juden, ne? Weiter zu. Ja, aber was hat das jetzt mit dem Thema zu tun? Das verstehe ich nicht. Da klär ich dich gleich auf. Da klär ich dich gleich auf. Mach dir mal keine Sorgen. So, und weiter und weiter und weiter und weiter, ja? So Leute, jetzt kannst du mich wieder klein machen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und, ja, wenn wir in die Geschichte hineingucken, ja? Wurden aus dem Westen die Juden überall vertrieben, ja? Überall, egal wo du es siehst. Ja, das wissen wir alle. Und in Deutschland gab es sogar, und in Deutschland gab es sogar einen Völkermord an den Juden. Liege ich richtig oder liege ich falsch? Aber warum lenkt ihr immer ab, wenn es gerade umgekehrt ist? Was hat das mit der Stabilisie in die Juden? Was hat das mit der Stabilisie in die Juden? Oder wie sieht es aus? Ganz kurz, warte, King Madelie, ganz kurz. 0-4, bitte, sag noch einmal was Qualifiziertes. Ist gerade reingekommen, komm. Einmal was Qualifiziertes für den heutigen Abend. 0-4, bitte. Ja, wie gesagt, was sagen, er ist reingekommen, 04, komm, antworte, sonst fliegst du raus. Ja, ja, okay. Ich gehe gleich wieder raus, Leute, ich bin sofort wieder raus, wirklich, also ich wollte mal ganz kurz diese Dings hier zeigen, damit ihr das mal verordnet. Okay, 04, antwortet nicht, also flieg da raus. Gut, wunderbar. In Palästine, ja. So, Haupt, zu dir, ja, und der Völkermord in Deutschland, ja, da stand auch noch in der Skala, ja, und du musst dir vorstellen, ja. Ja, dass die Israelis überall vertrieben worden sind, ja, überall, ja, außer in Palästina nicht, ja, weil Palästina hat den... Es gibt erstmal kein Palästina. Okay, warte mal, warte mal, lass mich mal ausreden. Ja, lass mich mal ausreden. Ja, wenn das, das ist keine, das ist für mich keine Konversation, so, und du musst, du musst dir denken, ja, die wurden überall vertrieben, ja, und Palästina ist das einzige Land, einzige Land, ja, was damals da gewesen ist, was die Juden aufgenommen hat, ja, als die damals von den ganzen Kriegen abgehauen sind, okay, bis die sich diese ganzen Länder zu eigen gemacht haben, okay, und es jetzt vor kurzem Staat Israel genannt haben. Okay, was hat, ja, vor kurzem, vor letzte Woche wahrscheinlich, oder? Was hat es mit der Scharia zu tun? Erklär es bitte. Was hat es jetzt mit dem Thema zu tun, wegen der Scharia? Was hat es damit zu tun? Ich kann nicht genau sagen, was es damit zu tun hat. Soll ich ihr sagen, was es damit zu tun hat? Das, was sie zwei Stunden hier machen, jedes Mal, wenn es um die Hamas geht, um den Spiegel vom Gesicht zu halten, dass die nicht friedlich sind, dass das islamisch ist, dass das was wass islamisch ist. Aber es geht um die Hamas, das ist das Problem, das hat uns doch anscheinend noch nicht verstanden. Es geht um die Hamas. Denk doch mal zurück, du längst doch mal zurück. Da lenkst du dann Hamas ab, bitte ich, was wir reinig reputieren. Ihr redet drei Sekunden, wie schlecht die Hamas ist und eine Stunde, was Israel gemacht hat. gerade in zehn minuten alles um die ohren gehauen dass der islam doch was mit dazu zu tun hat und schau dir mal an was da drin steht von der hamas und wenn du dann noch sagst es hat nichts mit dem islam zu tun dann kann ich dir auch nicht helfen da kann ich doch auch sagen genau das gleiche was israel gerade mit der palästina macht dann könnte ich die ist nicht besser als die gewesen was die jetzt gerade machen mit der kindermassenmord und dem genozid was redest du da was redest du da ist die frage was für massenmord du stellst dich die ganze zeit dahin ja redest die ganze zeit über israel und sonstiges hob ja und du sagst ich bin israel ja komm dann beweis uns doch dass du auf die frage kommst zeig uns doch mal dein pass aber ich soll dir meinen pass zeigen ich soll dir meinen pass zeigen wer bist du überhaupt wer bist du überhaupt dass ich meinen pass zeigen muss ich bin der der jetzt aufklärt so weißt du was ich meine aber konversationen normale konversationen könnte nicht führen du kommst vor ja und jetzt wird langsam zu beleidigen was ich beleidige dich nicht so dass man nicht immer ab legt doch nicht von thema bis egal wo sie hier und eben hier nach dem zu was für partner zu guck mal wir gehen hier nach der geschichte ist es nicht nachdem wir gehen nicht hier nachdem wir gehen nach der geschichte was passiert ist jetzt dass man die glück auf den Es ist immer das gleiche, Hamas ist schlimm, aber, dann kommt aber. Oh mein Gott Alter, wie rechtfertigst du das? Leute, ehrlich, also guck mal, wenn ihr nach der Geschichte gehen wollt. Was hat die Geschichte rechtfertigt? Rechtfertigt diese Geschichte, dass man in Issa reingekommen ist. Dieses Fleck Erde, was die haben, ja, denen weggenommen. Ganz einfach. Historisch gesehen ist das einfach so. Und wenn man sich das mal vor Augen hält, ja, und mal ein bisschen nachgeforscht hat, und ein bisschen sich erkundigt hat, ja, müsste man das eigentlich wissen. Aber was muss man denn wissen? Und wenn man ein bisschen Ehrlichkeit in sich trägt, ja, könnte man das auch äußern, ja, ohne irgendwie verurteilt zu werden. Nee, aber ich will mal wissen, was müsste man denn wissen? Dass die Hamas gut ist, oder wie? Nein, es geht doch hier nicht gerade um den Großen. Es geht um Hamas, ich weiß nicht, was du hier verloren hast. Wenn es nicht um die Hände geht. Also, hallo. Hi, na, na. Hi, na. Hi, na. Hi, na. Lass doch mal diese beiden raus. Lass doch mal diese beiden raus. Lass doch mal diese beiden raus. Lass doch mal auch was sagen. Guten Tag. Guten Tag, ja. Darf ich auch zwei Wörter sagen? Ja, gerne. Ich lebe in Deutschland. Also, ein paar Leute kennen mich hier schon. Ja. Schön genannt. Ich bin ein Fan. Und ich bin ursprünglich aus Aserbaidschan. Ich komme zu dem Thema, was man... Ich höre seit stundenlang gerade dieses Thema mir an. Aber jetzt ist mir echt die Kraken geplatzt. Ich habe gesehen, jetzt muss ich echt hochkommen. Alleine wegen dieser Aussage, das ganze Welt hat vertrieben. Nur die Palästineser haben festgehalten. Das stimmt schon mal gar nicht. Also, 0,9, nix davon. So wie ihr ganz genau wisst, dass wie viele große oder wie große Gebiete in Aserbaidschan gibt es wohl über 400.000 Juden drinnen wohnen, wo die ganze Welt vertrieben hat. Und die haben festgehalten. Ja, aber hast du dir auch mal den Datum angeguckt? Hast du dir auch mal den Datum angeguckt? Stimmt das oder nicht? Ja, aber stimmt das, was ich sage oder nicht? Ja oder nein? Ja oder nein? Ja oder nein ist für mich keine Konversation. Du musst ja oder nein sagen. Ja oder nein ist für mich keine Konversation. Wenn du Ahnung von Politik, von Weltkrieg hast, dann musst du lieber Juden genau dich informieren. Genau dich informieren. Du kannst genau dir mal den Datum angucken, aber du hast den Datum leider verfehlt. Ich habe dir gesagt, was ich... Kannst du sie bitte ausgerichten lassen? Ich möchte auch reden. Ihr redet seit stundenlang nur dummes Zeug und das regt mich einfach nur auf. Wenn das dummes Zeug ist, warum hast du denn da stundenlang auf? Ihr redet einfach dummes Zeug, weil ich den... Ich bin Fan von Löwe und bestimmt nicht von dir. Okay, alles klar. Also dafür bin ich in diesem Stream drin und definitiv nicht für dich. So. Und ich habe auch Meinungsfreiheit. Ich lebe in Deutschland. Ich darf meine Meinung äußern und ich lebe nicht irgendwo, wo du herkommst. So. Bis jetzt habt ihr stundenlang Bullshit geredet. Und ich habe mir das angehört. Weil ich eigentlich gar kein Geduld habe, aber ich bewundere den Geduld der Löwe. Und ich versuche es auch, ein bisschen Geduld zu ausüben. Und jetzt alleine diese Aussage... Ach so, nicht jetzt das Recht unterhaltsam. Alles gut. Alleine, alleine diese Aussage. Das ganze Welt hat die Juden vertrieben. Nur Palästin hat festgehalten. Das ist ein Bullshit, was du laberst. Okay? Erstes. Zweites. Ich komme aus Aserbaidschan. Das ist auch ein muslimisches Land, komischerweise. Die halten die Juden fest. Israel fest. Warum? Kannst du mir den Grund sagen? Was steht denn da? Sag mir den Grund. Was steht denn da? Sag mir einfach. Ich möchte, dass du mir den Grund sagst, warum Aserbaidschan Israel fest ist. Oder die Juden. Du bist ohne Punkt und ohne Kummer. Warum leben die friedlich seit Jahren? Mich interessiert mein Gelände. Ja, aber hast du dir auch mal... Interessiert mit deinem Mund? Hast du dir auch mal den Daten angeguckt? Was von deinem Mund rauskommt? Das interessiert mich. Hast du dir mal den Daten angeguckt? Wenn du dich... Okay. Du bist schlau. Ich bin dumm. Okay. Akzeptiert. Jetzt sag mir. Aber nein. Jetzt sag mir. Warum? Ich möchte wissen. Aserbaidschan ist auch ein muslimisches Land. Warum haltet das Israel fest? Ich will den Grund verstehen. Sag mir den Grund. Oh mein Gott, Alter. Was hast du denn bitte für eine Interpretation? Ich zeig meine Daten. Antworte. Antworte doch. Antworte mir, wenn du es für weißt. Was soll ich mir antworten? Was soll ich mir antworten? Du hast es gelernt. Ich will wissen, warum halbe Millionen Israelis leben in meinem Land friedlich. Antworte mir. Oh mein Gott, Alter. Wir reden hier von einem Datum. Damals. Wir reden hier vom 11. Jahrhundert bis hoch. Weiterhin. Weißt du, was ich meine? Wie die vertrieben worden sind. Die sind 1944 vertrieben. Mach's mir scheiße. Laberst du hier. 19... Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Du sagst aus Aserbaidschan. Jetzt. Jetzt. In dieser Zeit. In dieser Zeit leben wir alle in Harmonie miteinander. Okay. Da ist der Glauben. Egal wer was für ein Glauben hat. Okay. Jeder hat seine eigene Meinung. Ja. In dieser Zeit leben wir so. Aber in der anderen Zeit war das leider nicht so. Ich möchte für jetzt reden. Warum jetzt? Ich möchte für jetzt reden. Wenn du das reden würdest, dann würdest du auch Erkenntnisse dazu bekommen, dass die Juden wirklich damals fast aus den Ländern vertrieben worden sind, die ich gezeigt habe. Wir haben hier die Frage gestellt. Du verstehst meine Frage nicht. Aserbaidschan ist das einzige muslimische Land, wo hinter Israel steht. Warum? Grund sag mir. Ich weiß den Grund nicht. Du weißt es. Also antworte mir. Du weißt den Grund. Du wirst nur sagen. Das ist ein muslimisches Land. Und hat sich gegen Türkei entschieden und für Israel entschieden, damit dieser Volk nicht erloschen wird. Guck mal. Wo gibt es Menschenrechte? In welchen Ländern? Weil die Gerechtigkeit entscheiden. Die gucken nicht an Islam, Muslim, irgendwelche scheiß Religionen, sondern für Gerechtigkeit. Genau das ist das. Also sind alle Religionen scheiße oder was? Du kapierst immer noch nicht, was ich rede. Du verstehst immer noch nicht, was ich rede. Ihr haltet nur Religion, Religion. Ihr guckt nicht, was Menschen machen. So eine Religion. Und das haltet meine Scharia. Mit wem willst du da diskutieren, der für die Scharia ist? Scharia interessiert doch niemanden. Ja, er ist für die Scharia. Interessiert uns nicht. Wenn du Scharia wirst, dann verpiss dich in dem Land, wo du leben willst und mach deine Scharia. Häng dich auf. Das juckt uns her. Herzlich wenig. Juckt mich nicht. Du bist so ein Teufel, Hope. Hallo. Du bist so ein Teufel, wirklich. Guck mal, du sagst gerade, ich bin für die Scharia. Du bist so ein Muslim. Du bist so ein Muslim. Du bist so ein Muslim. Ich möchte feststellen, dass ihr aufhören sollt mit Religion. Alleine schon, dass ihr so gehetzt wird. Alleine schon, dass ihr so gehetzt wird. Ich hätte doch gar nicht. Du bist doch ein Muslim. Du bist doch ein Muslim. Du bist ein richtiger Hester. Jetzt Ruhe. Du bist ein richtiger Hester. Jetzt Ruhe. Von ganzen muslimischen Ländern. Aserbaidschan ist der einzige hinter Juden stehen. Warum? Antwortet mir doch. Ihr seid so schlau alle. Woher wollen wir denn wissen, was Aserbaidschan macht? Warum denn sonst weißt du alle? Sonst weißt ihr alle. Mein Gott, bis jetzt habt ihr euch wie Propheten geredet. Ihr habt bis jetzt wie Propheten geredet. Okay, ich bin ein einfaches Bürger. Ich will es wissen. Das müsst ihr doch auch wissen. Wie sonst wisst ihr alles und das wisst ihr nicht oder was? Bitte schön. Erzähl mir und erklär mir. Ich höre zu. Salaam Aleikum. Hallo erstmal. Erklär uns das doch. Wir wissen doch gar nichts von Aserbaidschan. Ich habe doch gesagt, ihr seid schlau und ich bin dumm. Ich bin dumm. Ihr seid schlau. Erzählt mir. Erzählt mir. Weißt du was über den Aserbaidschan? Ich weiß nicht über den Aserbaidschan. Ihr wisst viel zu viel. Erklär uns doch damit sie nicht verstehen. Ihr wisst sogar wann ich aufs Klug gehe. Glaub mir. So viel ist es hier. Wann doch klug ist es denn hier? Oh mein Gott, Alter. Jetzt sind wir schon so weit, dass wir in die Toilette reingehen. Geil. Ich habe Befürchtung, ihr wisst einfach zu viel. Egal, Alter. Wir springen hier von Thema zu Thema und wir landen in der Toilette. Ja, weißt du warum? Weil du nicht geantwortet hast wegen der Scharia. Du wolltest nicht antworten. Du bist direkt nächstes Thema gegangen. Mit deiner Liste. Du hast es nicht antworten können. Du hast es nicht antworten können. Okay, dann kann ich dir die gleiche Frage stellen. Bist du dafür, dass der dritte Tempel gebaut wird? In Israel? Ich habe mit der Religion nichts zu tun. Dass alles dafür steht, dass der dritte Tempel gebaut wird? Wo steht das? Das steht zu 1000% geschrieben und ist überall in den ganzen Regeln. Okay, und jetzt, wenn das da steht, dann heißt es, es wird jetzt einen dritten Tempel gebaut? Der dritte Tempel Salomons ist die allererste Pflicht des Judentums. Okay, und das wird jetzt gebaut, oder was? Das wird jetzt gebaut? Das ist schon gebaut. Das wird gerade nur noch zu Ende gebaut, aber dafür muss die Al-Aqsa-Mutis verstört werden. Wo genau? Eins steht fest. Niemand wird es schaffen, Israel auszulöschen. Niemand wird es schaffen, die Juden auszulöschen. Zuerst stehe ich mit meinem Fleisch und Blut davor und fertig aus. Dankeschön. Die Juden stehen dafür, dass die... Nicht die Juden, sorry. Israel steht dafür, dass hinter dem Felsendom die Al-Aqsa-Mutis zerstört werden muss, damit der Dingsziel gebaut werden kann. Damit der dritte Tempel von Salomon gebaut werden kann. Okay, und die sind gerade dabei, das abzureißen, oder wie? Okay, und die haben... Die sind gerade dabei, das abzureißen, weil vielleicht habe ich diese Info nicht. Ach so, du hast diese Info nicht? Nein, ich weiß nicht. Aber hast du irgendwo über das ganze Globale? Ist das gerade... Ihr könnt, ihr Schwester, ihr könnt ganz zusammen... Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal, ganz kurz, Tati bitte, ganz kurz, ganz kurz. Guck mal, du bist Soldatin gewesen. Erstens das. Du hast da unten gedient. Zweitens das. Ja, du hast da unten gelebt. Und du weißt nicht, was die da hinten machen und was die nicht machen? Ey, komm, mach uns mit Glätter. Ich war da, ich habe gesehen, aber ich habe nicht gesehen, dass da eine Baustelle ist. Gerade ist eine Baustelle in Gaza. Da ist eine Baustelle. Eine Baustelle? Ich glaube, da sind mehrere Baustellen, das kannst du mir glauben. Ja, die ganze... Ja, noch paar Tage, paar Wochen ist wirklich eine große Baustelle da. Es, 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 das Grund ist, dass ihr alle Feinde machen wollt mit Religion. Das war ein großer Fehler. Große Fehler. Große Fehler. Große Fehler. So kann man nicht diskutieren. So kann man nicht diskutieren. Das geht gar nicht. In Ruhe reden. Guck mal, ich will auf manche Punkte jetzt drauf antworten. Könnte ich vielleicht auch mal bitte reden, weil ich war auch eigentlich zuerst davor drin. Okay, dann reden wir zuerst. Und die ganze Zeit ohne Punkt und Komma. Erstens, guck mal, keiner, ich bin auch Muslim, Alhamdulillah, aber jetzt möchte ich gerne was dazu sagen und ich möchte bitte ausreden. Keiner ist, also ich bin persönlich, egal ob Hamas oder Israel, ich bin für keinen von beiden, der für Terror ist. Das ist das erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, wer redet denn gerade gegen Juden? Diese eigenen Juden, das eigene Volk ist wegen die israelische Politik. Weil, jetzt kommt der Punkt, der große Punkt, die in der, äh, in Israel. Hast du bis jetzt gerade nicht aufgepasst oder so? Hast du nicht aufgepasst, dass es gerade um Juden geht, um Juden Hass? Was passiert denn da genau? Wir haben keine Juden. Wir haben keine Juden. Nein, natürlich nicht. Nein. Guck mal, beurteilen wir nicht. Du hast nicht zu, ich beurteile. Du kennst mich überhaupt gar nicht. Ich rede doch gar nicht von dir. Ich rede von diesem Konflikt. Ich rede von der Hamas, was die da machen wollen. Ich rede davon, um was es geht. Du redest aber nur von Hamas? Aber was ist denn mit Israel? Ist das kein Terror, was die machen? Nein, das ist kein Terror, das ist Verteidigung. Das ist Selbstverteidigung. Das ist Selbstverteidigung. Ich würde das genauso machen. Selbstverteidigung. Lassen Sie erst noch reden, dann reden wir zusammen. Selbstverteidigung. Mit Menschen, die mit Steinen schmeißen und ein Land, was komplett militärisch vollverdacht ist. Ganz genau. Wer schmeißt mit Steinen? Wer schmeißt mit Steinen? Wer schmeißt mit Steinen? Die Jugend, das Selbstverteidigung. Aber wer schmeißt mit Steinen? Mit selbst gebastelten Bomben, was die Hamas da hinten selbst gebastelt hat. Das willst du mir sagen? Mit den militärischen Staaten, was Israel hat. Ja, die haben einfach alles. Ja, hast du dir mal die Statistiken anrufen, was die alles in die Welt getan hat? Mach dich nicht lächerlich. Mach dich nicht lächerlich. Wirklich. Von wo kommt die ganzen Bote? Ehrlich. Bestverteidigung. Von wo kommen denn die ganze Bote? Lass das fair sein. Lass das ein Kavalierdelikt sein. Und sagt den Konter, jetzt bekämpft euch mal beide gegeneinander. Ja? Lübenhals, mach was dagegen. Die streiten sich nur. Achso, du denkst jetzt, nach dem Angriff, nach dem Massaker, soll dann einfach Israel sagen, ja okay, Kaffee, wir machen gar nichts. Warte mal kurz. Dann erklär mir bitte, warum sind die Juden denn selbst dagegen in Israel? Nein. Was hat das gerade damit zu tun? Ich komme nicht zu Wort. Ganz kurz. Ich wurde eingeschränkt. Ich habe hier oben so eine Bannabernachrichtung bekommen. Ich habe jetzt Widerspruch eingelegt. Ich hoffe, dass das wieder weggeht. Weck geht. Habe ich gesagt haben, was dein Stream oder so. Guck mal, ich will auf ein paar Punkte eingehen. Was der vorhin geredet hat. Dieser Typ hat gefragt. Der hat die auseinandergenommen. Der hat die einfach auseinandergenommen. Der hat die einfach auseinandergenommen. Okay, er hat hoffentlich einkommen. Er hat hoffentlich eingehen. Guck mal. Er hat ihn gefragt, ob du bitte Sharia bist oder gegen Sharia. Guck mal, ich als Muslim, ich lüge nicht. Ich bin gerade, sehr gerade und ich rede nur, was ich weiß. Es gibt kein Muslim, der gegen Sharia ist. Das ist selbstverständlich. Aber die Sharia unterscheidet sich zwischen Hamas oder der Sharia des Islam. Der Sharia des Islam akzeptiert jede Religion. Und das haben die Geschichten von dem Osmanischen Reich und von den Salahaddin Ayyubi auch so gezeigt. Salahaddin Ayyubi. Lass mich bitte ausdrücken. Bitte keine Unterbrechen. Bitte keine Unterbrechen. Bitte. Guck mal. Als Salahaddin, das habe ich schon so oft heute wiederholt, aber das vergessen die Leute leider wieder, in Jerusalem regiert hat, haben die Leute in den Angriff, haben gesagt, die Europäer, die Kreuzzieger, nicht die arabischen Christen, sondern die Kreuzzieger wollen uns überfallen und die wollen alle tüten. Dann hat Salahaddin ein Militär gegründet, die aus arabischen Militär ist und ist nach Jerusalem einmarschiert und hat die Kreuzzieger vertrieben, sozusagen erledigt. Und alle Moschinen und alle Kirchen und alle Christentempel, Entschuldigung, Judentempel, wurden wieder aufgebaut. Und Salahaddin war nach der Sharia. Der geht ja nach der Sharia. Erstens. Zweitens, der Osmanische Reich. Einmal hat Erdogan gesagt, der Recep Erdogan hat gesagt, ich sage nicht, dass Erdogan alles gut macht, aber er hat selbst das erwähnt, er hat gesagt, wir haben damals die Juden bei uns aufgenommen und unterstützt und geholfen. Weiter, weiter. Lass mich mal ausreden, um nichts zu unterbrechen. Nein. Du darfst, nein. Ich gehe dann raus. Dann hat es keinen Sinn. Ja, da musst du jetzt kurz raus, weil tatsächlich, es geht nicht darum, dass ich dich nicht ausreden lassen will, sondern ich muss einmal tatsächlich offline und online, weil ich diese Beschränkung habe. Die Beschränkung war von Madeli. Er hat die bekommen, diese Beschränkung und dass die bei mir weggeht, also diese Banner-Benachrichtung weggeht, muss ich einmal wieder neu starten. Das heißt, ich würde mich freuen, wenn ihr noch Zeit habt, wenn wir gleich noch, also ich bin in fünf Minuten wieder da, wenn ihr dann alle wieder da seid. Okay. Okay, bis gleich. Ciao. Tschüss. Vielen Dank.